Edgar Wallis, King Kong. Selbst im dunkelnden Dämmerlicht und hinter dem leichten Schleier eines Schneegestöbers war die Wanderer nur ein ganz gewöhnlicher alter Tram-Dampfer. Für ihresgleichen war der schäbige Anlegeplatz am Hoboken Pier gerade gut genug. Dort lag sie ganz unauffällig neben Schiffen der gleichen Art und passte sich in ihrer getarnten Bedeutungslosigkeit ganz dem Rahmen des alten Hafens an. Hier war sie sicher, keinen demütigenden Vergleichen mit den stattlichen Liniendampfern ausgesetzt zu sein, die ihren majestätisch makellosen Bug auf der Seite von Manhattan vor den Schatten der Wolkenkratzer zur Schau stellten. Die Mannschaft wusste allerdings, dass die Wanderer über leistungsfähige Maschinen verfügte, die imstande waren, den alten Schrotthaufen bei jedem Sturm und Wetter mit guten 14 Knoten voranzutreiben. Sie wussten auch, dass die Maschinen und jene tiefe große Stahlkammer, über die sich alle wunderten und nicht wenige erschraken, in einen widerstandsfähigen, soliden Schiffsrumpf gebettet waren. Die Landratten dagegen, die ihr Leben hinter Schreibtischen und in Vorortbahnen verbrachten und die sich an den Werften ein wenig Stoff und Anreiz für ihre Fantasie und Abenteuersehnsucht holen wollten, besahen sich die rostigen und schuppigen Schiffsflanken und ereiferten sich in ihrer Unwissenheit zu spöttischen Ausrufen wie »Mein Gott, das soll doch nicht etwa ein sehfähiges Schiff sein!« Weston, der soeben mit einem Taxi angekommen war und der ein Geschäft im Sinne hatte, bei dem Fantasie und Abenteuersehnsucht keinerlei Rolle spielten, hatte das auch gerade gesagt und zögerte, den Chauffeur für seine Fahrt von der 42. Straße und vom Broadway hierher zu entlohnen. Vielleicht hatte er sich im Pier geirrt, und da wäre es höchst unvernünftig, diesem Piraten auf Rädern noch einmal den Grundpreis für eine Weiterfahrt zu bezahlen. So behielt er vorerst sein Geld in der Hand und schob sich schwerfällig japsend mit der Würde eines Spätfünfzigers aus dem Wagen. Im selben Augenblick streckte ein alter Wachmann seine vor Kälte rote Nase aus einem der gegenüberliegenden Warenschuppen. Weston rief ihn an. »Heda, ist dies das Schiff von den Filmleuten?« Erst als die rote Nase zustimmend genickt hatte, bezahlte Weston den Taxifahrer. Er blickte aber immer noch recht misstrauisch rein. Die Antwort hatte ihn kaum befriedigt, und er war sich durchaus nicht sicher, an der richtigen Adresse zu sein. Langsam stapfte er durch den nassen Schnee auf das Fallrepp der Wanderer zu. »Sind Sie auch einer von denen, die auf diese verrückte Reise gehen?« fragte der Wachmann ihn plötzlich aus der Tür des dunklen Lagerschuppens. »Verrückt?« Weston drehte sich schnell um, denn dieses Wort schien eine langsam wachsende Befürchtung zu bestätigen. »Was ist denn so verrückt dabei?« »Na, zunächst mal der Mann, der die ganze Sache hier befehligt.« »Dennam?« »Genau! Wenn der einen Löwen fotografieren will, geht er gerade auf ihn zu und sagt, »bitte recht freundlich.« »Wenn das nicht verrückt ist, dann weiß ich es nicht.« Weston lachte. Das entsprach in etwa seiner eigenen Ansicht über den wagemutigen Expeditionsleiter der Wanderer. »Er ist schon ein toller Bursche«, gab er zu. »Aber was soll das Gerede über diese Reise? Warum soll sie verrückt sein?« »Weil sie es ist. Darum!« Der Wachmann kam aus dem Schutz seines Verschlags heraus, um das Gespräch besser fortsetzen zu können. »Alle hier auf den Docks, und lassen Sie sich gesagt sein, da sind ein paar verdammt schlaue Kerle darunter, auch wenn sie nicht in so hohen Stellungen sitzen. Alle hier auf den Docks sagen, dass es verrückt ist. Nehmen Sie nur mal den Frachter hier, den dieser Denim sich gechartert hat. »Da sind Sachen drin, die ich mir immer noch nicht erklären kann. Und dabei habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie verladen wurden. Und nehmen Sie die Mannschaft, die ist dreimal zu groß für dieses Schiff. Die wird er mit einem Schuhlöffel reinzwingen müssen.« Er hielt inne, aber nur um Atem zu holen. Er war offensichtlich bereit, einen unaufhörlichen Strom von Anklagen gegen die Wanderer loszulassen. Aber bevor er weiterkam, wurde er von einer jungen, energischen Stimme unterbrochen. »He, Sie auf dem Pfeilrepp! Was wollen Sie?« Weston blickte zur unteren Reling Mitschiffs hinauf. Ein Lichtstrahl kam aus einer dahinterliegenden Kabine, und er sah die Umrisse einer Gestalt. Jetzt sah Weston ihn im Licht und wusste aufgrund von Denims Beschreibung sofort, dass er den ersten Offizier der Wanderer vor sich hatte. Es war ganz unverkennbar, der hochgewachsene junge Mann, den Denim so gelobt hatte. Der furchtlose Blick, der volle energische Mund, die ganze Erscheinung flößten Weston, der sonst erfahrungsgemäß jedem Fremden zuerst misstraute, sofort Sympathie ein. Hier war einmal ein angenehmer junger Mann, dem jedermann gern begegnet, dachte er, und fügte auf den zweiten Blick hinzu, dem gewiß auch jede Frau gern begegnen würde. »Was wollen Sie?«, rief der junge Mann zum zweiten Mal, während Weston ihn noch musterte. »Ich möchte an Bord kommen, Mr. Driscoll«, antwortete Weston und in besserer Stimmung, da ihm der junge Kerl gefiel, begann er vorsichtig, das Fallrepp hinaufzusteigen. »Ach, Sie müssen Weston sein!« »Jawohl, der große Weston vom Broadway«, gab Weston zu. »Weston, der König der Theateragenten, wenn auch«, bemerkte er leicht schnaufend, »meine Puste nicht mehr die gleiche ist wie früher.« »Kommen Sie an Bord!«, rief Driscoll. »Denim kann es gar nicht abwarten, von Ihnen zu hören.« »Haben Sie das Mädchen gefunden?« In der Dunkelheit war Westons Lächeln im Nu verflogen. Er machte ein schiefes Gesicht, sagte nichts und folgte Driscoll eine Leiter hinauf in die erleuchtete Kabine. Der niedrige Raum war einladend sauber und ordentlich. Aber er war mit jener für ausgesprochene Männerquartiere typischen spartanischen Einfachheit eingerichtet. Der einzige Schmuck waren ein Spiegel an einer Wand und ein reichlich gefüllter Pfeifenständer, es sei denn, man wollte ein paar Mäntel mit den dazugehörigen Hüten an einem Garderobenhaken als Raumschmuck bezeichnen. Im Übrigen gab es vier Stühle, einen länglichen breiten Tisch, auf dem man Karten studieren konnte, eine offene Kiste mit schwarzen, unebenen, gusseisernen Kugeln, die größer als Orangen, aber kleiner als Pampelmusen waren, und einen auf Hochglanz polierten Spuckknapf aus Messing, der sich zu Füßen eines der beiden in der Kabine stehenden Männern befand. Dieser Mann war schlank und mittelgroß. Er trug einen struppigen Schnurrbart und bewegte sein mächtiges, kantiges Kinn, einen guten Mund voll Primkauend. Er war in Hemdsärmen und er trug eine Weste und seine Kopfbedeckung, eine Kapitänsmütze, verlieh ihm eine gewisse Autorität. Dennoch trat er sogleich beiseite, um seinem Gefährten den Mittelpunkt der Szene zu überlassen. Dieser Gefährte war ein sehr gepflegter und elegant gekleideter Mann von 35 Jahren, dem man sich ebenso gut hinter dem Schreibtisch eines Börsenmaklers vorstellen konnte, obgleich man dort vielleicht nicht gerade eine Persönlichkeit antreffen würde, die so viel natürliche Macht und unbezähmbaren Willen ausstrahlte. Seine hellen, braunen Augen, die eine unbändige Abenteuerlust verrieten, blickten Weston an, als dieser eintrat und seine ungeduldige Stimme ließ sich ohne alle Umschweife vernehmen. »Weston, ich wollte gerade an Land gehen, um Sie anzurufen.« »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber zu Hause geblieben,« antwortete Weston und sah auf seine nassen Schuhe. »Das hier ist unser Skipper, Kapitän Engelhorn,« fuhr Denim fort. Der Mann mit der Kapitänsmütze landete einen Volltreffer in den polierten Spucknapf, streckte eine raue, feste Hand aus, und nachdem Weston sie ihm geschüttelt hatte, schob er die Kiste mit den Eisenkugeln beiseite, um Weston einen Stuhl an den Tisch zu stellen. »Ich nehme an, Sie kennen Jack bereits,« sagte Denim. Und als Weston lächelnd Driscoll zunickte, fuhr er fort, »So, da haben Sie eben einen Gespann kennengelernt, wie Sie dergleichen wohl nie am Broadway treffen würden, alter Freund. Die beiden haben mich auf meinen letzten beiden Reisen begleitet, und ich kann Ihnen sagen, dass ich froh bin, Sie auf dieser Tour bei mir zu haben. Sonst hätte ich's mir wohl noch einmal gründlich überlegt.« Dann folgte ein kleiner Augenblick jenes betretenden Schweigens, wie es sich oft nach außergewöhnlichem Lob einstellt. Denim setzte sich und blickte den Theateragenten prüfend an. »Wo ist das Mädchen?«, »Weston«, fragte er. »Ich habe keins.« »Wie bitte?« Denim schlug auf den Tisch. »Hören Sie mal, Weston. Actors Equity und die Hays Agentur haben jedes Mädchen, das ich bisher auftreiben konnte, vor mir gewarnt. Sie sind der einzige Agent, der noch nicht gekniffen hat. Sie sind meine letzte Zuflucht, Sie wissen doch, dass ich zuverlässig bin.« »Das weiß jeder.« »Natürlich sind Sie zuverlässig,« grunzte Weston und begann zu schnaufen. »Aber es weiß auch jeder, wie waghalsig Sie sind. Und wie können Sie überhaupt Vertrauen erwarten, wenn Sie, gerade was diese Reise angeht, so geheimnistourisch sind?« »Da ist etwas Wahres dran,« brummte Engelhorn und beugte sich über seinen Spucknapf. »Ja, unbedingt,« stimmte Driscoll bei. Er kratzte sich verlegen am Kinn und fuhr fort. »Nicht einmal der Kapitän und der erste Offizier wissen, wohin der alte Kasten fahren soll.« »Da haben Sie es ja,« Weston hob die Hände. »Denken Sie doch an meinen guten Ruf, Denim. Ich kann doch kein junges, hübsches Mädchen oder selbst ein hässliches, falls es Ihnen passen sollte, für so eine Arbeit bekommen, wenn ich ihr nicht einmal sagen kann, was sie zu erwarten hat.« »Und was hat sie denn Ihrer Meinung nach zu erwarten?«, fragte Denim. »Auf eine Wer-weiß-was-wie-lange-Reise zu gehen, zu einem Ort, den Sie nicht angeben wollen, als einzige Frau auf einem Schiff, dessen Mannschaft aus den härtesten Burschen besteht, die meine erfahrenen Broadway-Augen je erblickt haben.« Als die drei Männer grinsten, verbesserte er sich schnell. Anwesende natürlich ausgeschlossen. »Weston!« Denims Faust knallte noch einmal auf den Tisch. »Ich bin drauf und dran, die größte Sache meines Lebens durchzuführen, und ich brauche unbedingt das Mädchen.« »Sie hatten doch in all Ihren anderen Filmen nie eine Frau. Warum brauchen Sie ausgerechnet eine für diesen?« »Heiliger Straussack! Sie glauben doch hoffentlich nicht etwa, dass ich dabei an mein eigenes Vergnügen denke.« »Na, warum dann also?« »Warum? Wegen des Publikums. Darum!« »Mein verdammtes Publikum will unbedingt ein hübsches Mädchengesicht haben.« »Die Romantik ist keine Romantik, und das Abenteuer ist so schal wie Spülwasser für mein Publikum, wenn nicht von Zeit zu Zeit ein Schmollmünchen erscheint, das alle Schiffe zum Versinken bringt oder zumindest die Mannschaft umhaut.« Stellen Sie sich das vor. »Ich schufte, schwitze Blut und Wasser, um einen guten Film zu machen, und dann, sagt das liebe Publikum, »Doppelt so schön wär's gewesen, wenn ein Mädchen drin vorkäme, und die Kinobesitzer sagen, wenn er ein paar Liebeszenen eingefügt hätte, wäre der Kassenerfolg gewiss zweimal so groß gewesen, also sei's drum.« Denims Faust schlug ein letztes Mal auf den Tisch. »Wenn Sie also unbedingt ein Mädchen wollen, dann sollen Sie ein Mädchen haben.« Weston erinnerte sich an die finsteren Reden des Wachmannes. Natürlich war Denim nicht verrückt. Aber sein jetziger Plan war nicht dazu angetan, einen Theateragenten, der auf seinen Ruf bedacht war, zur Mithilfe anzuregen. »Tut mir leid,« sagte er und nahm seinen Hut. »Ich glaube wirklich nicht, dass ich etwas für Sie tun kann.« »Sie können eine Menge tun,« sagte Denim, »und Sie werden es schnellstens besorgen. Wir fahren mit der Morgenflut aus. Wir müssen hier vor Tageslicht verschwinden.« »Warum?« »Es spielt schon keine Rolle mehr, wenn ich es Ihnen jetzt sage,« beschloss Denim ärgerlich. »Wir haben Sprengstoff geladen, und die Versicherungsgesellschaft hat es erfahren. Wenn wir nicht eiligst verschwinden, haben wir die Hafenpolizei auf dem Hals. Und dann gibt es einen langen Rechtsstreit, der uns monatelang hier festhalten kann.« Plötzlich schien er besser gelaunt zu sein. Er ging auf die Kiste zu, die Engelhorn zur Seite geschoben hatte, nahm eine der Eisenkugeln heraus und betrachtete sie mit grinsendem Besitzerstolz. »Weston, ich will Ihnen nichts vormachen,« sagte er. »Das Mädchen, das Sie für mich finden sollen, wird natürlich keine ganz gefahrlose Reise machen. Hier und da kann es schon ein bisschen gefährlich werden, vielleicht sogar,« gab er mit einem noch breiteren Grinsen zu, »weit mehr als ein bisschen. Aber verlassen Sie sich auf mich. Solange wir diese Dinger bei der Hand haben, kann nichts Schlimmes passieren.« »Was sind denn das für Dinger?« »Gasbomben, alter Freund. Nach meinem eigenen Rezept, oder besser gesagt, nach meinen Verbesserungen eines älteren Rezepts. Diese Gasbomben sind mächtig genug, um eine ganze Elefantenherde umzuhauen.« »Was?«, stammelte Weston. »Denim, je mehr ich höre, desto weniger gefällt mir diese Geschichte. Ich fange an, mich direkt zu freuen, dass ich kein Mädchen für Sie gefunden habe.« »Seien Sie doch nicht so blöd wie die Versicherungsleute,« sagte Denim zornig. »Regen Sie sich doch nicht über ein bisschen Sprengstoff auf. Die Dinger sind so harmlos wie Lutschbonbons, solange sie von Leuten gehandhabt werden, die ihre kleinen Eigenheiten genau kennen. Von Leuten wie Jack hier, dem Kapitän oder mir selbst. Wissen Sie, Weston, eigentlich können uns der Regen und der Monsoon viel mehr Ärger und Gefahr einbringen.« »Monsoon?« »Klar. Noch ein Grund, weshalb ich das Mädchen sofort haben und abfahren muss. Natürlich kann ich mich auf den Skipper und Jack verlassen, falls die Wanderer in einen Sturm gerät.« Denim hielt inne und versetzte Driscoll einen freundschaftlichen Schlag auf den breiten Rücken. »Aber der Monsoon bringt Regen, und der Regen ruiniert uns die Außenaufnahmen. Dabei gehen Monate und viel Geld verloren, und schließlich kann die ganze Arbeit umsonst sein.« »Monsoon?« »Gasbomben?« Weston war außer sich. Er stülpte sich den Hut auf seinen runden Schädel und ergriff die Türklinke. »Denim! Von mir bekommen Sie kein Mädchen!« »Bitte?« »Jawohl, kein Mädchen durch mich. Ich meine es ernst.« »So, so. Na schön. Dann hole ich mir eben selber eins.« Der kräftig gebaute und etwas beleibte Denim sprang erstaunlich schnell auf, griff nach Mantel und Hut und stand schon in der Tür. »Wenn Sie sich einbilden, ich würde aufgeben, nur weil Sie mir kein Mädchen mit ein bisschen Mumm in den Knochen auftreiben wollen.« Er stieß Weston zur Seite und riss die Tür auf. »Ich werde den größten Film der Weltgeschichte drehen. Etwas noch nie Dagewesenes. Etwas, was man sich nicht einmal erträumt hat. Man wird völlig neue Vokabeln erfinden müssen, wenn ich zurückkomme. Warten Sie nur.« Die Tür schlug zu. »Wo gehen Sie hin?« rief Engelhorn ihm nach. Denims herrsche Stimme schallte zurück, während er die Leiter und das Fallrepp hinunterkletterte. »Ich hole ein Mädchen für meinen Film! Und ich werde eins mitbringen! Und wenn ich es entführen muss!« In der Kabine knöpfte Weston sich seinen Mantel zu und starrte dabei Driscoll und Engelhorn an. Er war heilfroh, sich aus dieser verrückten Sache herausgehalten zu haben. »Verrückt ist das richtige Wort!« sagte er sich. Der alte Wachmann hatte völlig recht gehabt. Driscoll begann zu lachen. »Ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, dass Denim sein Mädchen bekommt!« schlug er Engelhorn vor. »Ich wette nicht dagegen!« antwortete der Kapitän kauend. Driscoll wandte sich Weston zu. Er lachte noch immer und seine weißen Zähne glänzten in seinem sonnenverbrannten Gesicht. »Der kriegt es noch fertig, mir zu sagen, ich müsse Sie heiraten, wenn das Drehbuch es verlangt,« sagte er. »Kann ich Ihnen bis zu Ihrem Taxi herunterleuchten?« Denim suchte ein Gesicht. Er drängte sich durch die Menge der Theaterbesucher am Broadway, wartete, beobachtete und stieß von Zeit zu Zeit einen leisen Fluch aus, wenn eine junge Frau, die ihm zuerst passend erschien, sich beim zweiten Hinsehen als gewöhnlich und ordinär herausstellte. Er konzentrierte sich ganz auf Gesichter und ließ alle anderen Einzelheiten außer Betracht. Mit zusammengekniffenen Augen, die wie die Linsen einer Kamera alles registrierten, stand er da, prüfte, sortierte und verwarf zahllose Gesichter der vorbeiströmenden Menge. Kühne Gesichter, erschrockene, lasterhafte, harte, ausdruckslose und gleichgültige Gesichter. Doch nirgends sah er das Gesicht, das ihm zuzurufen schien, »Hier bin ich, hier ist das, was du suchst.« Selbst sein entschlossener Wille half ihm nicht, über das völlige Versagen seines Ansinnens hinwegzukommen. Schließlich wandte er sich mit einem fast verzweifelten Kopfschütteln, bitter enttäuscht der Innenstadt zu. Mit grimmiger Entschlossenheit schritt er davon, ließ den hellbeleuchteten Times Square hinter sich und setzte seine Jagd in der schluchtartigen unteren Avenue fort. »Gesichter in düsteren Hauseingängen, Gesichter an Straßenecken, auf Parkbänken, Gesichter schlange stehender Menschen vor den Lebensmittelgeschäften, Gesichter in Autos, Straßenbahnen, saubere, schmutzige, traurige, lustige Gesichter, aber keins, das ihm wie eine Kerzenflamme entgegenleuchtete, keins, das in seinen Film passte, von dem er so sicher war, dass es der größte Film des Jahrhunderts würde.« Denham bemerkte, dass er im Kreise gelaufen war. Die Bänke von Madison Square und das schwache, aber beständige Licht darüber waren wieder hinter ihm. Er hatte die fünfte Avenue, die Park Avenue und die protzige 57. Straße durchkämmt. Und jetzt näherte er sich durch die schäbigen 40er-Straßen der Westside wieder dem Broadway, wo die Menschenmengen aus Hunderten von Theatern und Kinos zu strömen begannen. Ein zweites Mal wollte er sich nicht wieder der Enttäuschung aussetzen und um Zeit zu gewinnen, wollte er zunächst einmal bei einer Zigarette nachdenken. Sein Etui war leer und so ging er auf einen kleinen Straßenladen zu. In den folgenden Wochen sollte er noch oft an diesen Augenblick denken und sich feierlich zu diesem Entschluss beglückwünschen. Es war ein sehr kleiner, enger Laden, fast eher eine kioskartige Bude, kaum groß genug für den fetten, schwarzhaarigen, unrasierten Besitzer und seine verderbliche Ware, so klein, dass die Auslage von Äpfeln auf einem Gestell vor dem Laden stand. Auf diesen Äpfeln ruhte ständig der argwöhnische Blick des schwarzmähnigen Besitzers, der sie nicht aus den Augen ließ, auch nicht, als er Denham die Zigaretten verkaufte. Denham sah die Auslage ebenfalls, und er war eigentlich der Erste, der die folgende Szene beobachtete. Ein Mädchen kam zögernd an den Apfelstand, streckte eine zarte, weiße Hand nach ihnen aus und ergriff hungrig eine der einladenden roten Früchte. Denham hatte es zuerst gesehen, aber der Ladenbesitzer hatte es unmittelbar nach ihm bemerkt. Während Denham noch seine Zigarettenpackung aufriß, stürzte der Mann schon brüllend durch die Ladentür nach draußen. »Aha! Sie sind ertappt! Dieben! Hier! Stehen geblieben!« Er hatte das Mädchen am Arm gepackt. »Nein, nein! Sie laufen mir nicht davon! Hey, ich werde die Polizei rufen!« »Bitte, nein!« Das Mädchen weinte und machte einen schwachen Versuch, sich zu befreien. »Bitte lassen Sie mich gehen. Ich habe ja nichts genommen. Ich hatte es vor, aber ich habe es ja nicht getan.« »Andauernd werde ich hier bestohlen. Jetzt habe ich aber genug. Hey, Polizei!« »Halten Sie den Mund,« befahl Denham. »Das Mädchen sagt die Wahrheit. Sie hat ihren wurmstichigen Apfel losgelassen, bevor sie herausgestürzt sind. Sie hat ihnen nichts gestohlen.« »Ich habe nichts gestohlen. Wirklich, ich habe es nicht getan.« »Hier, Sokrates,« kommandierte Denham entschlossen, »nehmen Sie diesen Dollar und vergessen Sie die Sache.« Der Dollar überzeugte den Ladenbesitzer sofort. Er schnappte ihn sich, ließ den Arm des Mädchens los und verzog sich dankend wieder in seine Pude. Das so unerwartet befreite Mädchen wäre fast in Ohnmacht gefallen, hätte Denham ihr nicht schützend den Arm um die Schultern gelegt. Ihr Kopf fiel zurück. Jetzt war ihr Gesicht im vollen Licht der einzigen Glühbirne des Ladens, und Denham konnte es zum ersten Mal aus unmittelbarer Nähe betrachten. Er blickte einmal und blickte ein zweites Mal, und schließlich öffneten sich ihre bisher halbgeschlossenen Augen weit. Er betrachtete sie noch einmal prüfend, und dann lachte er, richtete sich triumphierend auf, hob die Hand und rief »Taxi!« Als der Wagen mit quietschenden Bremsen anhielt, gab er dem Fahrer Anweisung. »Ins nächste Restaurant, und beeilen Sie sich!« Eine halbe Stunde später, in einer weißgekachelten Imbissstube, blickte er immer noch triumphierend rein. Ihm gegenüber saß das Mädchen vor einem Haufen leerer Teller und Tassen. Sie hatte kein Wort gesprochen, während sie aß, und auch Denham war stumm geblieben. Er hatte ihr mit verschränkten Armen zugeschaut, und sein Gesicht drückte dankbare Freude aus. Es war mehr als ein hübsches Gesicht. Natürlich war es schön, und mit dem erfahrenen Blick des Kameramanns hatte er sofort mit Begeisterung ihre ebenmäßigen, wohlgeformten und klar gezeichneten Züge entdeckt. Große, unglaublich blaue, träumerische Augen mit schweren, langen Wimpern, ein reifer, voller Mund, der sowohl Leidenschaft als auch Humor ausdrückte, ein Kinn, das Mut verriet, und vor allem jene zarte, fast durchsichtige, blasse Haut. Diese Blässe war keine Folge der Unterernährung. Das hatte Denham sofort erkannt, denn eine solche herrliche Haut passte genau zu dem Haar, das ihr ramponierter Hut nur schlecht verbarg. Das war reines Gold. Wäre Denham ein Dichter gewesen, aber er war es nicht, so hätte er sich vorstellen können, daß es aus Sonnenstrahlen gesponnen sei. Sie spürte seinen durchdringenden, doch zufriedenen Blick und lächelte. »Jetzt bin ich eine ganz andere Anne Darrow«, sagte sie. »Fühlen Sie sich besser?« »Oh ja, ich bin Ihnen so dankbar. Sie sind so gütig zu mir gewesen.« »Loben Sie mich nicht so sehr«, sagte Denham schroff. »Es ist nicht reine Menschenfreundlichkeit, warum ich hier mit Ihnen sitze und mein Geld für Sie ausgebe.« Im Nu war alle Fröhlichkeit aus Anne's Gesicht gewichen. Sie lächelte kaum noch und blickte ihn erschreckt an. Denham nahm keine Notiz davon. »Wie sind Sie in diesen Schlamassel geraten?« »Ach, ich habe einfach Pech gehabt, nehme ich an. Es geht vielen Mädchen wie mir.« »Aber nicht viele sehen so gut aus.« »Ach, wenn ich einigermaßen gut angezogen wäre, käme ich vielleicht schon durch.« Immer noch lag Angst in Ihrem schwachen Lächeln. »Aber wenn ein Mädchen in Lumpen herumlaufen muss.« »Haben Sie Familie?« »Ich soll irgendwo einen Onkel haben.« »Schon mal geschauspielert?« »Ein paar Statisten rollen in einem Filmstudio in Fort Lee. Einmal bekam ich sogar eine richtige Rolle.« »Aber dann wurde das Atelier geschlossen.« Er wagte noch eine Frage. »Sind Sie so ein Stadtmädchen, das hysterisch schreit, wenn es eine Maus sieht und das beim Anblick einer Schlange in Ohnmacht fällt?« »Ich bin ein Mädchen vom Lande. Ich würde mir nicht gerade eine Maus als Haustier aussuchen, aber eine Schlange habe ich schon einmal getötet.« Denim warf sich noch einmal triumphierend in die Brust, dann stand er auf. »Hören Sie, Kleine, ich habe eine Arbeit für Sie.« N stand ebenfalls auf und begegnete Denims Blick ruhig und gefasst. »Wenn Sie sich erst einmal satt gegessen und richtig ausgeruht haben und wieder richtig in Form sind, werden Sie genau der Typ sein, den ich brauche.« »Wann, wann soll ich diese Arbeit beginnen?« »Jetzt, in diesem Augenblick. Und als erstes werden wir Ihnen ein paar neue Kleider kaufen. Kommen Sie, einige Geschäfte am Broadway sollten noch offen sein.« »Aber was ist das denn für eine Arbeit?« »Eine Arbeit, die Ihnen Geld, Abenteuer und Ruhm verspricht, die aufregendste Zeit Ihres Lebens und eine lange Schiffsreise, die um sechs Uhr morgen früh beginnt.« N setzte sich wieder und schüttelte nüchtern gelassen den Kopf. Jetzt war keine Angst mehr in Ihrem Gesicht zu sehen. Stattdessen zeigte Ihr Ausdruck jene gelassene Duldsamkeit, die auf lange, bittere Erfahrungen schließen ließ. »Nein, es tut mir leid, aber es geht nicht. Ich brauchte so dringend eine Arbeit. Ich war wirklich am Verhungern. Aber das kann ich nicht.« »Was?« brüllte Denham und starrte sie verdutzt an. Dann lachte er und griff nach der Zigarette, die er seit dem Zwischenfall im Laden vergessen hatte, anzuzünden. »Ach, ich verstehe. Nein, mein Kind, nein, nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Die Sache ist rein geschäftlich.« »Ja, dann«, sagte N etwas schuldbewusst, »ich wollte nur kein, kein Missverständnis, natürlich. Das verstehe ich vollkommen, es war meine Schuld. Ich war so aufgeregt, dass ich Ihnen noch gar nichts erklärt habe.« »Ich werde es Ihnen gleich erklären.« »Mein Name ist Denham.« »Ja, ich glaube, Sie machen Filme im Dschungel und an ähnlichen Orten.« »Genau. Und ich habe Sie eben für die Hauptrolle in meinem nächsten Film ausgesucht. Um sechs Uhr geht die Reise los. Ich habe mich die ganze Zeit nicht so recht getraut, Ihnen das zu erzählen, N. Es wird eine lange Reise werden, denn unser Ziel ist sehr weit von hier. Aber bevor wir dort ankommen, haben wir eine schöne Fahrt auf der warmen blauen See mit Mondschein und aller Romantik. »Denken Sie nur, N. Ganz gleich, was Sie am Ende der Reise erwartet. Es ist doch immer noch besser, als hier in New York herumzusträuchen, wo Sie jede Nacht befürchten müssen, am nächsten Morgen in der Gosse zu landen.« »Ganz gleich, was mich am Ende der Reise erwartet,« flüsterte N. »Es ist besser.« »Ich bin ein anständiger Mensch, N.,« fügte Dannem hinzu, »und ich werde mich Ihnen gegenüber stets anständig verhalten. Keine faulen Tricks.« »Können Sie mir nicht sagen, was ich zu tun habe?« »Kopf hoch und haben Sie Vertrauen zu mir,« sagte Dannem und hielt ihr seine Hand hin. N. schaute ihm eine ganze Weile lang in die Augen. Dannem lächelte. »Was für ein Glückspilz ich bin,« sagte er sich und betrachtete noch einmal in dankbarer Zufriedenheit ihr goldenes Haar, die anmutigen Gesichtszüge und ihre herrlich proportionierte Figur. Jetzt lächelte auch N. und schüttelte ihm ernst feierlich die Hand. N. war plötzlich hellwach. Sie lag in ihrem engen Kajütenbett. Einen Augenblick lang fragte sie sich, wie sie dort hingekommen war. Vor allem aber beschäftigte sie der Gedanke, dass dies der erste Morgen seit vielen Wochen war, an denen sie nicht vor Hunger aufgewacht war. Erst dann erinnerte sie sich an die außergewöhnliche Begegnung vom letzten Abend. Sie setzte sich auf. Dann sah sie den mit Äpfeln gefüllten Korb in ihrer Kabine und lachte hell. Dennem hatte ihr die Früchte noch zuallerletzt gekauft, bevor sie mit Paketenbelahnd in das Taxi gestiegen waren. Kleiderschachteln, Hutschachteln, Schuhschachteln hatten sich im Wageninneren aufgetürmt. Und dann waren die Äpfel noch dazugekommen. »Und hier ist ein Korb für die Äpfel«, hatte er gesagt. Sie waren lange nach Mitternacht an Bord gestiegen. Am Pier hatten sie noch den alten, rotnäsigen Wachmann gesehen, der ihr misstrauisch nachgestarrt hatte. Dann war sie mit dem Korb in der Hand, Denem einen trübe beleuchtenden Gang heruntergefolgt. »Das wird Ihre Kabine sein«, hatte er gesagt. »Der Schlüssel steckt drinnen. Haben Sie all Ihre Sachen? Schön. Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. Und schlafen Sie sich tüchtig aus. Bleiben Sie in Ihrer Kabine. Wenn ich Sie vormorgen Nachmittag an Deck sehe, lasse ich Sie vom Kapitän in Ketten legen.« Entstrich sich ihr wallendes Goldhaar von der Stirn und schaute mit ihren hellwachen blauen Augen auf die kleine Wanduhr, die zur Ausstattung ihrer Kabine gehörte. Es war kurz vor acht Uhr. Sie hatte also fünf bis sechs Stunden im Bett gelegen. Aber geschlafen hatte sie höchstens eine halbe Stunde. Sie gähnte, streckte sich und lachte wieder. Welches Mädchen hätte bei halb so viel Aufregung überhaupt schlafen können? Und da sie aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Stunden noch ebenso aufgeregt sein würde, beschloss sie, an Deck zu gehen, trotz der angedrohten Strafe vom Kapitän in Ketten gelegt zu werden. Sie wollte es drauf ankommen lassen. Sie erinnerte sich aus Denims Beschreibung seiner engsten Mitarbeiter, dass der Kapitän Engelhorn hieß und ein altes Raubein aber ein netter Kerl wäre. Und Driscoll, der erste Offizier, sei, so sagte Denim, ein junges Raubein, aber ebenfalls ein netter Kerl. Sie schwang ihre schlanken Beine über den Bettrand, stand auf und ging zum offenen Bullauge. Die von Denim angesagte Abfahrtszeit um sechs Uhr früh war offensichtlich eingehalten worden. New York war verschwunden. Achterschiffs war am Horizont noch Land in Sicht, aber sonst war von allen Seiten nur noch Wasser zu sehen. Die See war ruhig unter einem friedlichen, leicht bewölkten Himmel. Das Schneetreiben der letzten Nacht hatte aufgehört und damit war auch die Drohung stürmischen Wetters verschwunden. Die Temperatur war milde genug, dass N., die nur mit einem leichten Nachthemd bekleidet war, nicht froh. Jetzt wandte sie sich vom Bullauge ab und betastete entzückt den weichen Stoff ihres Nachthemds. »Kaufen Sie sich, was Sie wollen, Kleine«, hatte Denim gesagt. »Sie kommen mich immer noch billiger als jemand, den ich vom Broadway oder in Hollywood hätte engagieren müssen. Also greifen Sie zu. Geld spielt keine Rolle.« So hatte sie sich überlegt, dass sie monatelang keine Geschäfte mehr sehen würde und hatte Denim beim Wort genommen. Nachthemden, Unterwäsche, Strümpfe, Pyjamas, Hauskleider, Mäntel, Kleider, Kostüme und Hüter hatte sie gekauft und dazu genügend Kosmetika, um einen Schönheitssalon auszustatten. Und jetzt lag das alles hier bei ihr, aufgehäuft zu einem Berg von wackelnden Schachteln, die bei dem eifrigen Stampfen der Maschine der Wanderer ihr jeden Augenblick mit einem Ruck vor die Füße zu fallen drohten. Sie beschloss, wenigstens ein Paket zu öffnen und da sie natürlich der freudigen Versuchung erlag, immer mehr von ihrer neuen Habe zu bewundern, war es bereits nach neun, als sie ihre Kabinentür hinter sich schloss und in den menschenleeren Gang trat. Sie trug noch ihr altes Kleid unter dem neuen Mantel, denn sie wollte nicht, dass Denim glaubte, sie sei allzu erpicht darauf, sich in ihrem neu erworbenen Luxus zu sonnen. Aber unter dem Kleid trug sie die zarte, reine, seidene Unterwäsche, die ihren Körper von den Schultern bis zu den Füßen liebkoste. »Nein, wirklich«, dachte sie, als sie das Deck betrat, »es ist tatsächlich ein Jammer, dass es keine Autos auf dem Schiff gibt. Das wäre der richtige Zeitpunkt, sich von einem solchen Ding in ein Unfallopfer verwandeln zu lassen. Ich bin noch nie so gut drauf vorbereitet gewesen.« Das Deck war fast so verlassen wie der Gang im Schiffsinneren. Selbst eine weibliche Landrate brauchte nicht lange, um daraus zu schließen, dass die Offiziere und die Mannschaft sich nach dem Abfahrtsmanöver nach unten begeben hatten, um ihren Beschäftigungen nachzugehen. Nur eine Gestalt war sichtbar. In einer windgeschützten Ecke und ganz in der Wärme der Morgensonnenstrahlen hockte ein Matrose, der so alt wie Methusalem sein mochte, ein sonnenverbrannter, mager, kahlköpfiger Kauz, der vor sich hinsummte und mit einem schnatternden Affen spielte, für den er allerlei Knoten band. N. näherte sich ihm behutsam. Der alte Seemann hatte ein so freundliches Gesicht und sie fühlte sich so glücklich, dass sie sich plötzlich neben das kleine Äffchen setzte und sagte, »Zeigen Sie mir auch, wie das geht?« »Ist beliebt«, antwortete der alte Seebär ruhig, und an seinem Augenzwinkern erkannte N., dass er ihre leisen, vorsichtigen Schritte schon längst gehört hatte. Und an seinem ruhigen Ton merkte sie, dass sich die Nachricht von ihrer Ankunft auf dem Schiff bereits durch den Wachmann der Wunderer herumgesprochen hatte. »Gewiß«, sagte der alte Seemann. »Aber zuerst einmal wollen wir uns vorstellen.« »Ich bin Lampi, und das da, das ist Ignaz.« »Und ich bin Endero.« »Na, dann ist ja alles in Ordnung«, erklärte Lampi. »Also das hier«, fuhr er fort und wand das Stück Seil mit erstaunlicher Behändigkeit, »das hier ist eine laufende Bouline.« »Rauf, rüber und durch.« »Hier.« »Versuchen Sie's mal.« Anne nahm das Seil, aber anstatt seiner Anweisung zu folgen, blickte sie verträumt über die grüne, sanft bewegte See. »Ach, Lampi«, seufzte sie, »ist es nicht herrlich, hier auf See zu sein?« »Wissen Sie, mir wär ein großes Glas Bier vom Fass mit viel Schaum in Curleys Bar alle Tag lieber«, antwortete Lampi ganz offen. »Und ich möchte wetten, dass Ignaz da wohl eine schöne, hohe Kokospalme neunzehnmal wundervoller fände, aber das ist ja nun mal Geschmackssache.« »Oh ja, natürlich«, gab Anne zu. »Es wird bestimmt nicht immer so herrlich sein. Ich denke, dass es bei hohem Seegang ziemlich schlimm werden kann.« »Besser wär's«, meinte Lampi trocken, »wenn man sich das Wetter aussuchen könnte. Und auch die Arbeitszeit«, fügte er hinzu und erhob sich hastig, als ein Pfeifensignal ertönte. Anne blieb mit Ignaz in der geschützten, sonnigen Ecke sitzen, während Lampi davon eilte. Mit dem letzten Pfeifenton kamen einige andere Matrosen eilig herbeigestürzt, während aus den Quartieren im Achterdeck nicht weit vom Gang, aus dem Anne an Deck gekommen war, der Mann trat, der sie herbeigepiffen hatte. Der junge Kerl war so mit seinem Vorhaben beschäftigt, dass er die kaum seinen Blicken verborgene Zuschauerin gar nicht bemerkte. Er trug eine Offiziersmütze und ein herrliches schwarzes Wollhemd, das er unmöglich von seinem Seemannssold bezahlt haben konnte. Im Übrigen war er kaum anders gekleidet als die Männer, die er flott zur Arbeit anhielt. Es war Anne allerdings nicht klar, woraus diese Arbeit bestand, außer dass sie mit einer offenen Lukentür, mit einer riesigen Kiste in einiger Entfernung davon und mit einem verwirrend großen Haufen von Schiffstau zu tun hatte. Es war ein solches Wirrwarr von Tauwerk, das Anne etwas mehr aus ihrer Ecke heraustat, um besser zuschauen zu können. Inzwischen fuhr Driscoll fort, rasche Befehle zu erteilen. Ein Matrose ließ eins der Tauenten fallen und zeigte keinerlei Absicht, es wieder aufzuheben. »Nein, nein«, rief Driscoll, »bringt das Tau nach Achtern!« Er machte eine Handbewegung in die angegebene Richtung und kam dabei Anne so nahe, dass sie leicht seine Schulter hätte berühren können. »Nach Achtern, du Kuhbauer! Da hinten hin!« Er warf wütend den Arm herum, mit solchem Schwung, dass ein Finger mit Wucht Anne's Gesicht streifte. Sie verspürte sekundenlang einen stechenden Schmerz, taumelte in ihre Sonnenecke zurück und wäre fast gestürzt. Ignaz brach in Lärm des Geschnatter aus. »Was zum...« Als Driscoll sich umwandte und Anne erblickte, nahm er sich zusammen und fuhr in milderem Ton fort. »Was machen Sie denn hier? Sie sollten doch schlafen!« »Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen,« erklärte sie. Sie sprach leise und etwas verlegen, denn sie wusste ja, dass sie hier nichts zu suchen hatte. »Hm, es tut mir leid.« Driscoll schaute beschämt auf seine Finger. »Hoffentlich hat der Schlag sie nicht zu hart getroffen.« »Überhaupt nicht!« rief Anne so laut und überzeugend, dass sie beide lachen mussten. »So«, sagte Driscoll nach einer kleinen Pause. »Sie sind also das Mädchen, das Denim in letzter Minute aufgetrieben hat.« »Ja, und im Augenblick bin ich ziemlich aufgeregt,« sagte Anne lächelnd. »Es ist alles so bestürzend, und ich bin noch nie in meinem Leben auf einem Schiff gewesen.« »Und ich«, erwiderte Driscoll mit einer Barschheit, die Anne daran erinnerte, dass man ihn ihr als Raubein beschrieben hatte, »bin noch nie in meinem Leben mit einer Frau auf einem Schiff gewesen.« »Sie scheinen nicht viel von Frauen an Bord eines Schiffes zu halten, nicht wahr?« »Um ihnen reinen Wein einzuschenken, halte ich Frauen auf See für ausgesprochene Nervensägen.« »Ich werde mich bemühen, keine zu sein«, sagte Anne errötend. »Sie sind mir schon einmal in den Weg gekommen,« erinnerte Driscoll sie schonungslos. »Bleiben Sie lieber unten.« »Was? Doch nicht die ganze Reise hindurch,« rief Anne und musste wieder lachen. Der junge Offizier schaute ihr in die Augen und blickte dann weg. »Von Zeit zu Zeit dürfen Sie schon einmal heraufkommen,« meinte er und bemühte sich, ein Grinsen zu unterdrücken. »Sagen Sie, tut der Schlag ins Gesicht noch weh? Es war wirklich ein Volltreffer.« »Ich kann's ertragen.« Mein bisheriges Leben bestand zum größten Teil aus Schlägen ins Gesicht. Anne hatte plötzlich in bitterem Ton gesprochen, und Driscoll sah ihr noch einmal in die Augen, aber mit mehr Aufmerksamkeit. »Wenn's so ist,« sagte er, »dann wollen wir mal etwas dagegen tun. Ich werde Ihnen was sagen.« »Kommen Sie an Deck, wann immer Sie Lust haben.« Noch einmal trafen sich ihre Blicke. Dann beugte sich Anne vor Verlegenheit leicht errötend nieder und nahm das schnatternde Äffchen in ihre Arme. In dem Moment trat Denim aus den Quartieren im Achterdeck und kam auf sie zu. »Erinnere ich mich recht, dass ich Ihnen befohlen habe, einmal um die Uhr zu schlafen,« rief er ihr zu. »Es war unmöglich. Ich war viel zu aufgeregt, um schlafen zu können.« »Wie ich sehe, haben Sie bereits mit einigen Mitgliedern der Mannschaft Bekanntschaft geschlossen.« »Ja, Ihren ersten Offizier finde ich ein bisschen unkontrollierbar, aber Ignaz ist friedlich und lieb.« Denim schaute Ignaz nachdenklich an. »Die Schönheit,« murmelte er wie zu sich selbst. »Die Schönheit und die Bestie.« »Ich habe zwar nie behauptet, dass sie schön sei,« protestierte Driscoll, »aber sieh doch nicht, Jack.« »Ignaz!« »Schauen Sie nur, wie ruhig er geworden ist.« »So ruhig war er noch nie bisher.« »Nicht einmal, wenn der alte Lampi ihn in seinen Armen hielt.« »Die Schönheit,« wiederholte Denim versonnen. »Die Schönheit und die Bestie.« »Das ist wirklich interessant. Sehr interessant.« »Wie bitte?« fragte Driscoll. »Das werden Sie noch bei Zeiten herausfinden, Jack.« Jetzt wandte Denim sich N. zu. »Da Sie nun schon einmal aufgestanden sind, können wir gleich mit der Arbeit beginnen. Mal sehen, woran wir sind. Ich werde ein paar Probeaufnahmen von Ihnen machen. Gehen Sie in die Kabine hinunter. Kapitän Engelhorn wird Ihnen die Schachteln mit den Kostümen zeigen. Suchen Sie sich irgendetwas aus, das Ihnen gerade passt. Bis Sie sich fertig angezogen und geschminkt haben, steht die Sonne hoch genug, um uns genügend Licht für die Aufnahmen zu geben. Anne setzte Ignaz ab. »Wissen Sie, wie man sich für Außenaufnahmen schminkt?« »Ich glaube schon,« sagte Anne und versuchte, ihre Nervosität zu verbergen. »Ich werde nicht lange brauchen.« Als sie gegangen war, wandte Driscoll sich etwas stirnrunzelnd seinem Arbeitgeber zu. »Scheint ein nettes Mädchen zu sein.« »Darauf würde ich schwören, Jack.« »Gar nicht die Art, die man auf solch einer Fahrt gewöhnlich antreffen würde.« »Sie ist tausendmal besser.« »Ich frage mich, ob wir Sie wirklich hätten mitnehmen sollen, Mr. Dannem.« »Was meinen Sie?« Dannem blickte seinen ersten Offizier einen Augenblick lang verdutzt, ungeduldig und zuneigungsvoll an. »Kommen Sie schon,« sagte er schließlich. »Helfen Sie mir beim Aufstellen der Kamera.« Das taten sie, während die Mannschaft nach der Unterbrechung durch den Zwischenfall, als Driscolls Hand auf Anne's Gesicht landete, weiter die auf Deck liegende Ladung im Schiffsinneren verstaute. Als Anne zurückkam, waren beide Arbeiten ausgeführt. Sie hatte die Schachteln und Koffer mit den Kostümen mühelos gefunden. Und nun erschien sie in ein bezauberndes Etwas gehüllt, das im scharfen Gegensatz zu dem unansehnlichen Kleid stand, in dem sie zuerst an Deck gekommen war. Es war ein merkwürdiges, primitives Gewand aus weichen, raschelnden Grasbüscheln und noch weicheren, bunt schillernden Seidenstreifen. An den Stellen, wo es sie nicht bedeckte, traten ihre Arme und Beine in matt-elfenbeinfarbenem Kontrast aus dem grünlichen Braun der Büschel und dem leuchtend glänzenden Seidenstoff hervor. »Sie sieht wie eine merkwürdig fantastische Braut aus«, stammte Driscoll verblüfft. Denim schien bei diesem spontanen Kompliment triumphierende Freude zu empfinden. »Tatsächlich?« fragte er. »Meinen Sie das wirklich, Jack?« Driscoll nickte. »Aber nicht wie die Braut irgendeines gewöhnlichen Mannes, nicht wahr?« forschte Denim weiter. »Nein, nicht wie, nicht wie, es mag verrückt klingen, wenn ich es sage, aber sie sieht nicht wie die Braut eines Mannes aus, der je gelebt hat, eher wie die Braut eines Menschen oder eines Wesens eher.« »Das ist mein Kostüm zum Thema »Die Schönheit und die Bestie«, erklärte Denim mit schöpferischem Stolz. »Was immer es auch ist«, sagte Anne und trat auf sie zu, »es ist das hübscheste Kostüm aus der ganzen Sammlung.« »Das ist es«, rief Denim. »Stellen Sie sich dort drüben hin.« »Ich bin so nervös, Mr. Denim, wenn ich Ihnen nun nicht fotogen genug bin.« »Keine Bange, mein Kind. Wenn ich dessen nicht sicher wäre, hätte ich sie gar nicht mitgenommen. Unsere einzige Sorge ist jetzt, die richtigen und besten Blickwinkel für die Aufnahmen zu finden, und das ist nur ein kleines Problem.« Anne lächelte hoffnungsvoll und bewegte sich gehorsam nach den Anweisungen ihres Regisseurs. »Zuerst das Profil«, befahl Denim. Er blickte in den Sucher, stellte die Kamera ein und schraubte sie fest. »Jetzt! Wenn ich zu drehen anfange, halten Sie einen Augenblick still. Dann wenden Sie sich langsam mir zu. Schauen Sie mich an. Sehen Sie überrascht aus. Dann lächeln Sie ein wenig. Dann hören Sie zu. Dann lachen Sie. Verstanden?« »Kamera läuft!« Eine rasche Erregung teilte sich allen Zuschauern mit, als Denim zu drehen begann. Er war selbst in einer solchen Spannung, dass seine Gefühle am Überlaufen zu sein schienen. Und während die folgende Szene ihren Lauf nahm, verhärtete sich sein Gesicht und wurde rot vor Anstrengung, als er sich bemühte, Anne seine eigenen Empfindungen einzugeben. »Blicken Sie auf. Langsam! Langsam! Sie sind ruhig. Sie sehen noch nichts. Schauen Sie weiter empor. Hör! Da! Jetzt sehen Sie es! Sie sind entgeistert. Sie trauen Ihren eigenen Sinnen nicht. Ihre Augen öffnen sich weiter. Weiter! Es ist entsetzlich. Aber Sie sind fasziniert. Sie sind wie gebannt. Sie können nicht wegsehen. Sie können sich nicht bewegen. Sie sind wie gelähmt. Was ist das? Sie sind hilflos, Anne. Sie haben keinen Ausweg. Was können Sie tun? Wie können Sie entrinnen? Sie sind hilflos. Hilflos! Aber Sie können schreien. Das ist Ihre einzige Hoffnung. Wenn Sie nur schreien könnten. Aber Sie können es nicht. Ihre Kehle ist wie gelähmt. Versuchen Sie zu schreien, Anne. Vielleicht könnten Sie es, wenn Sie nicht das sehen würden, wenn Sie den Blick abwenden könnten. Aber Sie können ihn nicht abwenden. Aber Sie können Ihre Augen verdecken, Anne. Halten Sie den Arm vor Ihre Augen, Anne, und schreien Sie. Schreien Sie, Anne! Es geht um Ihr Leben! Anne hatte ihre Augen mit dem Arm verdeckt und war in ihrem glanzvoll zauberhaften Gewand in Winzigkeit zusammengeschrumpft. Sie schrie. Ihr wilder, hoher Schrei hallte gellend in den milden, warmen Wind. Es war ein wahrer Schreckensschrei. Denim hatte erreicht, was er sich erhofft hatte. Anne spielte ihre Angst nicht. Sie empfand wahre Todesangst. Sie war so wahrhaftig von Schrecken und Entsetzen befallen, dass Ignaz sich in mitfühlender Panik ganz eng an Lampi kuschelte und sein Köpfchen an der Brust des alten Mannes verbarg. »Großartig!« rief Denim und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Kleine? Sie haben es in sich. Sie sind genau die Richtige. Und da ist kein Irrtum mehr möglich.« Driscoll packte Engelhorn bei der Schulter. »Mein Gott!« stammelte er. »Ich muss unbedingt wissen, was hier vorgeht.« »Was soll das bedeuten? Was hat er nur mit ihr vor? Was glaubt er, dass sie nun wirklich erblicken soll?« »Immer langsam, immer mit der Ruhe«, flüsterte Engelhorn zurück. Seine Kinnladen hoben und senkten sich unaufhörlich mit der gleichen methodischen, geruhsamen Kaubewegung. »Ich denke, wir können uns auf ihn verlassen. Ich denke, wir werden uns auf ihn verlassen müssen.« Die Wanderer stieß ihre plumpe und muschelbesetzte Nase mit großer Gleichmäßigkeit durch das fast ölig schwere Meer. Endlose, schaumige Wellen rollten an ihren rostigen Flanken entlang und verloren sich Achtern im schmaler werdenden Kielwasser. Die Richtung war Südwest. Es war Mittagszeit. Das Wetter war tropisch heiß. Es war so heiß, dass die Mannschaft eben nur noch so viel Ankleidung trug, wie es die Gegenwart einer Dame verlangte. Der erste Offizier fühlte sich in seinen Segeltuchhosen und einem Hemd aus chinesischer Seide verhältnismäßig frisch. Das heißt, er hätte sich so gefühlt, wenn er nicht mit einer leichten, hitzigen Ungeduld auf das Erscheinen einer gewissen Person gewartet hätte. Schließlich erschien Anne. Sie war ganz in Weiß gekleidet, trug einen weichen Sonnenhut aus Leinen, ein gestärktes Leinenkleid, Segeltuchschuhe, aber keine Strümpfe. Ihre wohlgeformten Fußknöchel hatten die goldene Farbe von Herbstblättern angenommen und die Sonne hatte ihre Wangen leicht gerötet. »Guten Tag, Lampi«, rief sie fröhlich. Lampi setzte sich auf, rieb sich die sonnenverbrannten Rippen und befahl dem wohldressierten Ignaz, eine Verbeugung zu machen. »Und mir sagt man gar nichts?«, fragte Driscoll vorwurfsvoll. »Grüß Gott, Jack«, lächelte Anne. »Wo waren Sie so lange?« »Ich habe noch einige Kostüme für Mr. Denim anprobiert.« Sie nickte dabei sehr befriedigt. Und ich sah sehr hübsch in Ihnen aus. »Warum haben Sie mir nicht auch Gelegenheit gegeben, Sie zu sehen?« »Ihnen? Sie hatten Gelegenheiten genug. All die Male, die Mr. Denim mich hier an Deck brachte, um Aufnahmen zu machen.« »All die Male? Das war höchstens ein bis zwei Mal.« »Dutzende von Malen.« Driscoll schüttelte mitleidsvoll den Kopf. »Manche Leute brauchen wirklich eine Menge Zeit, bis sie sich entschließen können.« »Es ist aber sehr wichtig, herauszufinden, von welcher Seite ich mich am besten fotografieren lasse.« »Warum nicht beide Seiten? Was sollte denn auf einer Seite nicht stimmen?« »Mr. Denim hat wahrscheinlich schon hunderte von Fehlern daran bemerkt.« »Mir gefallen beide Seiten.« N. nickte Ignaz zu, und der stets eifrige kleine Spielgefährte sprang ihr in die Arme. Ihr Gesicht war etwas hinter seinem Köpfchen verborgen, und sie lächelte ein wenig schüchtern verschämt. »Ja, aber Sie sind nicht mein Regisseur.« »Wenn ich Ihr Regisseur wäre,« sagte Driscoll mit plötzlicher Feierlichkeit, »dann wären Sie nicht hier.« »Na, das ist aber nicht gerade sehr nett.« »Ach, Sie wissen genau, was ich meine, Anne.« Trotz Ihrer spöttischen Blicke blieb er feierlich ernst. »Natürlich ist es wunderbar, Sie auf dem Schiff zu haben, aber wofür sind Sie hier?« »Welche Wahnsinnsschau hat Denim mit Ihnen vor, wenn wir einmal dort ankommen, wo immer das sein mag.« »Ach, es ist mir ganz gleich, was er plant. Es macht mir auch gar nichts aus, dass er unser Reiseziel so geheim hält. Es spielt keine Rolle, wo wir hinfahren, oder was er mit mir vorhat und was er von mir verlangen wird. »Solange ich das hier gehabt habe.« Ihr schlanker Arm machte eine Bewegung, die alles, was vom Heck bis zum Buch der Wanderer sichtbar war, einschloss. »Ich habe die schönste und glücklichste Zeit meines Lebens auf diesem alten Schiff verbracht.« »Meinen Sie das wirklich, Anne?« »Natürlich.« Aber sie flüchtete sich sogleich in unverräterische Allgemeinheiten. »Alle hier sind so nett. Lampi. Und Sie, Mr. Denim, und der Skipper. Ist der Kapitän nicht ein süßes, altes Lämmchen?« »Ein was?« Duskel schaute sich bestürzt um. »Wenn das bloß nicht einer von der Mannschaft gehört hatte. Oder schlimmer noch, der Kapitän selbst.« »Ich sagte, ein süßes, altes Lämmchen.« »Seien Sie froh, dass er es nicht gehört hat. Das gäbe vielleicht einen Stunk,« sagte Duskel. Sie schlenderten zur Reling und schauten über das tropische Meer. Das Wasser war voller kleiner glitzernder weißer Flecken, die sich bei näherem Hinschauen als Quallen entpuppten. Jedes dieser Tierchen hatte sein eigenes kleines Segel aufgespannt. Keins war so groß, dass es nicht in eine Handfläche gepasst hätte, und da segelten sie nun zu Tausenden lustig und zuversichtlich mitten im Ozean herum. Lampi nannte sie Meerastern. Anne und Driscoll schwiegen zufrieden. In den Wochen, seit die Wanderer den Hafen von New York verlassen hatte, waren sie sich überraschend nahe gekommen. Driscoll war schweigsam und zurückhaltend. Er war den Umgang mit Mädchen nicht gewohnt, und trotzdem hatte er erzählt, wie er als Junge von zu Hause fortgelaufen war, um auf See zu gehen, weil er die Schule hasste. Er hatte ihr von seiner Mutter erzählt und wie sie ihm verziehen und sich mit den gefährlichen Abenteuerfahrten, die er mit Denim unternahm, schließlich abgefunden hatte. Und Anne hatte Driscoll und nur Driscoll ihre ganze Vergangenheit gebeichtet, bis zu dem Augenblick, als der fast gestohlene Apfel ein Wunder bewirkt hatte. Sie hatte ihm von der heimatlichen Farm erzählt, wie sie dann Vater und Mutter verloren hatte, und wie sie von ihrem Onkel, dem sie nach des Vaters Tode die Erbschaft anvertraut hatte, verraten und betrogen worden war. Sie hatte ihm von ihrer Ankunft in New York erzählt, von all dem Elend, das sie durchgemacht hatte, von ihren verzweifelten Bemühungen, eine Arbeit zu finden, von Enttäuschung, Hunger und Angst. Jetzt dachte sie über all das nach. »Ich hatte Glück«, sagte sie plötzlich sehr nüchtern, »dass ich an jenem Abend in New York Mr. Denim über den Weg gelaufen bin.« »Da Sie gerade von Denim sprechen«, ertönte eine lebhafte Stimme hinter Ihnen. »Darf ich mich in das Gespräch einmischen?« Der Filmregisseur wippte unternehmungslustig auf seinen Hacken. »Wollen Sie weitere Aufnahmen machen?«, wollte Driscoll wissen. Anne brachte den kleinen Ignaz wieder zu Lampi zurück, um sich bereit zu halten, aber Denim schüttelte den Kopf. »Es hat wirklich keine Eile«, sagte er. »Aber wenn Sie einmal Zeit hätten, Anne, könnten Sie ein wenig Näharbeit tun. Ich habe gerade festgestellt, dass das die Schönheit und die Bestie-Kostüm an den Nähten aufgerissen ist. Und es liegt mir besonders daran, dass dieses Kleidungsstück verwendungsbereit ist, so wie wir es brauchen.« »Ich werde es gleich zusammennähen«, versprach Anne. »Es muss aufgerissen sein, als ich es gestern auszog.« Als sie verschwunden war, zündete Denim sich eine Zigarette an. Er bot auch Driscoll eine an, aber der junge Offizier vergrub seine Hände tief in den Taschen, sodass sie sich wie zwei harte Klumpen in der eng anliegenden weißen Hose abhoben. »Mr. Denim«, sagte er verbissen, »jetzt muss ich mich doch mal in Ihre Angelegenheiten einmischen.« »Was haben Sie denn auf dem Herzen, Jack?«, fragte Denim und betrachtete das glühende Ende seiner Zigarette. »Wann werden wir endlich erfahren, wo die Reise hingeht?« »Sehr bald, denke ich«, sagte Denim lächelnd. »Und werden Sie uns erzählen, was geschieht, wenn wir dort ankommen?« »Verlangen Sie doch nicht von mir, dass ich den Wahrsager spiele, junger Mann.« »Aber verdammt noch mal, Sie müssen doch irgendeine Vorstellung haben von dem, was Sie vorhaben.« Denim schnippte seine Zigarette über die Reling und sah Driscoll fragend an. »Wollen Sie weich werden, Jack?« »Sie wissen verdammt gut, dass ich nicht weich werde.« »Also? Warum das ganze Theater?« »Sie wissen genau, dass es nicht meinetwegen ist. Es ist wegen Anne.« »Ach so«, Denim wurde kalt und ernst. »Also das Mädchen hat Sie weich gemacht.« »Lassen Sie den Quatsch lieber sein, Jack. Ich hab schon so genug Sorgen. Bringen Sie nicht noch eine Liebesaffäre ins Spiel. Das würde die Dinge nur noch mehr komplizieren.« »Wer hat denn was von einer Liebesaffäre gesagt?« Driscoll war rot geworden. »Es scheint einfach unvermeidlich zu sein«, sagte Denim und blickte gedankenvoll zum Krähennest hinauf. »Da braucht sie einem großen, hartgesottenen Ei wie Ihnen nur ein hübsches Gesicht über den Weg zu laufen und – peng – schon platzt es und zerschmilzt.« Driscoll starrte ärgerlich verdutzt seinen lächelnden Arbeitgeber an, als ein junger Matrose angerannt kam. »Mr. Denim«, rief er. »Der Kapitän lässt Sie bitten, auf die Kommandobrücke zu kommen. Wir haben die Position erreicht, die Sie auf der Seekarte angestrichen haben.« »Schön, Jimmy. Ich komme.« Denims Gesicht hält er sich auf und er warf sich mit der für ihn typischen triumphierenden Geste in die Brust, so wie er es getan hatte, als er endbegegnet war. »Kommen Sie mit, Jack. Das betrifft auch Sie. Sie wollten doch wissen, wo die Reise hingeht. Folgen Sie mir. Jetzt werde ich's ausplaudern.« Er rannte zur Kommandobrücke und Driscoll, dessen Augen aufleuchteten, folgte ihm. Kapitän Engelhorn bewahrte auch in dieser entscheidenden Stunde seine unerschütterliche Ruhe und methodische Genauigkeit. Er stand am Tisch und hatte sich über eine Seekarte gebeugt. »Das hier ist unsere Position um zwölf Uhr mittags, Mr. Denim«, sagte er bedichtig, ohne sein Primkauen zu unterbrechen. »Zwo Süd? Neunzig Ost. Sie hat mir doch eine Erklärung versprochen, wenn wir diesen Punkt erreicht hätten.« »Ein gutes Stück westlich von Sumatra«, bemerkte Denim und schaute wie gebannt auf die Karte. Es stimmte genau. »Ein gutes Stück westlich von Sumatra.« »Ein gutes Stück weg von allen mir bekannten Gewässern«, sagte Engelhorn. »Ich kenne das ostendische Meer wie meine Westentasche, aber hierherum bin ich noch nie gewesen.« »Und wohin geht es von hier?«, fragte Driscoll gespannt. »In Richtung Südwest«, gab Denim Kurz und Befehlen zurück. »Südwest?« Engelhorn begann langsamer zu kauen. »Aber in der Richtung gibt es nichts, auf tausende von Meilen. Was machen wir da in Bezug auf Proviant? Wir haben da ein paar ganz schöne Esser an Bord, und da wird der Vorrat nicht lange reichen. Und wie steht's mit dem Trinkwasser und Kohle?« »Nur keine Bange, Herr Kapitän«, lachte Denim. Er hatte sich in seiner ganzen Größe aufgerichtet und sein Gesicht strahlte. »Von hier aus haben wir es nicht mehr weit. Es ist sozusagen gerade um die Ecke von hier.« Er zog seine Brieftasche aus seiner Jacke, öffnete sie und entnahm ihr einen dicken Umschlag. Nachdem er diesen aufgerissen hatte, zog er zwei ziemlich zerknittert aussehende Stücke Papier heraus, legte sie auf den Kartentisch, glättete sie und zeigte sie dem Kapitän und dem ersten Offizier. »Das ist die Insel, die wir suchen.« »Ah, dann wollen wir mal gleich die Position feststellen.« Engelhorn beugte sich über die Seekarte, suchte ein wenig und richtete sich wieder auf. »Mr. Driscoll, holen Sie mir bitte die große Seekarte.« »Diese Insel werden Sie auf keiner Seekarte finden, Skipper, sei sie groß oder klein. Wir können uns nur nach dem richten, was ich Ihnen gezeigt habe. Dieses Bild und die Position habe ich von einem Freund von mir, dem Kapitän eines norwegischen Barkschiffs.« »Der hat Sie auf den Arm genommen,« sagte Driscoll. »Nun hören Sie mal gut zu.« Denham stellte sich den beiden Männern in Pose gegenüber, als wollte er sie nicht nur mit Worten, sondern auch durch seinen Blick überzeugen. Ein Kanu mit Eingeborenen dieser Insel wurde bei einem Sturm in die hohe See abgetrieben. Als unser norwegischer Viermaster sie aufnahm, war nur noch einer von ihnen am Leben. Er starb, bevor sie den nächsten Hafen erreichten, lebte aber lange genug, um dem Kapitän eine Beschreibung der Insel zu geben und ihn durch Andeutungen die ungefähre Lage bestimmen zu lassen. »Und wie sind Sie darauf gekommen?« fragte Driscoll, während Engelhorn wieder im alten Rhythmus weiterkaute. »Vor zwei Jahren, in Singapur. Ich kannte den Norweger schon seit langem, und er war sicher, dass die Sache mich interessieren würde.« »Hat er denn dem Eingeborenen seine ganze Geschichte geglaubt?«, brummelte Engelhorn. »Was spielt das schon für eine Rolle? Ich glaube es. Und warum sollte ich es nicht glauben? Schauen Sie sich doch einmal das Bild an. Mit all den Einzelheiten kann das doch kein Fantasieprodukt sein.« Die Karte der Insel war in der Tat eindrucksvoll. Links sah man eine langgestreckte, sandige Halbinsel, die sich über mehr als eine Meile hinzog. Vor der Halbinsel war ein Riff eingezeichnet und eine Skizze des gewundenen Wasserwegs, auf dem man das Riff umschiffen konnte. In der entgegengesetzten Richtung endete das spärlich bewaldete Gebiet der Halbinsel abrupt an einer steilen Felsenklippe. Diese Klippe war nach den Angaben des norwegischen Kapitäns an die 100 Meter hoch und grenzte an ein dicht bewachsenes Gebiet, das sich über viele Meilen erstreckte und den größeren Teil der Halbinsel ausmachte. Über dieser dicht bewachsenen Hochebene und allem Anschein nach in ihrer Mitte erhob sich ein Berg, dessen grob gezeichnete Umrisse ihm das Aussehen eines Schädels verliehen. Aber die letzte Einzelheit war an sich die erstaunlichste und verblüffendste. Es war eine hohe Mauer, höher als zwölf hochgewachsene Männer, und sie schienen uneinnehmbar zu sein. Und diese Mauer trennte die Halbinsel von der eigentlichen Insel. Sie erstreckte sich von einem Meerufer zum anderen und diente wahrscheinlich als Schutzwall gegen irgendeine Bedrohung, die von der Klippe herab aus dem Hinterland auf die Bewohner der Halbinsel zukommen musste. »Eine Mauer«, brummte Engelhorn erstaunt. »Und was für eine Mauer«, sagte Danim. »Sie wurde vor so langer Zeit errichtet, dass die Nachkommen der Erbauer inzwischen wieder total verwildert sind und sich überhaupt nicht mehr an die höchst bemerkenswerte Zivilisation erinnern können, die ihnen heute noch den Schutz bietet, von dem ihr Leben abhängt. »Und die Mauer soll heute noch genauso stark sein, wie sie es früher war.« Danim hielt inne, um den beiden bedeutungsvoll zuzunecken. »Die Eingeborenen setzen alles daran, ihre Mauer stark zu erhalten. Sie brauchen sie.« »Wozu?«, wollte Driscoll wissen. »Weil auf der anderen Seite etwas ist, etwas, vor dem sie Angst haben.« »Wahrscheinlich irgendein feindlicher Volksstamm«, brummte Engelhorn. Danim blickte den Kapitän von der Seite an und seine lebhaften, braunen Augen zwinkerten. Dann setzte er sich und griff wieder einmal nach seinem oft benutzten Zigaretten-Etui. »Hat einer von euch jemals von Kong gehört?«, fragte er. Driscoll schüttelte den Kopf. Engelhorn kaute nachdenklich. »Kong? Warten Sie mal.« »Ja, das ist so ein malayischer Aberglaube, nicht wahr?« »Ein Gott oder ein Teufel oder irgendwas.« »Irgendwas, das stimmt genau«, gab Danim zu. »Aber es ist weder Mensch noch Tier. Ein richtiges Ungeheuer, von riesiger Macht und sehr lebendig.« »Es hält die Bewohner dieser Insel in Todesangst, so wie es schon deren intelligente Vorfahren, die Erbauer der Mauer, terrorisiert hat.« Engelhorn kaute unbekümmert weiter. Driscoll machte aus seiner Skepsis kein Hehl. »Ich sage Ihnen, da ist etwas auf dieser Insel«, erklärte Danim. »Da ist etwas, das noch kein weißer Mann je erblickt hat.« »Schließlich liegt jeder Legende eine Wahrheit zugrunde.« »Und wenn ich Sie recht verstehe«, meinte Engelhorn, der nun begriffen hatte, worum es ging, »wollen Sie dieses Wesen fotografieren?« »Was das auch sei. Da können Sie ganz sicher sein. Ich werde es aufnehmen.« »Und nehmen wir einmal an«, bemerkte Driscoll trocken, »es lässt sich nicht gern fotografieren. Was dann?« Danim erhob sich lächelnd und rieb sich erfreut und zufrieden die Hände. »Gut, nehmen wir das einmal an«, sagte er. »Und wozu, glauben Sie, habe ich diese hübschen Gasbomben mitgebracht?« Hoch über dem brennend heißen Deck der Wanderer, auf dem die Farbe abblätterte, schob Driscoll den Bodendeckel des Krähennestes hoch und kletterte hinein. Als er wieder auf den Füßen war, reichte er zu Anne herunter. Seine starke braune Hand schloss sich fest und trotzdem behutsam um das zarte Handgelenk. Als auch sie drinnen war, ließ er die Klappe unter seinen Füßen zuschlagen, und nun schaukelten sie beide im leicht schwingenden Rhythmus der Mastspitze. So hoch oben spürten sie sogar eine leichte Brise, und Anne strich sich ihr flachsgoldenes Haar zurück, sodass ihre kleinen wohlgeformten Ohren sichtbar wurden, denn sie wollte die erfrischende Liebkosung der Brise voll und ganz auf ihrer Haut genießen. Driscoll schaute sie zustimmend an und wischte sich den Schweiß von der feuchten Stirn. »Wie herrlich!« rief Anne. »Warum haben Sie mich nicht schon früher hier heraufgebracht? Jetzt komme ich mir erst richtig wie ein Entdeckungsreisender vor. Und bald kommen wir auf eine Insel, wo wir alle die ersten weißen Menschen sein werden. Ist das nicht furchtbar aufregend? Wann, glauben Sie, werden wir dort ankommen?« Anne sah ihn neugierig fragend an. »Wenn es diesen Ort überhaupt gibt,« antwortete Driscoll und lächelte ihr nachsichtig zu, »dann sollten wir in den nächsten 24 Stunden da sein.« »Ich bin selbst auch ziemlich aufgeregt,« gestand Driscoll und blickte nach Südwesten. Anne sah ihn vorwurfsvoll an. »Sie? Warum denn? Sie glauben ja nicht einmal, dass es eine solche Insel gibt?« »Ich hoffe, dass es Sie nicht gibt,« sagte Driscoll trocken. »Und Sie sind der Junge, der von zu Hause fortgelaufen ist, um ein Leben voller Abenteuer zu finden. »Pfui, Herr Offizier!« Ihre Stimme war spätisch scherzend. Wenn sie eine Ahnung hatte, warum er so wenig versessen darauf war, diese geheimnisvolle Insel zu erreichen, so ließ sie es sich nicht anmerken. Driscoll sah sie scharf an. »Wissen Sie denn nicht, warum ich so besorgt bin, Anne? Wissen Sie denn nicht, dass es nur Ihretwegen ist? Ich kann mir nun einmal nicht helfen, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte. Anne, schauen Sie mich an!« Anstatt ihn anzusehen, drehte sie ihren Kopf so, dass Driscoll nur ein weißes Ohr und eine Strähne blonder Locken dahinter zu Gesicht bekam. »Anne, Sie wissen doch, dass ich Sie liebe.« Sie hatte ihren Kopf immer noch nicht umgewandt, aber das weiße Ohr mit den blonden Locken dahinter hatte sich rosa verfärbt. Driscoll fasste sie bei den Schultern und zog sie langsam an sich. Für einen kurzen Augenblick blieb sie an ihn geschmiegt. Dann machte sie sich frei, um den schnatternden Ignaz zu begrüßen, der hinter Ihnen aufgetaucht war. »Jack, er ist wieder einmal ausgebrochen!« »Anne, schauen Sie mich an!« Aber Anne war zu sehr mit dem wild herumtollenden Ignaz beschäftigt. Er sprang ihr auf die Schulter und klammerte sich an ihrem Hals fest. »Jack, ich glaube, er ist richtig eifersüchtig auf Sie!« Driscoll packte den Affen etwas unsanft an und nahm ihn ihr vom Halse. »Anne«, sagte er, »wir haben so wenig Zeit. Bitte, Anne, glauben Sie mir doch!« »Ich habe solche Angst um Sie, und ich liebe Sie so sehr!« Anne schaute ihm in die Augen, und auf einmal war jeder Vorbehalt verschwunden. Ohne sich weiter zu zieren, machte sie einen Schritt auf ihn zu und er nahm sie in seine Arme. Seine Lippen berührten ihr Haar, ihr Ohr mit der goldenen Locke dahinter und schließlich ihren Mund, den sie ihm glücklich lächelnd bot. Im Süden hatte sich das wattige Knäuel unbemerkbar langsam in eine niedrige Nebelwolke verdichtet, die sich allmählich dem Schiff näherte. Aber von denen im Krähennest bemerkte es niemand. Am wenigsten der kleine Ignaz, der wütend zu Enns Füßen vor sich hin schnatterte. Die ganze Nacht hindurch verdichtete sich der Nebel. Einige Stunden vor Tagesanbruch hatte sich die Wanderer unter der Führung des Kapitäns Engelhorn immer mehr jener rätselhaften Insel, die der norwegische Skipper beschrieben hatte, genähert, und ihre Geschwindigkeit war fast auf Steuerkraft gedrosselt worden. Als der Morgen dämmerte, koch sie schleppend langsam durch die gelblich-weiße Nebelschicht und arbeitete sich mühsam Meile um Meile voran. Dieser verdammte Mist von einem Nebel, fluchte Denim. Er konnte vor Aufregungen kaum sprechen. Er war so gespannt, als balancierte er auf einem Seil, und er starrte unaufhörlich in die alles verdeckende Wolke. »Sind Sie Ihrer Position ganz sicher, Kapitän?« »Klar«, brummte Engelhorn mit stoischer Ruhe und schnitt sich eine Portion frischen Prim zurecht. »Gestern Abend. Bevor dieses Zeugs auf uns zukam, hatte ich eine ausgezeichnete Sicht.« »Jack«, flüsterte Anne und ergriff Driscolls Hand. »Wenn wir nicht bald irgendwo landen, explodiere ich. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt gewesen.« »Sei doch ein bisschen still und zapple nicht so herum«, warnte Driscoll sie. »Sonst fällst du mir noch vom Schiff.« »Fügte er ruhiger hinzu. Hör auf, mich noch mehr aufzuregen. Ich bin schon fast reif für die Zwangsjacke. Am liebsten würde ich meine Mütze in die Luft werfen und laut Hurra brüllen. Aber wenn ich bedenke, in was wir dich vielleicht hereinbringen, dann weiß ich, dass ich einen kühlen Kopf bewahren muss.« »Wenn Ihr Kurs richtig ist, Kapitän«, sagte Denim, »dann müssten wir ganz in der Nähe der Insel sein.« »Wenn wir sie nicht sehen, nachdem der Nebel sich gelichtet hat«, brummte Engelhorn zuversichtlich, »dann sehen wir sie nie. Wir haben die Gegend genau ausgepeilt. Entweder wir stoßen gleich genau darauf, oder wir finden nur Wasser, wo die Insel sein sollte.« Die hohe, durchdringende Stimme des Matrosen am Bug heilte bis zur Kommandobrücke. »Kein Grund bei dreißig Pfaden!« »Natürlich«, meinte Driscoll fast hoffnungsvoll. »Der Norweger kannte die Position ja auch nur vom Hören sagen.« »Wie werden wir erkennen, ob es die richtige Insel ist?«, fragte Anne. »Das habe ich Ihnen doch erklärt«, krächtste Denim ungeduldig. »Der Berg«, seine Augen versuchten, den Nebel zu durchdringen. »Der Berg, der wie ein Schädel aussieht.« »Ach, das hatte ich vergessen«, entschuldigte sich Anne. »Natürlich, der Schädelberg.« »Gruuund!« Die hohe Stimme schallte vom Bug, und bei diesem Triumphschrei standen alle wie gebannt. »Gruuund! Zwanzig Pfaden!« »Ich hab's doch gewusst«, murmelte Engelhorn kauend. »Jetzt können wir jeden Augenblick auflaufen.« »Ganz langsam jetzt, Mr. Düskel.« »Sagen Sie es durch!« Drüskel rannte zum Steuerhaus und rief den Befehl durch das Sprechrohr in den Maschinenraum. Das Klingelsignal ertönte als Antwort, und die Wanderer drosselte ihre Geschwindigkeit auf ein Minimum, sodass sie fast nur noch trieb. »Schauen Sie nur«, rief Anne, »wird der Nebel nicht dünner?« »Sechzehn!«, rief die Stimme vom Bug. »Sechzehn Pfaden!« »Wie viel Tiefgang hat denn der Kastenkapitän?«, wollte Denim wissen. »Sechs!« Zum ersten Mal schien Engelhorn seine stoische Ruhe verlassen zu haben. Jetzt starrte auch er gebannt, wie Denim, und lauschte auf das leiseste Geräusch. »Hören Sie es?«, flüsterte Anne. »Was hören Sie?«, flüsterte Denim zurück. Anne schüttelte den Kopf, und nun lauschten sie alle gespannt. Plötzlich ertönte Jimmys junge, nervöse Stimme vom Krähennest. »Brandung!« »Welche Richtung?«, rief Driskel. »Genau vor uns!« Driskel rannte noch einmal zum Steuerhaus und sprach hoher. Sein Befehl drang scharf und klar in den Kesselraum, und sogleich ertönte wieder das Klingelsignal, gefolgt vom Donner der nun rückwärts laufenden Maschinen. »Zehn Pfaden!«, rief der Mann am Bug. »Anker werfen!«, brüllte Engelhorn mit mächtiger Stimme. Einige vom Nebel halb verhüllte Gestalten setzten sich in Bewegung. Eine Kette ratterte und rasselte durch das Rohr des Klüslochs. Ein Anker klatschte auf. Ein neues Klingelzeichen ertönte aus dem Kesselraum, und plötzlich lag die Wanderer bewegungslos und still. Alle lauschten gespannt auf die Geräusche von draußen. »Das ist keine Brandung!«, verkündete Driskel gerade heraus. »Es sind Trommeln!«, brummte Engelhorn, der seine Ruhe wiedergefunden hatte. Der Nebel hatte sich fast unmerklich gelichtet, während sie lauschten. Ein frischer und klärender Wind hatte sich erhoben und die dichte, schwere Wolke weggeblasen. Nun blickten sie auf das blaue Meer. Die Sonne schien noch durch einen leichten Schleier auf sie herab, und in kurzer Entfernung, kaum eine Viertelmeile vor ihnen, erstreckte sich eine hochbewaldete Insel, in deren Mitte sich ein schädelförmiger Berg erhob. Und davor lag eine langgedehnte Halbinsel aus Felsen und Sand mit niedrigem Buschwerk. »Der Schädelberg!« Denim streckte Sieges bewusst seinen Arm aus. »Seht ihr ihn jetzt? Und die Mauer?« »Die Mauer!« »Die Mauer!« Er versetzte Engelhorn, einen kräftigen Schlag auf den Rücken. »Da ist sie! Glauben Sie mir jetzt?« Er war fast hysterisch vor Aufregung, stolperte von der Kommandobrücke hinunter und rannte zum Buch des Schiffes. »Macht die Boote klar!«, schrie er. »Macht die Boote klar!« »Jack«, rief Anne, »hast du je so etwas gesehen? Ist es nicht wunderbar?« Als Driscoll Aans begeistertes Gesicht sah, war alle freudige Erregung im Nu aus ihm gewichen. Er kniff verbissen den Mund zusammen, ging nach vorn und kümmerte sich um das Beladen und Herunterlassen der Boote. Nach einer kleinen Weile kam Denim zur Mannschaft zurück, die die nötige Ausrüstung in den Booten verstaute. Anne trat auf ihn zu. »Ich werde doch mit Ihnen an Land gehen, nicht wahr?«, fragte sie. »Haha, da können Sie Gift draufnehmen.« Driscoll wandte sich erschüttert und entsetzt von der Arbeit ab. »Sollte Sie wirklich das Schiff verlassen, bevor wir wissen, was dort vorgeht? Wir haben doch keine Ahnung, in was wir da hineingeraten.« »Nun hören Sie mal, Jack«, beschwerte sich dann im Vergnügt. »Wer schmeißt hier eigentlich den Laden?« »Ich habe schließlich aus langer und bitterer Erfahrung gelernt, dass ich meine Darsteller und die Ausrüstung bei mir haben muss. Wie soll ich denn wissen, ob ich sie nicht gleich brauche?« »Aber, Mr. Denim«, Driscoll drehte Anne den Rücken zu, sodass sie ihn nicht hören konnte. »Es ist doch ein Wahnsinn, dieses Risiko!« »Gehen Sie an Ihre Arbeit zurück, Jack«, befahl Denim schroff. »Los, verteilen Sie Gewehre und Munition. Sorgen Sie dafür, dass ein Dutzend dieser Gasbomben mitgenommen werden. Und wählen Sie ein paar starke Kerle aus, die mir mein Filmmaterial schleppen können.« Driscoll zögerte einen Augenblick. Dann zuckte er resigniert mit den Schultern, schaute noch einmal finster besorgt in Ains Richtung und wandte sich den Matrosen zu. Denim schüttelte spöttisch verzweifelt den Kopf und zwinkerte Anne zu. »Lassen Sie jemand die Kiste mit den Kostümen heraufbringen und in einem der Boote verstauen,« sagte er. »Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht gleich mit den Aufnahmen beginnen.« Anne ging nach unten und Denim kehrte auf die Kommandobrücke zurück. Dort stand Engelhorn und suchte die Insel mit seinem Fernglas ab. »Sehen Sie was, Kapitän?« »Nichts, bis auf die paar Hütten am Rande des Buschwerks auf der Halbinsel. Ich habe es mir vom Bug aus angesehen und ich glaube, dass es dahinter im dichteren Busch noch mehr und größere Häuser gibt.« »Jedenfalls ist das die erste von Wilden bewohnte Insel, die ich angelaufen habe, wo nicht die ganze Bevölkerung an den Strand gelaufen kam, um sich das Schiff anzusehen.« »Irgendwo müssen die Eingeborenen ja sein, das ist sicher. Hören Sie diese Trommeln?« Engelhorn nickte und jetzt lauschten die beiden Männer. Langgezogene, tiefe, leise Klagetöne drangen über das Wasser zu ihnen und verloren sich in einem raschen, aufdringlichen Rhythmus. »Komisch, dass Sie uns noch nicht gesehen haben,« sagte Denim. »Tja, eigentlich müssten Sie alle bis auf den letzten Mann am Ufer stehen,« pflichtete Engelhorn ihm bei. »Vielleicht haben Sie uns bereits gesehen und trommeln Signale.« »Sie haben doch diese eingeborenen Trommeln schon oft gehört, Mr. Denim,« wandte Engelhorn ruhig ein. »Sie wissen genau, dass das keine Signaltrommeln sind. Da muss irgendeine Zeremonie im Inneren stattfinden, und zwar eine große Zeremonie, wenn Sie mich fragen.« Er verließ die Kommandobrücke und begab sich auf den Schiffsteil, wo Driscoll nun seine Arbeit fast beendet hatte. Die Boote waren bereits beladen und wurden jetzt hinuntergelassen. Er sah eine Weile zu, dann blickte er zum Vorderschiff. »Rufen Sie mir den Bootsmann,« befahl er. Der untersetzte, kräftige Bootsmann kam angelaufen. »Dieser Mann wird mit vierzehn Mann an Bord bleiben,« sagte Engelhorn zu Driscoll. »Suchen Sie die vierzehn Leute aus. Die anderen kommen alle mit uns an Land.« Driscoll nickte besonnen und machte sich an die Auswahl. Als Ersten suchte er Lampi aus, und der alte Abenteurer war gar nicht zufrieden, auf dem Schiff bleiben zu müssen, was er auch laut und deutlich kundtat. »Und wer wird sich um meine Gasbomben kümmern?« wollte dann ihm wissen. »Jimmy, das übernimmst du,« befahl Driscoll. Jimmy beugte sich über die Kiste, blüpfte sie fachmännisch, machte ein etwas verdrießliches Gesicht, als er merkte, wie schwer sie war, und brachte seine Last zum letzten Boot. »Sie kommen doch auch mit, Kapitän,« fragte Dernim. »Muss ich wohl. Es bin ich meinem guten Ruf schuldig,« nickte Engelhorn. »Hab noch nie die Besichtigung einer Insel verpasst, an der ich gelandet bin.« »Sie könnten übrigens eine große Hilfe sein. Wahrscheinlich werden Sie das Reden übernehmen müssen. Ich glaube kaum, dass die hier eine Sprache sprechen, in der ich mich auskenne.« »Alles klar,« sagte Driscoll, »die beiden Boote sind bereit.« Engelhorn und Denim kletterten in das erste Boot, und auf Befehl des Kapitäns ruderte die Mannschaft los. Driscoll gab dem zweiten Boot ein Zeichen zu warten. Es hing noch schaukelnd am Bootskram. Anne kam über das Deck gelaufen. Er half ihr schweigend beim Einsteigen und gab dann Befehl, das Boot hinunterzulassen. Während es ins Wasser hinabglitt, warf er noch einen letzten Blick über das Deck. »Lassen Sie lieber auch gleich Gewehre und Munition verteilen,« sagte er zum Bootsmann. »Und es könnte nicht schaden, wenn Sie die Schussweite von hier bis zur Insel berechneten.« »Das ist das erste Mal, dass ich die ganze Mannschaft beisammen sehe,« sagte Anne. »Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind.« »Zwanzig Mann in jedem Boot,« erklärte Driscoll und fügte finster hinzu. »Und wir werden sie brauchen.« »Und Sinn! Die Eingeborenen sind bestimmt so friedlich wie die Indianer in den Reservaten.« »Das glaube ich kaum. Hörst du diese Trommeln?« »Ich war dabei, als der Skipper zu Denham sagte, es müsse sich um irgendeine Zeremonie handeln. Aber was für eine. Das wüsste ich um mein Leben gern.« »Vielleicht feiern Sie die Verlobung eines hübschen Mädchens,« Driscoll sah sie an. Ihr goldenes Haar war gelöst und wehte in Wind und Sonne um ihr vor Aufregung gerötetes Gesicht. »Da wir gerade von Verlobungen hübscher Mädchen reden,« sagte er versonnen und blickte auf das Krähennest zurück. Mit jedem Ruderschlag dröhnten die Trommeln lauter. Jetzt konnte man klar den Rhythmus erkennen und wie Engelhorn gesagt hatte, klang es viel zu feierlich und majestätisch, um ein einfaches Signal zu sein. Die für kurze Zeit verflogene Besorgnis kehrte in Driscolls Gesicht zurück. Engelhorns Boot hatte den Strand erreicht und Denham war bereits an Land gesprungen. Er schraubte seine Kamera auf das Stativ. Während Driscolls Mannschaft noch durch die Brandung ruderte, hatte der Regisseur die ersten Anordnungen getroffen. Ein Matrose musste die Kamera mit dem Stativ tragen, ein zweiter eine Kiste mit Filmen und ein dritter schleppte die Kiste mit den Kostümen. Inzwischen verteilte Engelhorn, die als Geschenke und Tauschgut bestimmten Waren, unter den anderen. Jimmy, dessen junges Gesicht nur Ärger und Verdruss ausdrückte, schleppte sich mit dem schweren Behälter ab, in dem die Gasbomben verstaut waren. »Sie bleiben in meiner Nähe, Jimmy,« ordnete Denham an. »Und gehen Sie vorsichtig. In der Kiste ist genügend Trichlorid, um eine Herde Nilpferde einzuschläfern.« »Wieso? Werden wir denn hier Nilpferde antreffen?« wollte Jimmy wissen. »Quatsch, aber etwas viel Aufregenderes,« hoffe ich. »Wo ist Driscoll?« Driscoll kam herüber, und Anne folgte ihm. Sein Boot war auf den Strand gezogen und lag neben dem anderen. »Lassen Sie je einen bewaffneten Mann bei jedem Boot.« »Dafür ist schon gesorgt. Anne, bleiben Sie bei mir.« »Ich werde mich um Anne kümmern,« verkündete Driscoll schnell. Denham musste lachen. Die erste wilde Aufregung war verflogen. Jetzt gab es keine Ungewissheit mehr, denn die Insel existierte wirklich und lag vor ihnen. Er war wieder ganz der Alte, zwar unbezähmbare, aber doch in gewisser Hinsicht tolerante Chef. »Also schön, Jack. Kapitän, sind wir bereit?« Engelhorn nickte. Er und Driscoll erteilten kurze Befehle und die beiden Bootsmannschaften formierten eine lockere Zweierkolonne. Denham schritt energisch voran und näherte sich den verstreuten Hütten, die am Rande des Buschwerks sichtbar waren. Er bildete die Spitze des Marsches. Ihm folgten die Kamera und Filmträger, Jimmy und dahinter Engelhorn, Driscoll und Anne. Als sie vom Strand etwas hinaufgestiegen waren und eine kleine Anhöhe erreicht hatten, lag die Mauer finster und bedrohlich in ihrer ganzen Größe vor ihnen. Oder so schien es wenigstens, denn sie war noch ziemlich weit entfernt. Es war ein gewaltiges Bauwerk. Die rohe Skizze des Norwegers hatte offensichtlich nur ein annäherndes Bild dieses mächtigen Schutzwalls vermittelt, der die gesamte Halbinsel vom Inselfestland abschnitt. Das Unterholz erstreckte sich bis an die Mauer und zu ihren Füßen gab es auch einige Bäume. Aber sie wirkten winzig vor dieser Wand. Nicht einmal der sehr hohe, steile Felsen hinter ihr ließ sie irgendwie niedrig erscheinen. Sie war zum größten Teil aus riesigen, aufeinandergeschichteten Klötzen erbaut. Aber an einer Stelle schien sich ein Tor zu befinden, das an massiven Steinpfeilern eingehängt war, was die Vermutung bestätigte, dass es sich hier um ein aus einer alten Zivilisation stammendes Bauwerk handelte. Denim wies auf die Mauer. Das muss einmal der äußere Verteidigungswall einer ziemlich großen Stadt gewesen sein, schätze ich. Ist es nicht gewaltig? Kolossal, stimmte Engelhorn ihm zu. Es könnte fast ägyptisch sein, sinnierte Denim. Was meinen Sie, fragte N. ehrfurchtsvoll scheu. Wer kann das nur gebaut haben? Ich bin einmal in Angkor gewesen, bemerkte Driskel und blickte bewundernd auf die Mauer vor ihnen. Das ist noch größer als dies hier und kein Mensch weiß, wer es erbaut hat. So ein Glück, jubelte Denim. Kinder, das wird ein Film werden! Noch immer war kein Mensch in Sicht, aber plötzlich wurde das Dröhnen der Trommeln schwächer und setzte sich in einem leisen, dumpfen Wirbel fort. Und darüber ertönten Stimmen zu einem wilden, immer lauter anschwellenden Gesang. Driskel blieb stehen und hob warnend den Arm. N. klammerte sich an Driskels Ärmel fest und die Seeleute blickten einander besorgt an. Dieser Gesang kam von einem Ort, der ganz nahe an der Mauer liegen musste. Denim gab Englern ein Zeichen und deutete auf ein außergewöhnlich großes Haus vor ihnen. »Wenn wir um dieses Haus herumkommen,« sagte er, »sehen wir Sie bestimmt. Da gehe ich jede Wette ein.« »Kannst du hören, was Sie sagen?«, flüsterte N. Driskel zu. »Sie rufen immer wieder Kong! Kong!« »Denim,« rief Driskel, »haben Sie das gehört? Die sind bei irgendeiner Götterzeremonie.« »Ich habe es gehört,« sagte Denim. »Los, gehen wir weiter.« Während er sich vorsichtig weiter auf die Mauer zu bewegte, winkte er Engelhorn zu sich heran. »Glauben Sie, dass Sie sich in Ihrer Sprache auskennen werden?« »Hab noch keine richtigen Worte gehört,« erwiderte Engelhorn und lauschte gespannt. »Es klingt allerdings ein bisschen wie der Dialekt der Nias-Insulaner.« »Es wäre schon ein Glück, wenn es dem nur ein bisschen ähnlich wäre,« lachte Denim. Jetzt waren sie direkt an dem großen Haus angelangt. Denim blieb stehen, winkte die ganze Doppelkolonne zu sich heran und gebot ihnen zu warten, während er bis zur Ecke des Hauses ging. »Ruhe jetzt,« flüsterte er, »und wartet, bis ich herausgefunden habe, was dort vorgeht.« Er verschwand, während Driskel mit Anne neben sich seinen Leuten Anweisungen zuflüsterte, sich Alarm bereit zu halten. Engelhorn zog seinen Prim aus der Tasche und biss sich ein frisches Stück ab. Denim kam zurück. Seine Augen leuchteten vor Erregung. »Heiliger Strohsack,« flüsterte er, »Engelhorn, Dristel, gehen Sie sich das einmal anschauen, aber verhalten Sie sich ganz still.« Er war selbst so bemüht, sich still zu verhalten, dass er auf Zehenspitzen ging. Er nahm dem Kameraträger den Apparat und das Stativ ab und schlich damit leise um die Ecke. Während er damit beschäftigt war, erschütterte leiser Trommelwirbel die Luft. Und über diesem dumpfen Dröhnen erhob sich mit Donnerhall immer wieder der schrille Aufschrei vieler Stimmen. Und welch ein Schrei! In ihnen klangen Ekstase, Triumph, Furcht, Schrecken, Entsetzen mit. All diesen Gefühlen gab er nacheinander vollsten Ausdruck. Unwiderstehlich davon angezogen, waren die Seeleute und Anne langsam um das schützende Haus herumgekommen, und nun blickten sie auf die singende Menge. Vor ihnen lag eine große, ausgetretene Sandfläche, die sich bis zur Mauer hin erstreckte. Das riesige Tor in der Mauer, das schon vom Strand aus, wenn auch undeutlich sichtbar war, lag am mittleren Ende des Platzes. Einige breite Steinstufen führten zum Tor hinauf, und dort kniete ein junges, eingeborene Mädchen auf einem roh gezimmerten und mit Fällen bedeckten Podium. Das Mädchen war selbst für eine Südseeinsulanerin von seltener Anmut. Aus Blumen und Blütenzweigen gewobene Girlanden zierten ihr Haar, ihren Hals und ihre Hüften, und darunter trug sie nichts. Dieser in Blüten gehüllte Mädchenkörper, das ebenmäßige Gesicht mit den großen, dunklen Augen, verrieten jene jungfräuliche Scham, deren Reiz durch die Farbenpracht der Blumen noch hervorgehoben wurde. Auf beiden Seiten des Mädchens standen, zum Teil auf den Stufen und zum Teil auf dem Platz, in geordneten Reihen die Eingeborenen und wiegten sich rhythmisch zu ihrem Gesang. Ein wenig abseits, aber in voller Sicht, hob sich die pechschwarze Gestalt eines Mannes ab, der offensichtlich in seiner Eigenschaft als Hohepriester oder Medizinmann diese Zeremonie leitete. Er vollführte einen feierlichen Ritualtanz. Ebenfalls abseits, aber etwas weiter entfernt, saß ein herrlich gewachsener und prunkvoll in Pelze, Graswerk und Federn gekleideter Riese, der dem Schauspiel mit königlicher Gelassenheit beiwohnte. Und alle, vom König bis zum unscheinbarsten Dorfbewohner, waren so in den Ablauf ihrer Zeremonie vertieft, dass niemand die Neuankömmlinge bemerkt hatte. »Mein Gott!«, flüsterte Denham, »laß sie noch eine Weile so bleiben!« und er begann, seinen Film zu drehen. »Was treibt der alte Kerl in dem Federkleid dort eigentlich?«, fragte Jimmy leise und beunruhigt. Der Medizinmann war jetzt nahe an das Mädchen herangetreten und begann sich seltsam wie in einer Art Gebet im Kreis zu drehen. Mit langsamen, demutsvollen Gesten schien er das Mädchen etwa einem Dutzend hühnenhafter Tänzer anzubieten, die auf sein Zeichen hin aus den singenden Reihen getreten waren. Diese Männer sahen ziemlich furchterregend aus. Sie hatten ihre Köpfe unter ausgehöhlten und mit Pelz besetzten Schädeln verborgen und waren in Ruhe aneinandergenähte schwarze Felle gehüllt, die fast ihre ganzen Körper bedeckten. »Gorillas!«, murmelte Engelhorn nachdenklich vor sich hin. »Diese Männer haben sich als Gorillas oder etwas Ähnliches verkleidet. Das muß zu irgendeinem Ritual gehören.« Er schaute sich plötzlich besorgt nach Enn um und stellte sich schützend zwischen sie und die Eingeborenen. Als die affenähnlichen Hühnen hervortraten, bewegte sich der Hexenmeister einige Schritte rückwärts und blickte zum König hinüber. Anscheinend war der Augenblick gekommen, in dem der König aktiv an der Zeremonie teilnehmen mußte. Worin diese Teilnahme bestehen sollte, wurde den Neuankömmlingen erst viel später klar, denn dieses Mal hatte er, als er sich gerade aufrichtete, Denham mit seiner Kamera und gleich darauf die gesamte Gesellschaft der Wunderer erblickt. »Bardo!«, rief er laut und stellte sich ihnen feindselig entgegen. »Bardo! Dama, Parti, Vego!« Der Gesang, der Tanz, jedes Geräusch und jede Bewegung erstarrten. Eine schwere, bedrohliche Stille stellte sich ein, in der man nur Engelhorns ruhige, nüchterne Stimme vernahm. »Das nenne ich Glück«, sagte er zu Denham. »Ich kann ihre Sprache verstehen.« Eben hat er dem alten Hexenmeister befohlen, die Zeremonie zu unterbrechen, da Fremde eingedrungen seien. Alle Eingeborenen hatten sich umgewandt und starrten nun die Gruppe der Weißen an. Und wie auf einen geheimen, inmitten der Stille erteilten Befehl hin, begannen die Frauen und Kinder, den Festplatz zu verlassen. »Da haben wir's«, sagte Jimmy, »die Frauen verziehen sich schon. Wir sollten jetzt schnellstens abhauen, bevor es mulmig wird. Hier kriegen wir nur Scherereien.« Er wollte gerade umkehren und zum Strand zurückrennen, als Driscoll ihn am Arm packte. »Gut gemacht, Jack«, rief Denham ihm zu. Er stand an der Spitze der Gruppe. »Es hat keinen Sinn, sich jetzt verstecken zu wollen. Jeder bleibt an seinem Platz. Stellen wir uns ihnen furchtlos entgegen.« Der riesenhafte König hatte einen Entschluß gefasst, nachdem er sich die Neuankömmelige prüfend angesehen hatte. Mit einem seiner gewaltigen Arme winkte er zwei Krieger herbei, die kaum kleiner waren als er, und kam langsam näher. Die letzten Frauen und Kinder waren verschwunden. »Mr. Denham«, rief Jimmy, »was hat der Koloss vor?« »Still«, erwiderte Denham, ohne den Blick vom König abzuwenden. »Ich weiß es nicht.« Der König machte einen weiteren majestätisch langsamen Schritt auf sie zu. »Jack«, flüsterte Anne, »bedeutet das wirklich Ärger, wenn die Frauen und Kinder verschwinden?« »Ärger für diese Schwarzen, falls sie irgendetwas versuchen sollten«, versicherte ihr Jack und lachte munter. Der König kam immer näher. Der König kam immer näher. Die Matrosen hatten ihre Gewehre ergriffen und hielten schon die Finger am Abzug. Denham, der ihnen den Rücken zukehrte, musste die Bewegung erraten haben und rief ihnen warnend zu. »Ruhig, Jungs! Kein Grund zur Aufregung!« »Und das ist die Wahrheit«, sagte Jack, freudig zu Anne. »Bis jetzt ist alles nur Bluff. Der Häuptling will nur einmal sehen, ob er uns einschüchtern und verscheuchen kann. Das Ganze ist ein Spiel und nichts als Bluff. Und ich wette, dass wir dieses Spiel gewinnen.« Ein paar Schritte vor Dänem blieb der Häuptling abwartend stehen. »Legen Sie los, Kapitän!« rief der Regisseur Engelhorn zu. »Wenn Sie seine Sprache sprechen, dann halten Sie ihm mal eine freundliche Rede.« Engelhorn wollte hervortreten, aber der Häuptling gebot ihm, mit ausgestreckter Hand stehen zu bleiben. »Warto! Tamadi! Tamadi!« »Sei gegrüßt!« antwortete Engelhorn langsam. »Wir sind Freunde!« »Bala! Bala! Freunde! Freunde!« »Bali-Reri!« schrie der König zorn erfüllt. »Tasko! Tasko!« »Was hat er gesagt, Kapitän?« fragte Dänem leise. »Er sagt, er wolle keine Freunde. Er sagt, wir sollten schleunigst abhauen.« »Reden Sie ihm das aus!« befahl Dänem. »Fragen Sie ihn, was das für eine Zeremonie ist!« Engelhorn sprach in ruhigem, friedfertigem Ton und zeigte auf das mit Blumen geschmückte Mädchen. »Hani Sabakong!« sagte der König mit zweifelnd besorgter Stimme, und aus der Menge erhob sich ein klagendes, anbetendes Gemurmel. »Saber Kong!« »Er sagt, das Mädchen sei Kong zur Braut bestimmt.« »Kong!« rief Dänem jubelnd. »Hab ich's euch nicht gesagt!« Bevor der König oder der Dolmetschen der Engelhorn ein weiteres Wort hervorbringen konnten, war der Medizinmann plötzlich hervorgesprungen. Sein Kopfputz erzitterte, und er warf wütende, flammende Blicke auf den König und die Fremden. »Dama Sivego!« schrie er. Seine alte, rostige Stimme klang wie der Kratzton auf einer Geige. »Dama Sivego! Punya! Punya! Bas!« »Was ist denn nun los?« wollte Dänem wissen. »Er sagt, die Zeremonie sei entweiht, weil wir sie gesehen haben.« »Lass mich mal mit ihm reden,« sagte Dänem zuversichtlich. »Wie heißt das Wort für Freund?« »Bala!« Dänem richtete sich in seiner ganzen Größe auf und streckte dem Hexenmeister beschwichtigend die Hände entgegen, und dann sagte er feierlich und lächelnd, »Bala! Bala! Bala!« Er zeigte auf sich selbst und dann auf den König und den Hexenmeister. »Bala!« »Bala! Bala!« Der König zögerte, aber der alte Zauberer zeigte keinerlei Absicht, sich umstimmen zu lassen. Sein zorniges Stirnrunzeln war ebenso tief, wie Dänems Lächeln breit war. Er winkte noch einige weitere Krieger heran. »Tosko!« brüllte er krächzend, und der König rief es nun ebenfalls. Die beiden Krieger, die ihm zur Seite standen, ergriffen ihre Speere und hielten sie kampfbereit. Die restlichen Krieger drangen von allen Seiten auf sie zu. Bei N. hatte die Aufregung einmal mehr über die Angst gesiegt. Sie streckte sich hoch auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Ihr wallendes, honigfarbenes Haar leuchtete in der Sonne und lenkte im gleichen Moment den Blick des Königs auf sich. Er verstummte, starrte sprachlos und wie gebannt auf N. Und danach blickte er den Hexenmeister an, als suche er bei ihm eine Bestätigung. »Malem, Mapakeno!« stammelte er. »Sita!« Er fuchtelte mit seinem Arm vor dem Zauberer herum und wiederholte immer wieder »Malem!« »Malem, Mapakeno!« Der Alte hatte nun auch aufgehört zu schreien und starrte wie entgeistert auf N. Die Krieger verhielten sich mäuschenstill und hatten ihre Speere fallen lassen. »Was ist nun los?« fragte Denim, einigermaßen erleichtert. »Er hat gesagt, schaut, die goldene Frau!« »Na ja, Blondinen scheinen hier halt eine Seltenheit zu sein,« witzelte Denim und kicherte selbstbewusst. Jetzt erhob sich die Stimme des Königs mit ekstatischer Gewalt. »Kong! Malem, Mapakeno!« »Kong war Bisa!« »Dau Bisa Parakong!« Und dann wandte er sich wieder dem Zauberer zu, dessen Zustimmung er offensichtlich erwartete. Der Alte nickte nachdenklich, während Engelhorn schnell übersetzte. »Die Frau aus Gold! Geschenk für Kong! Ein Geschenk für Kong!« »Großer Gott!« stimmte Denim entsetzt. Der König und der Zauberer traten nun auf Denim zu. Der König streckte mit befehlerischer Gebärde seinen Arm aus und sagte, »Dama! Tebo Malem Nahi!« »Fremder! Verkauf uns die Frau!« Engelhorns Übersetzung war den Worten wie rasche Pistolenschüsse gefolgt, und dabei blickte er Denim besorgt fragend an. »Dia Malem!« beeilte sich der König hinzuzufügen. »Sechs Frauen!« übersetzte Engelhorn rasch. »Er will sechs Frauen geben für die Goldene!« En rang nach Atem und versuchte dabei zu lächeln. Denim lächelte kurz und winkte äußerlich ganz unbetroffen seine beiden Träger herbei. Dann sagte er zu Engelhorn, »Sagen Sie ihnen mit der größtmöglichen Höflichkeit, dass wir lieber auf das Tauschgeschäft verzichten wollen.« Und dann fügte er spöttisch zu En gewandt hinzu, »Ich bin heute nicht in der Stimmung zu verkaufen, mein Kind.« Nun redete Engelhorn in zutiefst bedauerndem Tonfall auf den König ein. »Tida! Nu! Malem ati rota nani!« »Unsere Frau hat uns bisher Glück gebracht, und wir dürfen es nicht wagen, uns von ihr zu trennen.« Angesichts dieser Weigerung und obgleich sie in sehr höflichem Ton vorgebracht wurde, brach der Zauberer in einen wahren Wutanfall aus. Er schrie, »Tam bisa para kong divanata!« »Sie können auf das Geschenk für Kong nicht verzichten!« »Das reicht mir einstmeilen,« brummte Denim ärgerlich, während Engelhorn weiter dolmetschte. »Ich bringe En auf das Schiff zurück.« »Wir sollten uns lieber alle schleunigst verziehen,« warnte Engelhorn ihn gleichmütig, »bevor dieser oberschlaue Hexenmeister auf die Idee kommt, uns durch seine Krieger den Rückzug zu den Booten abzuschneiden.« »Wenn Sie meinen,« sagte Denim widerwillig, er hatte immer noch das Selbstbewusstsein des weißen Entdeckungsreisenden und war fest von seiner rassischen Überlegenheit diesen Wilden gegenüber überzeugt. »Aber wir wollen uns den alten Vogel da nicht ganz verärgern. Sagen Sie ihm, wir kämen morgen zurück, um Freundschaft zu schließen und die Sache noch einmal in Ruhe zu besprechen.« »Dulu,« Engelhorn versprach es dem Häuptling und dem Zauberer beschwichtigend, und mit diesem Versprechen sicherten sie den Männern, die die kostbaren Geräte trugen, einen schnellen Rückzug. »Morgen!« »Hatigona! Dann kommen wir zurück!« »In Marlem,« beharrte der Häuptling. »Marlem Mappakeno!« »Die Frau aus Gold?« »Los jetzt,« befahl Denim seinen Leuten. »Und lächeln Sie gefälligst, Anne, ist es Ihnen eigentlich klar, was für ein tolles Kompliment der Häuptling Ihnen da gemacht hat? Sechs zu eins! Lächeln Sie Jack an! Und Kopf hoch!« »Dula Bala!« rief Engelhorn dem Häuptling beschwichtigend zu. »Bis morgen, mein Freund!« Der Rückzug nahm Geschwindigkeit an, aber nicht zu viel. Man zockelte nicht, aber man zeigte auch keine übermäßige Hast. Es war nur ein rascher, friedlicher Rückzug. Driscoll ging mit einem halben Dutzend Seeleuten voran, Anne in ihrer Mitte. Ihnen folgte der Hauptbestand der Truppe mit schussbereiten Gewehren, dahinter ging Engelhorn. Denim folgte als letzter. Zum Zeichen seiner freundschaftlichen Gesinnung warf er dem Hexenmeister mit erhobener Hand einen lässigen Gruß zu. Dann stülpte er sich den Hut ins Gesicht, tastete nach seinem Pistolenhalfter, um ganz sicher zu sein, und begann, ein Marschlied vor sich hin zu pfeifen. Während die Eingeborenen ihm noch mit weit geöffneten Augen nachstarrten, verschwand er um die Ecke des großen Hauses und war damit den Blicken der Inselbewohner entzogen. Sie folgten den engen Pfaden zwischen den Hütten hindurch, die noch genauso still und verlassen zu sein schienen wie auf dem Hinweg, und gelangten schließlich an den Rand des Dorfes. Vor ihnen lag jetzt das fast baumlose Land, das zum Strand und den Boden führte. »Erzählen Sie mir nur nicht, dass niemand in den Hütten da war,« schnaufte Jimmy und lud die schwere Kiste mit den Bomben auf die andere Schulter. »Ich habe ein Kind schreien hören, und dann – peng! Hat die Mutter ihm vielleicht einen versetzt? »Das habe ich auch gehört.« Driskel lachte fast wieder. Erleichtert ließ er zum ersten Mal seit dem Aufbruch die zarte Hand los, die er bis jetzt so schützend umklammert hatte. »Ob ihr es glaubt oder nicht,« sagte er, nachdem er noch einmal zurückgeblickt hatte. »Niemand folgt uns. Und wenn das keine ebenso unerwartete wie angenehme Überraschung ist, dann soll es mir mal einer erklären.« Dannem und Engelhorn hatten sie nun eingeholt. N. lachte ihnen zu und sagte, halb zu ihnen und halb zu Driskel, »Hoffentlich kennt ihr mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht gerade eine kriegerische und ruhmselige Brunhilde bin. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass ich diese Szene nicht für das Gold von Fort Knox hätte verpassen wollen.« Sie nickte dabei mit Überzeugung und strich sich voller Zuversicht und Stolz das goldene Haar aus der Stirn. Das goldene Haar, das so große Bewunderung ausgelöst hatte. Als sie zurück auf der Wanderer in der Kajüte des Kapitäns beisammensaßen, stellte Denem die Frage, über die sie alle auf der langen Ruderfahrt vom Strand zum Schiff mit wachsender Besorgnis nachgegrübelt hatten, ohne es offen auszusprechen. »Was ich wissen möchte, ist, was es mit diesem Kong, über den der König und sein Zauberpriester schwatzten, für eine Bewandtnis hat.« »Könnte es nicht der König selbst sein?« fragte Ann. »Nein«, erklärte Engelhorn, »Sie haben doch gesehen, wie verängstigt das junge Mädchen war. Sie wäre bestimmt nicht verängstigt gewesen, oder wenigstens nicht in diesem Maße, wenn man sie mit dem Häuptling verheiraten wollte. Da wäre sie viel eher recht glücklich gewesen, denn ihm zu gehören ist für ein solches Mädchen ja das große Los, und sie war offensichtlich zu Tode erschrocken und verängstigt.« »Ich glaube, das Rätsels Lösung liegt bei diesen als Gorillas verkleideten Schwarzen«, sagte Drüskel. »Warum?«, wollte Denem wissen und schaute seinen Assistenten nachdenklich an. »Es ist nur so eine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass sie als die Vertreter des wahren Bräutigams auftraten. Und dann fiel mir auf, dass über dem großen Tor eine riesige Metalltrommel hing. Daneben sah ich einen Eingeborenen, der bereit war, das Ding ertönen zu lassen. Und ich könnte schwören, dass der König, als er uns sah und die ganze Schau unterbrach, im Begriff war zu befehlen, dass das Tor geöffnet werden sollte.« »Ich glaube, ich kann Ihrem Gedankengang folgen«, sagte Denem. »Ich aber nicht«, widersprach Anne. »Ich tappe völlig im Dunkeln.« Drüskel erklärte langsam, »der König war im Begriff, das Mädchen hinausschaffen zu lassen, zu irgendetwas, das sich hinter dem Tor befindet. Aber was könnte das sein? Das gesamte Dorf liegt diesseits der Mauer und ist sozusagen durch die Mauer geschützt. Dahinter könnte doch höchstens wildes Dschungelgebiet liegen und eben die Gefahr, vor der sich die Leute durch die Mauer schützen.« Der König wollte also das Tor öffnen lassen, um das Mädchen diesem Gefürchteten etwas, das in diesem Dschungel lebt, als Geschenk darzubieten. Er wollte also Kong eine Braut schicken, und der Kerl an den Gong sollte Kong rufen, damit er käme und sich seine Braut abholte. Denem nickte. »Und wenn Sie mich fragen«, meinte Engelhorn finster, »ist dieses hübsche Mädchen, das wir heute sahen, bestimmt nicht Kongs erste Braut.« »Sie wollen doch nicht sagen«, N war es plötzlich übel. »Er will damit sagen«, fiel Driskol ihr Barsch ins Wort, »dass das Mädchen geopfert werden sollte. Und dass solche Opfer in regelmäßigen Zeitabständen stattfinden, jedes Mal, wenn Neumond ist oder so etwas Ähnliches.« »Aber selbst wenn dem so wäre«, rätselte Engelhorn, »so haben wir noch immer keine Ahnung, wer dieser Kong nun eigentlich ist.« »Ich habe eine Ahnung«, sagte Denem mit jäher Überzeugung. »Diese Mauer wurde bestimmt nicht wegen irgendeiner geringfügigen Gefahr errichtet. Wir haben überdies ein gutes Dutzend dieser stellvertretenden Bräutigame gesehen, weil die Eingeborenen sich nur anhand dieser Anzahl die wahre Größe jenes Wesens vorstellen können, dem das Opfer bestimmt ist. Und die Gorillafälle, in die die Tänzer gehüllt waren, bedeuten keinesfalls, dass Kong auch ein Gorilla sein muss. Keinesfalls. Wenn es ihn wirklich gibt, dann ist er eine so gewaltige Bestie, dass ein Gorilla für ihn nicht mehr Schwierigkeiten böte als ein Punching Ball. »Aber so eine Bestie hat es doch nie gegeben.« Anne lachte ungewiss, wenigstens nicht seit prähistorischen Zeiten. Denem rutschte auf seinem Stuhl herum und starrte sie an. »Heiliger Strohsack«, flüsterte er. »Anne, vielleicht haben Sie es getroffen.« »Quatsch«, rief Driskel verärgert aus. Engelhorn schüttelte ungläubig den Kopf. »Nun passt einmal auf«, fuhr Denem fort. »Wir werden die ganze Angelegenheit bis nach dem Abendessen ruhen lassen. Bis dann werde ich wenigstens die ersten Schritte geplant haben.« »Und inzwischen«, fügte Engelhorn hinzu, »sorgen Sie bitte dafür, dass ein paar bewaffnete Wachen aufgestellt werden, Mr. Driskel. Dieser alte Zauberpriester hat bestimmt irgendetwas vor. Die Trommeln schlagen schon wieder.« Während die vier sprachen, hatten die Trommeln wirklich wieder ihr dumpfes Dröhnen aufgenommen. Aber ihr Rhythmus war jetzt anders. Es war ein eintöniges Tam-Tam, wie von Männern, die laut nachdenken oder eher wie der Klang den primitive Hände hervorbringen, um primitive Geister zur harten Arbeit des Nachdenkens anzuregen. Driskel kam zu Engelhorn zurück, nachdem er die Wachen aufgestellt hatte. Er blickte zum Himmel hinauf. »Es wird starkes Gewölk aufziehen«, prophezeite er. »Mit Mondlicht ist nicht zu rechnen. Die Nacht wird sehr finster sein. Und das ist nicht gerade eine Hilfe für uns.« »Mr. Denim hat recht gehabt«, sagte Engelhorn scherzend zu ihm. »Sie sind enswegen ein wenig weich geworden. Eine finstere Nacht wird uns gar nicht schaden. Wir sind viel zu weit vom Ufer entfernt, als dass die Eingeborenen den Versuch wagen könnten, uns zu überraschen.« »Mir gefallen diese Trommeln nicht.« Die Trommeln fuhren fort, Driskel zu beunruhigen, als die tropische Dämmerung rasch den Himmel verdunkelte. Aber als er sich zum Abendessen hinsetzte, versuchte er, seine Besorgnis zu verbergen. Und das fiel ihm schwer, denn Denim hatte sie alle warten lassen, um ihnen wie versprochen seinen Plan mitzuteilen. »Ich habe euch gesagt, dass ich mir den nächsten Schritt überlegen müsste«, begann er schließlich am Schluss der Mahlzeit. »Und das habe ich getan. Ich bin noch nicht viel weitergekommen, aber wenigstens habe ich mich zu folgendem entschlossen. Ich werde morgen früh in den ersten Morgenstunden an Land gehen. Mit einer starken Begleitmannschaft ist keine Gefahr zu befürchten, und ich muss unbedingt etwas über Kong herausfinden.« Driskel schob seine Kaffeetasse beiseite und blickte zu N. »Trinken Sie nur ruhig Ihren Kaffee, Jack«, sagte Denim lächelnd. »N wird sicher und geborgen an Bord bleiben.« »Gut«, brummte Engelheim. Auf der Schädelberginsel schlugen immer noch bedachtsam die Trommeln. Die bewaffneten Seeleute schritten wachsam das Deck entlang. Ihre Silhouetten hoben sich gegen die Reling ab. Einige andere Matrosen saßen im Freien, um sich von der Tageshitze, die dem Nebel gefolgt war, zu erholen. Lampi war einer von ihnen. Er lag mit seinen zerfransten Hosen ausgestreckt auf einer Lukentür und spielte träge mit Ignaz. »Guten Abend, Lampi.« »Na, Miss Anne. Setzen Sie sich doch.« »Ignaz, rück herüber und lass die Dame sitzen.« »Wie ich höre, hatten Sie ja ganz schön was los auf der Insel.« »Ich hatte ziemliche Angst.« Sie saßen eine Weile beisammen. Lampi war zu faul zum Reden. Anne empfand die warme Dunkelheit als wohltuend. Denim und Engelhorn blieben auf dem Weg zur Kommandobrücke an der Reling stehen. »Hören Sie sich nur diese Trommeln an«, sagte Denim. »Verdammt! Wenn ich bei dem Feuerlicht Aufnahmen machen könnte, hätte ich mich schon lange wieder hingeschlichen.« »Sie sind hier, weiß Gott, besser aufgehoben, Mr. Denim.« »Ich weiß, aber ich hasse es, etwas zu versäumen.« »Meinen Wegen können wir eine Menge von dem versäumen. Es wär mir nur recht.« »Nun hören Sie mal, Kapitän. Genügt es nicht, wenn Driscoll sich Sorgen macht?« »Sorgen mache ich mir kaum. Aber ich bin froh, dass wir Wachen aufgestellt haben. Und ich habe ganz den Eindruck, dass ich diese Nacht nicht ins Bett gehen werde.« »Ach was, die Eingeborenen sind ja alle auf der Insel beschäftigt.« »Mag sein, aber ich werde trotzdem lieber aufbleiben.« »Dann werde ich halt auch aufbleiben«, lachte Denim. »Wir können ja eine Partie Karten spielen.« Lampi setzte sich auf und blinzelte durch die Dunkelheit zu N herüber. »Was ist eigentlich heute an Land passiert? Der alte Kaltblüter war ja ganz erhitzt vor Aufregung.« »Ich glaube«, sagte N zögernd, »dass es wegen des Mädchens war.« »Mädchen?« »Ja, das Mädchen, das sie Kong opfern wollten.« »Ach ja«, nickte Lampi. »Einer der Jungs hat mir davon erzählt. Die Braut.« »Die Braut? Für den Kong?« N sagte es flüsternd und erschauderte dabei. »Lampi, was, glauben Sie, ist dieser Kong?« »Ach«, Klampi erklärte es ihr brummend, »irgendein heidnischer Götze, jeder Stamm hat seine Götzen. Gewöhnlich ist es ein alter Baumstumpf oder eine Lehmfigur. Ich wette, Kong ist nichts weiter als ein Lehmhaufen und das Mädchen wird ihn nie zu sehen bekommen. Der alte Hexenmeister könnte Ihnen bestimmt eher sagen, wo die hinkommt. Diese alten Hexenböcke haben gewöhnlich irgendwo einen ganzen Harem versteckt.« N lachte und rückte etwas, um bequemer zu sitzen. Dabei setzte sie sich aus Versehen auf Ignazens Bein. Der empfindliche kleine Affe stieß einen entrüsteten Schrei aus und sprang davon. »Fangen Sie ihn ein, Lampi«, bat N. »Sonst läuft er in die Kabinen und richtet dort Unheil an.« »Hier, her, du tauge nichts«, rief Lampi und rannte dem Tier nach. N. erhob sich und streckte schläfrig die Arme aus. Sie fühlte sich ausgeruht und entspannt nach dem Geplauder mit Lampi. Jetzt musste sie nicht mehr immerfort an Kong denken. Sie ging langsam das Deck entlang bis zu jenem Teil, wo es sich verengte und am Decküberbau vorbeiführte. Dort verweilte sie einen Augenblick und zögerte. Das Licht aus dem Überbau schimmerte in ihrem goldenen Haar, bevor sie sich in die dichte, allesverschlingende Dunkelheit begab. Das Trommeln auf der Schädelberginsel schwoll zu ohrenbetäubendem Dröhnen an. Doch kurze Zeit danach fiel es in eine Art von Marschrhythmus ein. Denim und Engelhorn standen auf der Kommandobrücke und führten ihr vertrauliches Gespräch weiter. Driscoll kam zu ihnen herauf. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich habe gerade noch einmal die Runde gemacht«, sagte er, »und alles läuft wie am Schnürchen. Wo ist N.?« »Irgendwo am Deck, nehme ich an. Wie lange haben Sie sie nicht mehr gesehen«, scherzte Denim. »Eine ganze halbe Stunde vielleicht?« Driscoll erwiderte beleidigt. »Na Gott sei Dank bin ich wenigstens kein kaltblütiger Fisch«, und damit stampfte er wieder aufs Deck hinunter. Dort stand Lampi und blickte versonnen auf die Lukentür. »Haben Sie Miss Darrow gesehen, Lampi?« »Sie war noch vor zehn Minuten hier.« »Wir haben ein bisschen getratscht, und dann ist der Affe weggelaufen, und da hat sie mich losgeschickt, um ihn wieder einzufangen.« »Ich dachte, sie wäre noch hier, wenn ich wieder käme.« »Wahrscheinlich ist sie in ihre Kabine gegangen«, vermutete Driscoll. Lampi nahm Ignaz bei der Hand und ging enttäuscht fort. Sein Weg führte ihn zu dem schmalen Gang, in dem Anne verschwunden war. Kaum hatte er ihn betreten, da stieß sein Fuß gegen etwas, das am Boden lag. Er bückte sich, nahm es auf und brachte es auf den etwas besser beleuchteten Teil des Decks an der Lukentür zurück. Sekunden später schrie er aus Leibeskräften. »An Deck! Alle Mann an Deck! An Deck!« Die Wachen gaben den Ruf weiter, und die Matrosen erschienen aus allen Richtungen. Driscoll kam zurückgerammt und traf Denim und Engelhorn, die ebenfalls an Deck gestürzt waren. Jetzt standen die drei um Lampi herum. »Schauen Sie, Sir!«, stammelte der alte Seemann. »Das habe ich eben auf dem Deck gefunden.« »Ein eingeborenen Armband«, rief Denim. »Ein paar von diesen Heiden sind an Bord gewesen, Sir.« »Kapitän, lassen Sie das ganze Schiff absuchen«, befahl Denim. »Wo ist Anne?«, rief Driscoll bestürzt. Engelhorn und Denim sahen einander an. Dann rannte der Kapitän zur Mannschaft, um die Suche zu leiten. »Anne wird in Ihrer Kabine sein«, begann Denim beschwichtigend. »Da ist sie nicht. Ich habe eben nachgesehen.« Die Stimme eines der Wachposten tönte von der der Insel zugewandten Seite des Schiffes zu Ihnen. »Nein, Herr Kapitän! Ich habe keinen Laut gehört, nicht das geringste Geräusch!« Dann erschallte Engelhorns kurzer Befehl. »Bootsmann! Die Boote bewanden! Für jeden Mann ein Gewehr und Munition!« Die Dunkelheit belebte sich mit allen möglichen Geräuschen. Man hörte die Alarmpfeife des Bootsmanns, das Knarren und Rasseln der Bootskräne, das Klicken der Gewehre, die Stimmen und Befehle der geschäftigen Seeleute. Denim starrte Driscoll an. Dann platzte er heraus. »Die Boote! Die Boote!« »Heder, Kapitän, Sie glauben doch nicht wirklich etwa...« »Man kann nie wissen!«, antwortete Engelhorn. »Aber wir werden keine Zeit verlieren. Jede Minute ist kostbar. Wir müssen uns Gewissheit verschaffen, Mr. Driscoll. Sie übernehmen die Suchaktion auf dem Schiff. Und beeilen Sie sich, mein Junge! Beilen Sie sich!« Heiße, schwielige, schwarze Hände pressten N. auf den Boden des lautlos dahinrasenden Einbaums. Man hielt ihr den Mund zu, und obgleich sie sich verzweifelt warnt, war sie unfähig, einen Schrei auszustoßen, der die Mannschaft der in der Dunkelheit verschwindenden Wunderer hätte warnen können. Nicht ein einziger Schrei war ihr vergönnt gewesen, seit man sie ergriffen hatte. Heiße, feste Hände hielten sie gefangen und geknebelt. Sie hatte sie zuerst am Mund gespürt, als sie auf den schmalen, dunklen Gang getreten war, der am Decküberbau vorbeiführte, und Mund, Arme und Beine waren seitdem im festen, würgenden Griff dieser Männer, die sie die Schiffsflanke hinab von einem zum anderen weitergereicht hatten. N. empfand eine Art von Angst, wie sie sie nie zuvor verspürt hatte. Eine Angst, die sie sich auch nie vorgestellt hatte. Von einem solchen Schrecken, der sie in immer stärkeren Wellen überfiel, hatte sie in keinem Buch gelesen. Nichts von allem, was sie kannte, kam demgleich. Sie hatte das Gefühl, dass jeder Zoll ihres geschmälten Körpers sich mit unaussprechlichen Dingen belebte. Es war stärker als die mitternächtlichen Ängste der Kindheit. Es war stärker als die Schrecken eines Albtraums. Ihr einziger bewusster Gedanke war, nach Hilfe zu schreien. Aber sie erkannte verzweifelt, dass es ihr auch nichts nützen würde, wenn die Hand sich für einen kurzen Augenblick von ihrem Mund löste. Denn ihre Kehle war wie zugeschnürt und hätte ihr jeden Dienst verweigert. Ihre Beine, die man endlich losgelassen hatte, waren ja auch unfähig, sich zu bewegen. Als der Einbaum am Strand auflief, ihre Entführer sie herauszerrten und auf die Füße stellten, sank sie zusammen. Um keine Zeit zu verlieren, wurde sie von zwei schattenhaften Gestalten gepackt, auf die Schultern geladen und in raschem Laufschritt in die Richtung des Dorfes getragen. Mehrere Male während dieses Eilmarsches wurden die Träger ausgewechselt. Das geschah stets auf einen schrillen, hastigen Befehl hin. Als sie diese Stimme zum dritten Mal vernahm, stellte sie pochenden Herzens fest, dass es der alte Zauberpriester war, der die Befehle erteilte. Der Versammlungsplatz vor dem großen Tor in der Mauer, wo die Zeremonie stattfinden sollte, war mit Fackeln hell erleuchtet. Der ganze Stamm hatte sich hier eingefunden, so wie sie es am Nachmittag gesehen hatte. Die gleichen dicht besetzten Reihen hatten sich in ihrer Rangordnung auf beiden Seiten des mit Fällen ausgestatteten Podiums aufgestellt. Die gleichen schwarzen Gorillamänner hockten in den ersten beiden Reihen. Der König hatte gelassen und würdig seinen Platz eingenommen. Er trug dieselbe prunkvolle Kleidung aus Federn, Graswerk und Pelzen. Und der Zauberpriester hatte soeben Enns Träger, die sie nun bewachten, verlassen und war an seinen ihm zustehenden Platz zurückgekehrt. Als Enn das leere Podium erblickte, das etwas erhöht auf einer der breiten Steinstufen der zum Tor führenden Treppe aufgebaut war, kam ihr die Bedeutung dieser Tatsache gar nicht klar zu Bewusstsein, denn sie war vor Schrecken und Ängsten wie gelähmt und unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Immerhin erkannte sie in ihrer Nähe ein mitleidsvolles Gesicht, das sich von der fanatisierten Menge abhob. Es war das junge Mädchen, das am Nachmittag Blumen geschmückt auf dem Podium gekniet hatte. Jetzt war sie wie alle anderen Frauen gekleidet. Aber auch das sagte Enn nichts. Und als sie auf ein Zeichen des Hexenmeisters hin, gepackt und auf das Podium gesteppt wurde, saß sie fassungslos da. Der Befehl, sie auf den ihr zugewiesenen Platz zu schaffen, war nervös und hastig erteilt worden. Der Hexenmeister hatte schon seit ihrer Entführung von der Wanderer seine Paddler hart angetrieben. Er hatte die Träger vom Strand bis in das Dorf zur höchster Geschwindigkeit gedrängt, und nun schien er größte Eile zu haben, die Zeremonie durchzuführen. Enn war sich zwar vage bewusst, dass all diese Eile auf die Furcht vor einer raschen Rettungsaktion der Schiffsmannschaft zurückzuführen war, aber sie hatte alle Hoffnung bereits aufgegeben. Schon von dem Augenblick an, als ihr der erste Schrei in der Kehle erstickt war, hatte sie alle Hoffnung verloren. Unvermeidlich war sie zu der Überzeugung gelangt, dem geheimnisvollen Schicksal dieser Insel ausgeliefert zu sein, und glaubte nicht an die Möglichkeit einer Rettung. Auf ein Zeichen hin begann die Menge ihren Gesang. Ihre Reihen wiegten sich im Licht der Fackeln zu einem hypnotisierenden Rhythmus. Der Zauberpriester trat vor das Podium und führte aufs Neue seinen seltsamen Gebetstanz auf, und wieder traten die Gorillamänner hüpfend aus den Reihen der singenden Menge. Und nun ertönte ein Signal, wie am Nachmittag, das dem König bedeutete, in die Zeremonie einzugreifen. Er erhob sich von seinem Platz, schritt langsam auf das Podium zu und winkte mit gebieterischer Geste zehn Krieger herbei, die vor die beiden polierten Holzklötze traten, mit denen das große Tor verriegelt war. N. D. C. N. brauchte die Sprache nicht zu verstehen, um zu wissen, dass der König »öffnen« gerufen hatte. Je fünf Krieger machten sich an einem der beiden Riegelklötze zu schaffen. Sie zerrten sie mit großer Mühe aus den massiven, etwas eingerosteten Eisenscharnieren heraus. Und mit noch größerer Anstrengung begannen nun beide Gruppen, die schweren Torflügel aufzustoßen. »Mdundo«, befahl der König. Im selben Augenblick schlug einer der am Tor stehenden Krieger mit mächtig ausholendem Schwung auf die über ihm hängende Metalltrommel. Das dröhnende Geräusch brachte N. kurz zu Bewusstsein, dass Driscoll mit seiner Vermutung Recht gehabt hatte. Das war das Signal. Es war aber nicht nur das Signal für jenen unbekannten Bräutigam, der draußen in der Wildnis darauf wartete, denn beim Ertönen des Gongs brach der Gesang plötzlich ab. Die dichten Reihen zu beiden Seiten des Podiums lichteten sich. Die versammelten Männer, Frauen und Kinder liefen erregt und scheinbar erwartungsvoll zur Mauer. Sie stellten primitive Leitern an und stiegen den Wall empor. Erst als sie alle auf der Höhe des Schutzwalls versammelt waren, nahmen sie wieder ihren Gesang auf, und dabei schwangen sie ihre lodernden Fackeln in den Nachthimmel, ganz als wenn sie sich bemühten, ihr Licht in die vor ihnen liegende Wildnis dringen zu lassen. »Tasko!« rief der König. Jetzt packten die Träger N. mitsamt dem Podium und seiner Dekoration und trugen sie durch das offene Tor hinaus. »Wartu!« rief der König. Sofort stießen die Krieger das Tor wieder beinahe ganz zu. Nur einen engen Spalt ließen sie offen. Die zehn Krieger standen bereit, auch diesen kleinen Spalt zu schließen, sobald die hinausgegangenen Träger zurückgekehrt waren. An ihren grimmigen Minen ließ sich erkennen, dass sie das Tor, wenn nötig, auch vorher verriegeln würden, falls die Träger es nicht rechtzeitig erreichten. »Mdundo!« rief der König abermals. Und wieder erschallte ein mächtiger Gongschlag, dessen Donner sich in der schwarzen Wildnis verlor. Oben auf der Mauer schwangen die Menschen ihre Fackeln, um bessere Sicht zu haben. Hinter der Mauer lag ein kurzes, ebenes Gelände, das sich bis an den Fuß des steilen Felsens erstreckte. Auf dieser Ebene, etwa zwanzig Meter von der Mauer entfernt, stand eine Art Altar, der mindestens ebenso alt sein mußte wie die Mauer. Seine steilen Steinstufen waren von weißgrauem Flechtenkraut überwachsen, und darüber erhob sich eine mit dichtem grünen Moos bedeckte Altarfläche, deren Farben im Fackelschein besonders gespenstisch aufleuchteten, und kaum eine Armlänge voneinander entfernt, standen zwei antike, herrlich gemeißelte Säulen auf der Plattform. »Tasko! Tasko!« Die befehlende Stimme des Königs schallte durch den Torspalt, und die Träger eilten mit verdoppelter Hast, schleppten N. über die glitschigen Stufen zum Altar hinauf und stellten sie zwischen den beiden Säulen ab. Zwei Männer spreizten ihre Arme auseinander, während zwei andere ihr mit Hanfseilen die Knöchel fesselten und sie an den Säulen festbanden. N., der die Kräfte vollends geschwunden waren, sank zusammen und hing nun fast ohnmächtig mit geschlossenen Augen zwischen den Säulen. »Mdundo!« rief der König jetzt wieder dem Gongschläger zu. Der Mann schwang machtvoll seinen Knüppel, und der Schlag rollte wie Ohrenbetäubender Donner durch die Nacht. Die Volksmenge auf dem Schutzwall brach in einen wild heulenden Gesang aus. Die Träger sprangen zu Boden und flohen dem Tor zu, während sie mit schreckgeweiteten Augen zurückblickten. Der Torspalt schloss sich hinter dem letzten Träger, und nun war N. allein, jenseits der schützenden Mauer. Aus dem Schatten der steilen Felsenklippe kam ein tiefes, unwirkliches Brüllen, das den Lärm des Gongs und der Trommeln übertönte und ihn an die Mauer zurückwarf. »Kong!« schrie die wartende, fackelschwingende Menge aus voller Kehle. »Kong!« 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 Ein fast instinktives Ahnen des ihr drohenden Geschicks ließ Anne die Augenlider öffnen. In ungläubigem Entsetzen starrte sie in die Nacht und versuchte sich zu erinnern, wo sie war. Sie blickte auf ihre Handgelenke. Jetzt wußte sie wenigstens, warum sie so stechend schmerzten. Sie richtete sich mit Mühe auf, um das Zerren ihrer Fesseln zu lindern. Nun sah sie auch die Mauer und die Menschenmenge darauf vor sich. Während sie langsam zu Bewusstsein kam, vernahm sie einen tiefen, markerschütternden Schrein ihrem Rücken und spürte, wie ein gewaltiger Schatten sich ihr näherte. Sie blickte sich um. Und während sie mit weit aufgerissenen Augen in die Nacht starrte, trat der Schatten aus dem finsteren Hintergrund des Felsens in das offene Gelände und wurde plötzlich zu entsetzlicher Wirklichkeit. Sein riesiges Maul brüllte dem Volk auf der Mauer trotz zu. Die schwarzen, pelzigen Hände trommelten in wilder Herausforderung auf die schwarze, zottelige Brust. Im vollen Lichterschein der Fackeln zögerte er, blieb stehen und dann, als lese er die Bedeutung der Abertausend auf den Altar weisenden Hände, drehte er sich um, blickte auf den Altar und sah Anne. Dieses Wesen sah nicht zu Anne auf ihrem Sockel hinauf. Es blickte auf sie nieder. Es kam näher und starrte auf die Gestalt zwischen den beiden Säulen. Hoch oben auf der Mauer hielten die Eingeborenen ihren Atem an. Die gestikulierenden Arme erstarrten zur Bewegungslosigkeit. Selbst die Fackeln schienen nicht mehr hin und her zu schwanken und Enns Schrei verhallte inmitten tödlicher Stille. Kong stapfte einen halben Schritt zurück und knurrte bösartig. Seine große Pranke, die gerade den im Fackelschein leuchtenden, so wunderbar fremdartigen Goldschopf fassen wollte, schnellte zurück. Er drehte sich um und starrte argwöhnisch zur Mauer hin. Aber als sich dort nichts mehr rührte und als auch die Gestalt zwischen den beiden Säulen still und in sich zusammengesunken dalag, war wieder die Neugierde in ihm erwacht. Er bemerkte sofort, dass er Enn nicht aufheben konnte und entdeckte auch gleich den Grund dafür. Die Seile boten allerdings keine Schwierigkeit. Die um die Säulen geschlungenen Knoten zerrissen in seinen Händen und nun konnte er nach Belieben das erstaunliche Wesen betrachten, das ihm locker über den Arm hing. Leuchtendes Blondhaar, blütenhafte Wangen, Kleidung aus zartem Stoffgewebe, sonderbares Fußwerk. Seine Finger betasteten ein nicht enden wollendes Geheimnis. Er war so in seine Neuentdeckung vertieft, dass er wie versonnen zu knurren begann, den schlaffen Körper immer von Neuem betastete, drehte und wendete, so wie ein kindliches, menschliches Wesen einen vor Schreck oder Kälte gelähmten, bewusstlosen Vogel untersuchen würde. Als wieder laute Schreie aus der Menschenmenge über die Mauer schalten, blickte er nicht einmal auf. Als neue Stimmen sich im allgemeinen Lärm erhoben, schenkte er ihnen keine Aufmerksamkeit. Mit einem letzten eindringlichen Blick auf die helle Gesichtshaut unter seiner Hand schob er Enns leblosen Körper behutsam in die Beuge seines Arms und schritt langsam in den Schatten des Felsens zurück. Auf das schwere Knarren des sich öffnenden Tors reagierte er überhaupt nicht. Und als eine ihn herausfordernde Gestalt durch das Tor stürzte, ihm nachrief und ein pfeifendes Ding an seinem Ohr vorbeischoss, beschleunigte er nur seine Schritte, um im schützenden Dunkel der Wildnis zu verschwinden. Zuerst hatte Denim die Rettungstruppe befehligt. Sie waren in den Booten im Eiltempo an den Strand gerudert, und er hatte von dort aus die Matrosen zu einem atemlosen Schnelllauf zum Dorf angetrieben. Aber von dem Augenblick an, als sie das große Tor geöffnet hatten, übernahm Driscoll das Kommando. Driscoll organisierte die Verfolgungsjagd auf der Suche nach Kong. Denn er allein hatte das gewaltige Gott-Tier gesehen, als es mit N, deren Goldschopf in seinen Arm gebettet lag, in der Dunkelheit verschwand. Und der Schuss, der Kongs Schritt beschleunigt hatte, war von ihm abgegeben worden. »Das ist meine Arbeit«, hatte er zu Denim gesagt, und der Regisseur hatte ihm zugenickt. »Okay, Jack, wir machen das gemeinsam.« »Ich brauche ein Dutzend von euch«, rief Driscoll und wandte sich an die Mannschaft. »Wer will mitkommen?« »Ich gehe mit«, erbot sich Lampi, und hinter ihm meldeten sich andere mit erhobener Hand. »Lampi, Sie halten hier die Wache«, sagte Driscoll. »Ich nehme Sie«, rief er dem Nächsten zu, »und Sie«, »und Sie«. »Wer hat die Bomben?«, fragte Denim. »Wir werden sie brauchen.« »Sie sind hier«, rief Jimmy, und als ein stärkerer Mann sich erbot, sie zu tragen, verweigerte er es ihm eifersüchtig. »Nicht zu machen, alter Freund. Ich habe Sie vorher geschleppt. Ich kann Sie auch jetzt schleppen.« »Wir werden den Kapitän hier lassen.« »Er soll das Kommando übernehmen«, sagte Driscoll zu Denim. »Ist das Ihnen recht?« Denim nickte. »Jetzt inspizierten die beiden gemeinsam die Gewehre, die Munition und die Taschenlampen.« »Wir formen eine Einerkolonne«, befahl Driscoll. »Achten Sie stets auf den Mann vor Ihnen und folgen Sie mir.« Er ging im Laufschritt voran. Denim neben ihm. Sie blieben vor dem Altar stehen und maßen die Höhe der Säulen mit den Augen ab. Driscoll sah Denim unglaublich an. »Sie haben es doch auch gesehen, nicht wahr?« Denim nickte. »Ich kann es einfach nicht fassen«, sagte Driscoll. »Dabei habe ich es mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Kopf dieses Undings war ungefähr in Höhe dieser Säulenspitze. Und diese Säulen sind bestimmt gute sechs Meter hoch vom Boden aus. Ich will verdammt sein, wenn es nicht so war«, erschauderte. »Kommen Sie«, sagte er schließlich. »Wir vergeuden nur unsere Zeit.« Als Sie am Fuße des Felsens angelangt waren, hörten Sie zu Ihrer linken plätscherndes Wasser, das irgendwo in der Finsternis floss. Denim meinte, dass dieses Wasser Sie zu einer Rinne führen könne, durch die Sie auf die Hochebene gelangen würden. So stolperten Sie in diese Richtung. Sie kamen bald an einen Fluss, als jemand weiter hinten aus der Gruppe rief. »Hier ist eine Spur!« Driscoll leuchtete mit seiner Taschenlampe auf eine Fußspur von solchem Ausmaß, dass die Männer, die es sahen, ihren Augen nicht trauten. Aber sie führte direkt auf den Kletterpfad zu, den Driscoll ausfindig gemacht hatte. »Gehen wir los«, sagte er. In der herrschenden Finsternis erwies sich der Aufstieg als schwierig und gefahrvoll. Fast auf jedem Meter gab es aufgeschlagene Schienbeine, zerkratzte Knie oder sonstige Schürfwunden. Ein Mann glitt aus, stürzte in das reißende Wasser und trieb etwa hundert Meter talwärts, bis er an einem Felsvorsprung Halt fand. »Ich habe mein Gewehr nicht losgelassen!«, jabste er stolz, als man ihn aus dem Wasser zog. Auf der Höhe des Felsens, wo die Hochebene begann, gerieten sie sofort in einen dichten Dschungel. Mächtige Bäume reckten sich zum Himmel empor und zu ihren Füßen wuchs unentwirrbares Unterholz. Der Fluß war hier etwas breiter und verlief tief in das Land hinein, das sich in der Entfernung immer mehr zu erhöhen schien. »Diese ansteigende Hochebene wird uns wahrscheinlich bis an den Fuß des Schädelbergs führen«, vermutete Denim. Aber nirgends waren eine Spur oder ein Pfad zu sehen, und einen Augenblick lang standen die Männer ratlos herum. »Wir müssen weitersuchen. Irgendwo muss es einen Pfad oder eine Spur geben«, befahl Drüskel. »Hier ist ein niedergetretener Busch«, rief ein Matrose. »Hier muss irgendein schweres Tier durchgekommen sein.« Die abgebrochenen Zweige waren frisch. »Und hier ist schon wieder diese Fußspur«, rief ein anderer. Sie war auf einer offenen Stelle hinter dem niedergetretenen Busch zu sehen und führte wieder Strom aufwärts. Das war ein ausreichender Hinweis. Drüskel übernahm die Führung und kämpfte sich mit der Truppe so rasch durch Gestrüpp und Dunkelheit voran, wie es irgend möglich war. Wieder stießen sie auf eine Fußspur, und wieder wies sie in die anfänglich eingeschlagene Richtung. Drüskel war im Laufschritt vorangeeilt, als Denim plötzlich einen kurzen Warnruf ausstieß. Drüskel blieb stehen und blickte in die Richtung, in die der Regisseur mit ausgestrecktem Arm gewiesen hatte. Die Matrosen hinter ihm waren in panische Schreckensschreie ausgebrochen. »Kong«, rief jemand angsterfüllt. Aber es war nicht Kong. Ein ungeheuer großes Tier war aus dem Dschungel getreten. Ein wahres Fabeltier mit einer dicken, schuppigen Haut, einem gewaltigen, stacheligen Schwanz und einem verhältnismäßig kleinen, reptilartigen Kopf, der auf einem endlos langen, schwankenden Hals hin- und herschaukelte. Es bewegte sich unbeholfen in einer Art von Hockstellung auf seinen riesigen Hinterbeinen voran, und seine kurzen Vorderbeine, die eher Pfoten glichen, hingen ihm hoch oben von seinem Körper, etwa an der Mündung des Halses herab. Die Seeleute starrten das Ungeheuer fassungslos an. Aber Denim und Drüskel, die hier zum ersten Male das ganze Ausmaß und die Bedeutung des Geheimnisses dieser Insel erblickten, bewahrten ihre Geistesgegenwart. »Jimmy!« rief Denim. »Wo sind die Bomben? Schnell!« Er schnappte sich eine der Kugeln, während das Tier sich in ihre Richtung wandte. »Wenn ich das Ding hier wegschleudere!« rief er laut seinen Leuten zu. »Werft ihr euch alle bäuchlings auf die Erde und presst das Gesicht auf den Boden!« Das Tier war am Rande des Dschungels stehen geblieben, blähte seine Nüstern und witterte den befremdenden Geruch der seltsamen Wesen in der Lichtung. Dann hüpfte und schleppte es sich schwerfällig mit offenem Rachen voran und ging zum Angriff über. Die Matrosen rannten in alle Himmelsrichtungen. Jimmy folgte ihnen als letzter, da er die jetzt doppelte kostbare Last zu tragen hatte. Nur Denim und Drüskel blieben unbeweglich stehen. Drüskel landete zwei Gewehrschüsse in den schaukelnden Kopf, aber sie hatten scheinbar keinerlei Wirkung. Denim wartete geduldig, dass das Ungeheuer sich genügend näherte. »Wenn Sie sich zu Boden werfen«, sagte er, ohne die Ruhe zu verlieren, »bleiben Sie bitte in meiner Nähe und stehen Sie nicht auf, bevor ich es tue.« Dann warf er. Die Kugel schlug dicht vor den Füßen des Untiers auf. Die sogleich darauf erfolgende Explosion hüllte den schuppigen Leib und den kleinen Kopf in eine dichte blaue Graswolke. »Runter«, rief Denim und warf sich ebenfalls zu Boden. Als Drüskel neben ihm lag, tastete Denim nach dem Gesicht seines ersten Offiziers, um sicher zu sein, dass er es zur Erde hielt. Drüskel atmete den schweren, feuchten Duft der Erde ein, und der bittere Saft sprießender Wurzeln brannte ihm auf den Lippen. Gerade vor ihm erbebte die Erde von dem Fall einer schweren Masse. Er wollte aufstehen, aber Denim hielt ihn warnend mit der Hand zurück. Endlich hob er die Hand und klopfte ihm auf die Schulter. Drüskel erhob sich. Kaum eine Körperlänge vor ihm lag der ausgestreckte, zuckende Kopf des Tieres, und hinter dem Kopf streckte sich der leblose Körper wie ein gewaltiger Hügel empor. Verblüfft starrte er auf die Jagdbeute, denn er hätte sie nie so nahe bei ihnen vermutet. »Tonner Wetter«, rief er erstaunt aus. »Das Ding hat ja noch gute fünfzehn Meter zurückgelegt, nachdem es das Gras bekommen hat.« »Aber ich habe es gestoppt«, sagte Denim triumphierend. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass nur eine von diesen Bomben genügt, um das stärkste Tier umzuhauen?« »Ist es tot?« »Nein«, sagte Denim, »aber das ist jetzt nur noch eine Kleinigkeit.« Er griff sein Gewehr, trat an das Tier heran, tastete nach der Stelle, wo das Herz war, und schoss zweimal. Der riesige Leib zuckte noch einmal wie im Krampf und blieb dann reglos und starr liegen. Denim zögerte, und um ganz sicher zu gehen, gab er noch einen Schuss in den reptilartigen Kopf ab. Dann kehrte er zu Driscoll zurück und starrte jetzt fast ebenso fassungslos, wie die Matrosen es getan hatten, auf das erlegte Tier. Inzwischen waren die anderen wieder eingetroffen und standen versammelt um das Ungeheuer herum. »Prähistorisches Leben«, rief Denim in wilder Begeisterung, packte Driscoll am Arm und fuhr zu ihm gewendet fort. »Jack«, sie hat es ganz richtig erraten, als sie gestern Abend auf dem Schiff davon sprach. »Ich meine natürlich Anne.« Aber sie hat nur einen kleinen Teil davon erraten. Sie meinte, das Gott-Tier sei vielleicht ein Wesen, das noch aus vorsintflutlichen Zeiten stamme. Aber wenn dieses Ding hier tatsächlich vor mir liegt, dann bedeutet das, dass es in der Hochebene von allen möglichen derartigen Geschöpfen geradezu wimmelt und dass sie alle mit Kong die Jahrtausende überlebt haben. Driscoll prüfte sein Gewehr, um sich zu vergewissern, dass kein Schmutz in den Lauf gedrungen war. Dann winkte er die Matrosen heran. »Sucht nach weiteren Spuren«, befahl er. Während die Männer sich wieder verstreuten, sagte er langsam und bestimmt zu Denim, »Wenn meine Vermutung stimmt, werden sie noch eine Menge solcher vorgeschichtlicher Wesen hier antreffen. Mehr, als ihnen lieb ist. Und sie werden nicht halb so viel Spaß daran haben, wie sie sich jetzt einbilden.« Das Auffinden der Spuren erwies sich bei Tageslicht als recht einfach. Ein halbes Dutzend wurden gemeldet und nach kurzer Zeit war die Gruppe wieder unterwegs und folgte der Fährte. Der Pfad führte immer noch am Ufer des Flusses entlang, aber nun schien es bergab zu gehen, was immerhin erstaunlich war. »Wir haben wieder Nebel und es wird dichter«, beklagte sich Jimmy. »Ja, er wird dichter«, bestätigte Denim, und dann rief er plötzlich, »seht euch das mal an!« Vor ihnen lag eine Mulde, in die der Fluss hineinlief. An der Stelle, wo sie am tiefsten war, hatte der Morgendunst sich fast zu einer Nebelwolke verdichtet, und inmitten dieser Stelle hörten sie ein seltsames Planschen und Plätschern. »Was meinen Sie? Kann er das sein?« fragte Denim. »Das werden wir gleich feststellen«, rief Driscoll und rannte zum Ufer. Dort wartete er in ungeduldiger Verzweiflung, bis die anderen ihn eingeholt hatten. Der Boden war sandig und feucht, und ganz am Rande des Flusses war eine frische Fußspur, in der sich noch kein Wasser angesammelt hatte, obgleich es sonst schnell in jede Vertiefung des Sandufers eindrang. »Er hat den Fluss überquert«, sagte er, und zeigte auf den Strom, der in der Mulde fast zu einem kleinen See angeschwollen war. »Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen schwimmen.« »Kommt nicht in Frage«, erwiderte Denim kopfschüttelnd. »Wir können doch nicht mit Gewehren und Bomben schwimmen.« »Dann werden wir halt noch etwas Besseres tun«, sagte Driscoll und wies auf zwei Baumstämme hin, die am Ufer lagen. »Wir werden ein Floß bauen.« »Gut«, stimmte Denim ihm zu. »Jungs, alle mal herhören«, rief Driscoll den Männern zu. »Wir werden den Floß auf einer Fähre überqueren.« »Wir bauen ein Floß!« Sie arbeiteten alle mit höchster Geschwindigkeit. Das Floß war rasch zusammengezimmert. Ranken und zähe Schlingpflanzen gab es in jeder Menge, und die Baumstämme und Klötze, die sie brauchten, waren schnell gefunden. Diese lagunenhafte Erweiterung des Flusses schien der ideale Auffangplatz für alles zu sein, was der Strom in seinem Lauf an Treibgut mitschleppte. »Wie tief könnte das Wasser hier sein?«, fragte Driscoll. »Höchstens drei bis vier Meter über den größten Teil der Strecke«, schätzte Denim. »Aber von dort an, wo gegen die Mitte zu kein Gras mehr zu sehen ist und wo das Wasser so verdächtig still liegt, könnten wir auf ein tiefes Loch stoßen. Und da werden die Starken wohl nicht mehr auf Grund stoßen. Dann werden wir halt ein bisschen paddeln müssen.« Im nebligen Dunst, der über dem Ufer lagerte, kletterten die Seeleute vorsichtig auf das Floß. Jeder von ihnen hatte neben seinem Gewehr eine lange Starke mitgenommen. Sie mussten sich sehr eng aneinanderdrücken, und der letzte Mann fand nur noch mit großer Mühe einen Platz. »Lasst mir die Gewehre nicht nass werden«, warnte Denim. »Wir werden schon aufpassen«, antwortete Jimmy für die Mannschaft. »Alles bereit?«, Driscoll sah sich noch einmal prüfend um. »Wir sind bereit, Chef.« »Passen Sie auf die Bomben auf, Jimmy.« »Und ob ich das tun werde?« »Schön, dann kann es losgehen.« »Stoßt ab!« Sie setzten sich mit einem Ruck in Bewegung, und zuerst kam das Floß so ins Schlingern, dass die Männer, die hinten saßen, ins Wasser fielen. Sie konnten sich jedoch mit ihren Starken retten, kletterten wieder herauf und stießen nun mit äußerster Behutsamkeit im Gleichtakt mit den anderen. »Ruhig sitzen! Vorsichtig stoßen!«, rief Denim ihnen zu. »Und achtet auf das Gleichgewicht! Lass das Ding nicht ins Schlingern kommen!« Wieder versank eine Ecke im Wasser. »Verlagert euer Gewicht in der Mitte!«, wartet Döskel. »Schön in die Mitte!« »Gut so!« »Ich glaube, ich sehe grasbewachsenen Grund vor uns.« »Dann können wir wieder starken! Hey, was ist das? Was ist da los?« Das Floß war mit dem Heck an etwas Hartes gestoßen. Was konnte das sein? Ein Klotz? Das obere Ende eines durchtränkten Baumstamms? »Himmel! Herrgott!«, schrie Jimmy auf. Ein prustendes, langgezogenes Bellen war auf den Aufprall gefolgt, und gleich darauf tauchte hinter dem Floß ein riesiger, stachlich-schuppiger Kopf und ein Teil eines gewaltigen, grauschimmernden, schuppigen Körpers aus dem Wasser auf. »Ein Dinosaurier!«, rief Denim. »Heiliger Strohsack! Ein Dinosaurier!« Seine Stimme drückte eine Mischung aus Bestürzung und triumphierender Begeisterung über diese Entdeckung aus. Aber das plötzliche Auftauchen dieses Ungeheuers löste bei den Männern panischen Schrecken aus. Sie schlugen wild mit ihren Starken herum und hätten das Floß fast zum Kentern gebracht. Der riesige Kopf tauchte wieder unter. Ein breiter, schuppiger Rücken erschien an der Oberfläche und verschwand dann ebenfalls in den Fluten. »Stoßt voran! Beeilt euch!«, befahl Driscoll schnell. »Das Ding versucht unter uns zu kommen! Wir sind ja schon fast da! Also los! Allesamt! Hau ruck!« Sie wandten alle ihnen verbleibende Kraft auf, um mit mächtigen Stößen ans andere Ufer zu treiben. Sie waren noch etwa einen guten Steinwurf vom Ufer entfernt, als das Floß von unten her einen gewaltigen Stoß bekam. »Die Bomben!«, rief Denim. »Retten Sie um Gottes Willen die Bomben, Jimmy!« Aber Jimmy war kaum in der Lage, sich selbst zu retten. Und als Denim noch in letzter Sekunde nach einer dieser Eisenkugeln greifen wollte, war es bereits zu spät, obgleich er sogar sein Gewehr ins Wasser hatte fallen lassen, um an die Bombenkiste zu gelangen. Sie waren alle ins Wasser gestürzt. Das Floß hatte sich in seine zehn ursprünglichen Bestandteile aufgelöst. Einer dieser Teile war auf den Kopf des Mannes gefallen, der dem Floß schwimmend gefolgt war. Er versank unter der Last und kam nicht wieder zum Vorschein. Die anderen kämpften sich ans Ufer und rannten ratlos herum wie eine aufgescheuchte Schafherde. Ohne sich lange damit aufzuhalten, auf die übrige Truppe zu warten, pürschte Driscoll wieder in schnellem Laufschritt voran. Er hatte bald die Stelle erreicht, wo er auf eine neue Spur des Gott-Tieres zu stoßen hoffte. Denim, der auch ein guter Schwimmer war, kam als Nächster. Und links hinter ihm folgte Jimmy, der endlich seine schwere Last nicht mehr zu tragen hatte. Der halb aus dem Wasser ragende Dinosaurier kroch noch immer inmitten der Trümmer des Floßes herum. Der gewaltige Schlag, den er dem schwimmenden Feind versetzt hatte, die dichten Dunstschwaden und der Hagel der stürzenden Balken und Klötze hatten ihn kurz aus der Fassung gebracht. Sonst wären wohl nur wenige Männer mit dem Leben davon gekommen. So aber hatten sich alle bis auf einen in den Schutz des steilen Uferhanges gerettet, als das Untier seinen Kopf emporstreckte. Und diesen einen Mann hatte es jetzt erblickt. Mit elefantenartigen, stapfenden, stampfenden, raschen Schritten jagte es ihm nach. Hier bleiben, warnte Denim, als Driskel impulsiv zu Hilfe einen wollte. Es sei schon rein zeitlich ganz ausgeschlossen, irgendetwas zu unternehmen, erklärte er ihm. Und die anderen, die wie versteinert dastanden, schienen es nur noch zu bestätigen. Der zwergenhaften Gestalt war es schließlich gelungen, einen Baum zu erreichen. Und durch ein wahres Wunder an verzweifelter Kraftanstrengung hatte der Mann es geschafft, einen der niedrigen Äste zu erklettern. Der Dinosaurier hatte sich vor den Baum gestellt und öffnete scheinbar langsam und bedächtig seinen Riesenmaul. »Hat denn niemand von euch ein Gewehr?«, fragte Denim wütend. »Die liegen alle auf dem Grunde des Flusses«, stammelte Driskel. »Wenn wir doch nur wenigstens eine von diesen Bomben hätten«, rief ein Matrose, »dann könnten wir zurücklaufen und vielleicht etwas tun.« »Ich musste sie loslassen, sonst wäre ich selbst ertrunken«, entschuldigte sich Jimmy. »Das war, weiß Gott, ein verdammter Blödsinn«, sagte Denim zu ihm. »Sie hätten wenigstens ein paar von den Dingern retten können.« »Sie haben ja auch ihr Gewehr verloren.« »Da haben Sie allerdings recht«, gab Denim verlegend grinsend zu. »Das habe ich.« Außer den Dolchmessern, die Driskel und einige der Matrosen bei sich trugen, hatten sie nun keine Waffen mehr. Sie starrten alle runter ins Tal. Der groteske Riesenkopf des Dinosauriers richtete sich auf und ragte aus dem Dunst hervor. Langsam bewegte er sich auf den Körper des im Baum kauernden Mannes zu, bis nur noch ein fadendünner Lichtstreifen ihn von diesem trennte. Ein dünner, schriller Schrei drang aus der Ferne zu ihnen. Dann verschmolzen Kopf und Körper ineinander. Die kleine Gruppe auf dem Bergkamm drängte sich enger aneinander. Ein Matrose drehte sich plötzlich um und musste sich heftig übergeben. Ein anderer wollte in verzweifelter Wut den Berg herunter zu seinem Kameraden rennen, aber Denim hielt ihn zurück. »Wir müssen weiter«, sagte Driskel und blickte noch einmal über den Asphaltmorast, den zu überqueren das nächste Problem war. »Verteilt euch, Leute, und schaut zu, ob ihr eine Fußspur findet!« Er fühlte sich krank, wenn er daran dachte, wie viele Leute von seiner Mannschaft vielleicht noch umkommen würden, bevor sie Kong erwischten, und wie viele danach. Und da er wieder mit dem Gotttier beschäftigt war, brachte er sich das Bild in Erinnerung, das er zwischen den Säulen des Altars hindurch gesehen hatte. Das Bild stand ihm noch so lebendig vor Augen, dass er zuerst das, was er auf dem Morast vor sich sah, für ein Produkt seiner Fantasie hielt. Aber die Schreie der anderen überzeugten ihn von seinem Irrtum. Was er da sah, war Wirklichkeit. Das Gotttier, das sie so verzweifelt gesucht hatten, stampfte aus der Mitte des Asphaltsumpfes direkt auf sie zu. Es war von unbeschreiblicher Grauenhaftigkeit, enormen Ausmaßen, dicht behaart wie nur irgendeines jener affenähnlichen Geschöpfe aus dem afrikanischen Dschungel, denen es bis auf die Größe glich. Aber die Tatsache, dass es sich seinen Weg mit einer langsamen, fast menschlichen Vorsicht bahnte, ließ es zu alledem nur noch unglaublicher erscheinen. Unglaublich war auch die liebevolle Behutsamkeit, mit der es N. in seinem Arm trug. Sein primitives Gehirn schien diesem seltsamen Besitz einen Wert beizumessen, der ihm vielleicht gar nicht begreiflich war. Wie er den leblosen Körper des Mädchens in der Beuge seines Arms trug, glich sein Verhalten dem einer steinzeitlichen Frau, die in der Wildnis irrend ihr Kind in ihren Armen wiegte. Ja, es war fast, und die verblüfften Zuschauer hätten darauf schwören mögen, als wenn er absichtlich die Gefangene mit seinem breiten, mächtigen Rücken vor den ihn verfolgenden gigantischen Tieren schützte, die sich unerbittlich und schwerfällig hinter ihm herschleppten und immer wieder hartnäckig und verbissen ihre riesigen Füße aus dem sumpfigen, schwarzen Asphalt befreiten, um nicht einzusenken. Diese Ungeheuer gehörten offensichtlich einer weiteren Gattung an, die auf der Schädelberginsel längst vergessene Zeiten überlebt hatte. Es waren riesige, vierbeinige Wesen mit kurzen, dicken Hälsen und kurzen, schweren Köpfen, die in Hörner ausliefen. Sie hatten jeweils drei Hörner am Schädel, drei kurze, scharfkantige, tödliche Waffen, mit denen sie wild und böse auf Kong einzudringen versuchten. Sowohl Kong als auch seine Verfolger waren derart miteinander beschäftigt, dass sie die Zuschauer auf dem Bergkamm überhaupt nicht wahrnahmen. »Los, runter!« befahl Dröskel. »In Deckung!« Die ganze Truppe warf sich hinter den schützenden Blickschirm einiger Büsche. »Wenn wir nur unsere Bomben hätten!« seufzte Denim. »Was sind denn das für Viecher?« fragte Dröskel. »Tri, äh, Denim zögerte, das Wort auszusprechen. Er kannte es gut genug, hatte es aber wahrscheinlich noch nie benutzt, und bisher hatte es ihm auch völlig gereicht, dass es in dem Buch stand, in dem er es einst gefunden hatte. Warten Sie einen Augenblick! Ja, ja, ich hab's! Es sind Triceratops.« »Und was ist das?« »Nur ein weiterer Missgriff der Natur, Jack, etwas Ähnliches wie ein Dinosaurier. Aber ihre Vorderbeine sind besser entwickelt. Sie haben ihren Namen von den drei Hörnern auf ihrem Kopf.« Die Verfolger hatten sich Kong genähert. Jetzt stand er auf einem trockenen Erdhügel etwa in der Mitte des Morasts. Er hatte N. am äußersten Ende des Hügels abgesetzt, sodass er sich zwischen ihr und den anstürmenden Triceratops befand. Das noch am weitesten entfernte Ungeheuer war allem Anschein nach außer Gefecht gesetzt und hatte wohl überhaupt für sein Leben ausgekämpft. Es war in eine zu weiche Stelle des Sumpfes gestapft, aus der es die Füße nicht mehr herausziehen konnte, und es beschleunigte sein eigenes Ende mit wilden, nutzlosen Strampelbewegungen. Die anderen beiden waren jedoch fast bis an den Rand des Erdhügels gelangt. Sie hatten mehr Glück als ihr versinkender Gefährte, weil sie sich trockenere Pfade ausgesucht hatten, und nun waren sie sicher, ihr Ziel zu erreichen. Kong hatte bereits das Fernfeuer eröffnet. Riesige Blöcke verhärteten Asphalts sausten an seinem zähnefletschenden Gesicht vorbei und landeten krachend auf den hornigen Köpfen der Triceratops. »Nein«, sagte Denim, als er das sah, »ich kann es einfach nicht glauben, das ist unfassbar. Ein stärkeres Vieh als den hat es noch nie gegeben. Was ihn und die anderen so verblüffte, war die gewaltige Macht, mit der Kong die riesigen Blöcke schleuderte. Einer hatte augenscheinlich gut getroffen und einem seiner Verfolger ein Horn abgebrochen. Der Triceratops taumelte, offensichtlich schwer verletzt, und Kong verdoppelte seinen Angriff. Die zweite Bestie drehte sich widerwillig um und zog sich langsam stapfend in Richtung des Bergkampfs zurück, wo die den Kampf beobachtende Gruppe immer noch im Gebüsch haukte. Das erste Tier versuchte es ebenfalls, den Rückzug anzutreten, aber ein weiterer Klumpen traf es am Kopf und es stürzte. Kong brüllte triumphierend und trommelte sich auf die Brust. »Wir müssen schleunigst von hier verschwinden«, sagte Triskel. »Kriecht durch die Büsche zurück!« Rechterhand sah man hinter dem baumbewachsenen Hang die felsige Klippe einer engen, steil abfallenden Schlucht und an einer Stelle dieser Klippe führte etwas, das wie ein gefallener Baumstamm aussah, in die scheinbare Sicherheit auf der anderen Seite. Triskel deutete darauf hin, und sie kochen alle in diese Richtung. Es gab noch einen weiteren Grund, den Weg zur Schlucht einzuschlagen. Kong, der immer noch sein Triumphgeheul ausstieß, hatte Anne wieder aufgelesen und machte sich davon. Und sein Weg zweigte in einem Winkel ab, der, so schien es Driskel, das Gotttier auf die andere Seite der Schlucht führen würde. Sie konnten ihm also nur auf der Spur bleiben, wenn sie diesen Baumstamm als Brücke über den Abgrund benutzten. Zuerst sah es ganz so aus, als würde der überlebende Triceratop an ihnen vorbeilaufen. Er war noch in einiger Entfernung. Auch er hatte einige schwere Asphaltklumpen von Kong abbekommen und litt an Verletzungen, die ihn wahrscheinlich für eine Weile voll beschäftigten und seine Angriffslust dämpfen würden. »Tugt euch! In Deckung voran!«, warnte jetzt auch Denne. Sie kamen den Bäumen näher. Plötzlich, ohne jeden ersichtlichen Grund, bog der Triceratop auf seinem Rückzugsweg im rechten Winkel ab und stampfte geradewegs auf sie zu. Nun konnten sie auf keinen Fall das Risiko eingehen, abzuwarten, ob das Viech noch einmal die Richtung wechseln würde, bevor es sie sah. So sprangen sie alle auf und flohen, so schnell sie konnten. Und, wie bei den Dinosaurier, konnten sich alle in Sicherheit bringen, bis auf einen Mann, der ihr Tempo nicht mithalten konnte. Während er sich voller Angst und Entsetzen umblickte, rannte er gegen einen niedrig hängenden Ast, fiel hin und sprang zu spät wieder auf. Er versuchte noch, hinter einem kleinen Baum in Deckung zu gehen. Aber der verdammte Triceratop raste in seiner Schwerfälligkeit direkt in diesen Baum hinein und stürzte mitsamt Baum und Mann unter sich zu Boden. Dann richtete er sich auf seinen Vorderbeinen halb auf und während die anderen vor Schrecken erstarrt zuschauten, tastete er mit seinem langen mittleren Horn nach seinem Opfer und durchbohrte es. Erschöpft und entmutigt wankten die überlebenden Seeleute der Rettungstruppe zur Schlucht hin. Keiner von ihnen empfand jetzt auch nur noch eine Spur jenes stolzen Selbstvertrauens, das sie beseelt hatte, als sie Driscoll und Denham durch das große Tor gefolgt waren. Und doch waren sie durchwegs auserlesene, tapfere Männer. Jeder einzelne von ihnen hatte sich weit überdurchschnittlich bewährt. Immer wieder hatten sie angesichts einer plötzlichen Gefahr jenen Mut und jene Geistesgegenwart bewiesen, die für den Abenteurer viel lebenswichtiger sind als die mächtigste Waffe. Sie fluchten in harten Worten vor sich hin, während sie rannten. Und sie fluchten nicht etwa in herausforderndem Trotz, sondern aus jener bitteren Enttäuschung, die man empfindet, wenn man sich ohne Schuld in eine verzweifelte Lage verstrickt hat, aus der es keinen Intrinnen gibt. Nur Driscoll und Denham kämpften noch gegen dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit an. Der junge Offizier führte seine müde Truppe auf dem Fluchtweg an und zerbrach sich dabei den Kopf, mit welchem Kunstgriff er, unbewaffnet wie er war, N aus den Pranken ihres grauenhaften Entführers retten könnte. Der ihm folgende Denham legte sich im Geist das Bild der bisher vom Dorf aus zurückgelegten Strecke zurecht, denn sie mußten, wenn irgend möglich, zurückkehren. Ein Mann würde hierbleiben und versuchen, Kongs Spur aufzunehmen, aber alle anderen mußten unbedingt umkehren, um sich wieder Gewehre und Bomben zu verschaffen. Nur so hatten sie noch eine Chance. Aus dem Hintergrund ertönte das Krachen und Knarren, mit dem sich ein schwerer Körper seinen Weg durch die Bäume bahnte. »Dieses verdammte Dreihörnerviech stellt uns nach!«, rief einer der Männer. »Check! Warten Sie!«, sagte Denham, als Driscoll schon im Begriff war, den über der Schlucht liegenden Baumstamm zu betreten. »Wir haben noch eine Minute!« »Der Triceratop kann hier sowieso nicht drüber.« »Und wir haben etwas zu besprechen!« Er skizzierte seinen Plan, so gut er es in wenigen Worten vermochte. »Einverstanden«, sagte Driscoll. »Ich werde hierbleiben. Sie gehen zurück und holen Gewehre und Bomben.« »Dann überqueren Sie lieber jetzt gleich die Schlucht«, sagte Denham. »Aber wir gehen nicht hinüber, wenn wir nicht unbedingt müssen. Wenn dieses verdammte Viech dahinten nur nicht so verrückt wäre und endlich begreifen würde, dass wir es nicht sind, die es verletzt haben, dann könnten wir uns einen langen Marsch ersparen.« Als Driscoll langsam über den riesigen Baumstamm zu balancieren begann, warf Denham einen Blick in den Abgrund. Die Schlucht war sehr tief, und ganz unten war der Boden morastig und schleimig. Und auf beiden Seiten dieses stinkigen Schlamms erhoben sich steil die Felsen, in denen sich enge, höhlenartige Vertiefungen und lange, tiefkerbige Risse befanden. Denham blickte besorgt wieder auf und verfolgte schweigend und angsterfüllt Driscolls gefährlichen Balanceakt. Als der erste Offizier endlich drüben war, atmete er erleichtert auf. »Bravo, Jack! Großartig!« rief er. »Mir war schon ganz komisch zumute, als Sie darüber gingen. Gott sei Dank sind Sie nicht abgerutscht. Da unten ist nämlich der Brutplatz für das scheußlichste Ungeziefer auf dieser verdammten Insel. Schauen Sie doch nur!« Während er mit dem Finger hinunterzeigte, kroch wie auf Befehl eine Spinne von der Größe eines Bierfasses aus einer der Höhlen. Sie mochte die ihr zuschauenden Männer auf dem Felsrand hoch oben nicht bemerkt haben, aber man hätte schwören mögen, dass sie sie boshaft anstarrte. Inzwischen waren die übrigen Matrosen an den Felsrand getreten und hatten die kleine Szene verfolgt. »Ich werde nicht über diesen Baumstamm kriechen! Mit den Dingern da unten!« verkündete einer von ihnen. Denim drehte sich um. Der Triceratopf stampfte in seiner kurzsichtigen Unbeholfenheit am Waldrand herum. Er hatte einige Zeit gebraucht, um durch das dichte Unterholz zu trockeln. Und nun schien er nicht mehr zu wissen, wohin er wollte. »Vielleicht brauchen wir nicht die Schlucht zu überqueren,« erklärte Denim. »Bleibt ganz ruhig stehen, wo ihr seid. Wenn wir uns nicht bewegen, wird dieses halbblinde Viech uns vielleicht für einen Felsen oder für Baumstümpfe halten.« Der Triceratopf hatte die Bewaldung verlassen, zögerte zuerst einen Moment und stapfte schließlich langsam und schleppend auf sie zu. Er hatte seinen großen, gehörnten Kopf hoch erhoben und blinzelte mit seinen tiefliegenden Augen böse vor sich hin. »Damit hat sich's entschieden,« sagte Denim enttäuscht. »Wir werden hinüber müssen.« Die Männer gehorchten seiner befehlenden Geste und begaben sich auf die lange, schwankende Brücke. Sie bewegten sich mit äußerster Vorsicht, denn sie wussten, was da unten in der Tiefe unter ihren unsicher tastenden Schritten auf sie lauerte. Denim trieb sie zur Eile an, so gut er es konnte. Er blickte sich nach dem Triceratopf um, hob einen großen Stein auf und warf dann kopfschüttelnd das nutzlose Ding fort. Die Männer drängten sich jetzt in einer dichten Gruppe etwa auf der Mitte des Baumstamms und bewegten sich langsam vorwärts. Denim ging einen Schritt weiter. »Achtung!« Gegenüber, auf der anderen Seite, stand Driscoll regungslos, den Rücken ihnen zugewandt am äußersten Rand des Abgrunds. Er ließ noch einmal einen Warnruf ertönen, ergriff eine Ranke, die über den Felsen hing, schwang sich auf einen Vorsprung hinunter und zwängte sich in eine der Höhlen. Kong kam den Berghang herunter, und als er die Männer auf dem Baumstamm erblickte, brüllte er donnernd und schlug sich gegen die Brust. Er blieb kurz an einem vom Blitz gespaltenen Baum stehen, bettete die immer noch bewusstlose N. in die höchste Kerbe, die er mit seinen langen Armen erreichen konnte, und stürzte sich in wilder Wut auf den neuen, vielköpfigen, über dem Abgrund schwebenden Feind, der so plötzlich erschienen war und der allem Anschein nach drohte ihm, seinen goldhaarigen Besitz zu entreißen. Er war noch in einem Zustand großer Wut nach seinem Kampf mit den Triceratops, und beim Anblick dieser Männer steigerte sich seine Erregung und Angriffslust um das Doppelte. Als er dann auch noch das dreihörnige Viech bösartig faugend auf die Schlucht zukommen sah, war sein Zorn grenzenlos. Tenem folgte Drüskels Beispiel und ließ sich über die Felsenkante in einen Spalt auf seiner Seite gleiten. Die Männer auf dem Baumstamm konnten überhaupt nichts tun. Sich auf Kongen zuzubewegen, wäre reiner Selbstmord gewesen, und ein Rückzug war ebenfalls ausgeschlossen, denn der Triceratop, der seinen alten Feind erspäht hatte, raste auf das andere Ende des Stammes zu und bellte in wilder Angriffslust. Tenem und Drüskel beobachteten von ihrer schützenden Deckung im Felsen aus hilflos die entsetzliche Tragödie, die sich da abspielte. Für Kong waren alle sich bewegenden Wesen erklärte Feinde, und er machte keinen Unterschied zwischen den auf dem Baumstamm schwankenden Männern und dem fauchenden Untier unter ihnen. Er brüllte nochmals auf und schlug sich wild an die Brust. Mit einer seiner handähnlichen Pfoten griff er nach vorn, als habe er im Sinn, im Nahkampf anzugreifen. Im gleichen Augenblick stürzte der außer sich geratene Triceratop mit einem ohrenbetäubenden Krachen gegen das auf seiner Seite liegende Ende der Behelfsbrücke. Die Männer in der Mitte klammerten sich verzweifelt an den Stamm. Nun begann das Gotttier auf der anderen Seite, den Stamm versuchsweise ein wenig zu schütteln, und als die in Panik versetzten Männer aufschrien und sich fest an der Rinde festklammerten, setzte er das Spiel mit wachsendem Vergnügen vor sich hin schnatternd fort. Driscoll stieß von seiner Höhle Drohrufe aus, um ihn abzulenken. Kong erblickte ihn, machte einen halben Schritt in seine Richtung, kehrte aber sogleich zum Baumstamm zurück und ließ sich nicht von seinem Spiel abbringen. Denim versuchte es mit einem schweren Stein, aber auch dieses Manöver wurde nicht beachtet. Kong hörte nicht auf drohende Schreie, reagierte nicht auf Steinwürfe und achtete nicht einmal auf das wütende Zischen und Fauchen des angriffslustigen Tricerator. Er schob beide Vorderarme unter sein Ende des Baumstamms, hob ihn vom Boden auf und schüttelte ihn wild hin und her. Zwei Männer verloren den Halt. Einer von ihnen griff in verzweifelter Panik nach dem Gesicht eines auf dem Bauch liegenden Kameraden und ließ blutige Fingerspuren zurück, als er wirbelnd in die Fäulnis des schleimigen und stinkenden Schlamms im Schluchtgrund stürzte. Kaum war er aufgeplatscht, als die Rieseneidechse auf ihn zuschoss. Driskel, der es beobachtet hatte, konnte nur hoffen, dass der völlig reglos daliegende Mann das Bewusstsein verloren hatte oder besser noch, dass der Tod sofort eingetreten war. Der zweite Mann starb nicht während seines Sturzes. Er hatte auch nicht einmal sein Bewusstsein verloren. Er landete mit den Füßen zuerst, versank sofort bis zu den Hüften im Schlamm und stieß entsetzliche Schreie aus, als nicht nur eine, sondern mindestens ein halbes Dutzend der Riesenspinnen sich über ihn hermachten. Oben am Rande der Schlucht stampfte der Triceratop den Boden. Als er sah, dass sein Gegner auf der anderen Seite ihm keinerlei Beachtung mehr schenkte, bellte er einige Male unschlüssig vor sich hin und begann dann, den Rückzug anzutreten. Er brüllte ein letztes Mal, drehte sich dann schwerfällig um und stapfte dem Walde zu. Kong hob abermals den Baumstamm und schüttelte ihn. Ein weiterer Mann stürzte in die Tiefe und fiel den sogleich über ihn herfallenden Spinnen zum Opfer. Ein erneutes Schütteln und dieses Mal begannen eine Schar der polypenartigen Insekten und einige Rieseneidechsen, den Spinnen die Beute streitig zu machen. Jetzt war nur noch ein Mann auf dem Stamm. Mit der Kraft der Verzweiflung hielt er das Holz fest und klammert. Und so sehr Kong auch den Baum hin und her riss, gelang es ihm nicht, ihn abzuschütteln. Und Driscoll und Denim wiederum gelang es nicht, trotz all ihrer verzweifelten Bemühungen, das Gotttier von seinem Vorhaben abzubringen. Der festgeklammerte Mann stieß einen gellenden Schrei aus. Kong stierte finster auf ihn herab und schleuderte plötzlich in maßloser Wut den schweren Stamm zur Seite und ließ ihn fallen. Krachend landete das eine Ende genau am Rande des sumpfigen Tümpels, glitt dann langsam ab und schlug schließlich mit der Wucht eines Sturmbocks mitten in das Gewimmel der gierig schmatzenden Insekten ein. Driscoll, der entsetzt hinunterschaute, sah sich plötzlich selbst bedroht. Eine Riesenspinne kletterte an der vor der Höhle hinabhängenden Ranke empor, mit Hilfe derer der erste Offizier sich vom Felsrand in sein Versteck geschwungen hatte. Die liedlosen, hervortretenden Augen des Scheusals waren starr auf ihn gerichtet. Driscoll zog seinen Deutsch und hackte verzweifelt auf die zähe Schlingranke ein. Bevor es ihm gelang, sie endlich durchzuschneiden, war die Spinne ihm so nahe gekommen, dass er ihren leise keuchenden Atem vernehmen konnte. Schließlich plumpste sie in den Schlamm zurück, nachdem all ihre Bemühungen, noch im Fallen an anderem Gestrüpp Halt zu finden, vergeblich waren. Driscoll hatte beim Anblick der furchtbaren Tragödie deren ohnmächtiger Zeuge er war, schaudernd am ganzen Leibe gezittert. Aber immerhin hatte er genug Geistesgegenwart bewahrt, um sein Ziel, die Rettung Enns, nicht aus den Augen zu verlieren. »Gehen Sie jetzt zurück,« rief er Dannem zu. »Ich werde hierbleiben, bis das haarige Biest sich davonmacht, und dann werde ich ihm folgen. Bringen Sie Bomben mit, wenn Sie zurückkommen, und etwas, um diese Schlucht zu überqueren. Ich werde versuchen, eine klare Spur zu hinterlassen.« »Ich komme mir verdammt gemein vor, Sie einfach hier zu lassen,« rief Dannem zurück. »Es ist unsere einzige Chance. Nun hauen Sie schon ab,« rief Driscoll voller Ungeduld. Er war so darauf erpicht, Dannem zur Eile anzutreiben, dass er Kongs riesige, suchende Hand gar nicht bemerkte, bis der Regisseur ihm eine Warnung zubrüllte. Das Gotttier hatte sich jetzt ganz an den Felsrand gehockt und tastete mit seiner Pranke in die Höhle, um diesen anderen Feind zunichtet zu machen. Driscoll presste sich an die Wand, zog seinen Dolch und stieß ihn geschickt in Kongs schmutzig-graue, haarlose Handfläche. Das Gotttier zog die Hand zurück und brüllte auf. Dannem warf einen schweren Stein. Kong fuhr sich kurz über die Stelle auf seiner Brust, wo das Geschoss gelandet war, kauerte sich aber gleich wieder nieder und begann aufs Neue in die Felsenhöhle zu fassen. Dieses Mal packte er schnell zu, verfehlte jedoch sein Ziel und riss die Hand schnell wieder heraus. Noch einmal fuhr seine Hand hinunter und wieder fasste er daneben. Wütend steckte er die Hand daraufhin tief in die Höhle und tastete darin herum. Driscoll stach mehrere Male zu, aber das Gotttier ließ sich durch die Wunden nicht von seinem Vorhaben abhalten. Ebenso wenig reagierte es auf die Steine, die Denim nach ihm warf. Driscoll kauerte sich gegen die flache Wand und stach zu, so oft sich die Gelegenheit bot. Seine Lage schien hoffnungslos. Schon zweimal hatten die riesigen, gekrümmten Finger ihn berührt und beide Male hatte er seinen Dolch bis ans Heft hineingetrieben und war davongekommen. Jetzt war er in einer Ecke, aus der es vor der wild herumfahrenden Hand kein Entrinnen gab. Wenn es ihm gelänge, die Sehnen am Handgelenk oder am Ellbogen zu durchschneiden, würde er wenigstens einen Augenblick Zeit gewinnen. Er dugte sich noch tiefer, machte sich so klein wie irgend möglich, ergriff seinen Dolch und wartete auf eine Chance, das die unbequeme Lage in der Aushöhlung des abgespaltenen Astes verursachte, steigerte sich zu stechendem Schmerz, als Anne aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachte. Sie drehte sich auf die Seite und sah die faserige Fläche des Stammes vor sich. Und als sie weiter aufblickte, sah sie nur den Himmel. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wo sie war, und einen Augenblick lang konnte sie sich an nichts erinnern. Sie hatte einige Schürfwunden und blaue Flecke, sie fühlte sich benommen und spürte ein starkes, aber unbestimmtes Angstempfinden. Doch darüber hinaus erweigerte ihr das Gehirn jeden zusammenhängenden Gedanken. Sie war kurz davor, wieder bewusstlos zu werden, lag schlaff auf ihrem rauen Lager und drohte ihren erschöpften Körper in völliger Bewegungslosigkeit aus. Dann auf einmal kehrte ihre Erinnerung zurück an ein entsetzliches, riesenaffenhaftes Wesen. Und sie setzte sich auf und schrie. Jetzt war ihr alles wieder eingefallen. Sie erinnerte sich an die kleinsten Einzelheiten, wie sie im Schein einer besonders hell leuchtenden Fackel gefesselt auf dem Altar gestanden hatte. Wie die blutunterlaufenden rötlichen Augen, die auf sie niederstarrten, sich einen Augenblick lang schlossen und dann wieder aufflammten. Wie jene riesige, behaarte Hand sich zuerst so zögernd nach ihr ausgestreckt hatte, wie sie dann schlaff über der zottelig-borstigen Schulter hing und gleich darauf das Bewusstsein verlor und wie sie danach zu wiederholten Malen in kurzen, halbwachen Sekunden vorbeihuschende Schatten von Bäumen und Sträuchern erblickt hatte, als sie durch den dichten Wald geschleppt wurde. Jetzt, da sie saß, entdeckte sie, wo sie war und hatte gleich wieder Anlass zu schrecken und Angst. An ein Hinunterspringen war nicht zu denken. Die Höhe allein machte es unmöglich und außerdem sah sie am Fuße des Baumes eine Schlange kriechen, die ihren Kopf mit züngelndem Maul den Stamm hinaufschob. Und dann war da noch Kong. Kong hockte am Rande des Felsabgrunds. Sein riesiger Leib ruhte auf kräftigen Schenkeln, während sein langer, schwarzer Arm längs der unter ihm liegenden Schluchtwand wütend, fuchtelnd nach irgendetwas zu greifen schien. Inzwischen war aber noch ein drittes gefährlich aussehendes Wesen dazugekommen. Aus dem Buschwerk, das den Abhang hinter Enns Hochsitz bedeckte, trat ein groteskes, hüpfendes Wesen hervor, das in seinen Ausmaßen dem gewaltigen Kong in nichts nachstand. Sein langer, dürrer Hals reckte sich hungrig zuckend in alle Richtungen, während das Untier sich auf mächtigen Hinterbeinen schwerfällig hüpfend voranbewegte. Seine Vorderbeine waren kaum als solche zu bezeichnen. Es waren verhältnismäßig schmächtige, klauenartige Gliedmaßen, die ihm höchstens dazu dienen konnten, dem Rachen Nahrung zuzuführen. Und dieser Rachen versetzte N. erneut in einen so panischen Schrecken, dass sie laut aufschrie. Nie in ihrem Leben hatte sie so etwas Entsetzliches gesehen, wie diesen weit aufgerissenen Rachen mit seinem blutroten Inneren und den großen, scharfen und spitzen Raubtierzähnen. Als das Untier seinen langen Hals in ihre Richtung schwang, glaubte sie, sie sei verloren. Bei ihrem Schrei war Kong aufgesprungen und herumgewirbelt. Die eiligst fliehende Schlange erhielt nur einen Schlag im Vorübergehen, aber die ganze Wut des Gotttieres brach nun auf das riesige Raubtier los. Mit geballten Fäusten hämmerte er sich dröhnend auf die Brust und sprang sogleich zum Angriff vor. Das Raubtier stellte sich ihm herausfordernd entgegen. Und als Kong näher kam, schnellte es seinen schlangenähnlichen Kopf mit weit geöffnetem, fauchenden Rachen und blitzenden Zähnen hervor. Kong schlug den Kopf beiseite und griff an. Die beiden Ungeheuer verloren das Gleichgewicht und stürzten zu Boden. Kong war über dem Tier und einen Augenblick lang sah es so aus, als sollte der Kampf ein rasches Ende finden. Der dürre, schwankende Hals war viel zu schwach, um lange den mächtigen Pranken zu widerstehen, die sich würgend um ihn schlossen. Aber ehe Kong noch seinen Griff den richtigen Halt geben konnte, zwängte das Raubtier eines seiner dicken Hinterbeine hervor, stemmte es gegen die Brust seines Feindes und stieß heftig zu. Der Macht dieses Schlages konnte selbst die Kraft Kongs nicht standhalten. Sein Würgegriff löste sich und er wirbelte Hals über Kopf bis an den Rand der Schlucht zurück. »Nein!« schrie N. auf. »Nein!« Sie wollte, dass Kong siegte. Sie hegte zwar nicht die leiseste Hoffnung, dass sie lange die Schrecken der Gefangenschaft in seinen Händen überleben würde, aber selbst das schien ihr weniger entsetzlich als dieser offene, geifernde Rachen, der einmal kurz in ihre Richtung schnellte, bevor er sich zischend Kongs erneutem Angriff entgegenstreckte. Das Gotttier sprang ein paar Schritte zurück und schlug sich wildbrüllend auf die Brust. Die wütenden Schläge seines jetzt auf ihn eindringenden Feindes schien er kaum zu beachten. Dann sprang er das tubende Raubtier an und seine brüllende Attacke ließ die beiden Kämpfer gegen den Baum prallen, auf dem N. saß. Der brüchige, alte Stamm krachte donnernd zu Boden. Die von dem Fall benommene N. kam unter dem Stamm zu liegen und sie wäre unweigerlich zerquetscht worden, wenn nicht ein dicker, spitzer Ast sich in den Boden gerammt und somit den Stamm gehindert hätte, voll aufzuschlagen. Über dem Baum wandten sich Kong und sein Gegner in verzweifeltem Ringen, bis es dem Raubtier abermals gelang, sein mächtiges Hinterbein dem Feind vor die Brust zu setzen. Das Gotttier schnellte zurück, aber dieses Mal verschwendete es seine Zeit nicht mehr mit brüllendem auf die Brusttrommeln, denn mit solchen Mitteln war sein rasender Feind nicht in Schrecken zu versetzen. Er machte jetzt einen gezielteren Angriff. Einem kritischen Betrachter wäre es nicht entgangen, dass Kong bereits einige Erfahrungen im Kampf mit dieser Sorte von Raubtieren besitzen musste und dass er sich eine Kampftechnik angeeignet hatte, die ihm von großem Nutzen sein konnte, wenn er nicht gerade in zu großer Wut war, um sie anzuwenden. Und jetzt hatte er endlich seine Wut im Zaum. Seine Augen waren wachsam auf den langen, zuckenden Hals gerichtet, als er vorsichtig und gezielt vorging und schließlich nicht etwa nach dem Kopf, sondern nach einem der schwachen Vorderbeine griff. Verbissen zerrte er daran, in dem Versuch, es zu verrenken. Als das Raubtier ihm in die Schulter beißen wollte, sprang er rasch beiseite. Wieder griff er in der gleichen Weise an und wieder sprang er behend davon, so wie sich der Rachen seines Feindes zu bedenklich näherte. Jetzt hing das angegriffene Vorderbein lahm herab und das Raubtier war offensichtlich in großen Schwierigkeiten. Nun konnte Kong wieder einen direkten Angriff wagen. Wie zuerst stürzte er sich wagemutig heran, packte den hin und her schnellenden Hals mit seinen mächtigen schwarzen Händen und wirkte mit allen Kräften. Und wie zuvor gingen sie beide zu Boden und wieder stieß das Raubtier sein mächtiges Hinterbein Kong vor die Brust. Dieses Mal war der Stoß jedoch weniger gut gezielt. Die Kraft hatte wohl auch etwas nachgelassen und als das fauchende Tier zurückschnellte und zu einem neuen Stoß ausholen wollte, packte Kong den Fuß, der ihn wegschleudern wollte. Das war der große Vorteil und die günstige Gelegenheit, auf die er gehofft hatte. Das nun ausgestreckte Bein hatte so wenig Schwungkraft, dass er in der Lage war, es zu verrenken und das Raubtier auf den Bauch herumzudrehen. Wie der Blitz sprang Kong ihm rittlings auf den Rücken. Mit den Knien klammerte er sich an den schmalen Schultern fest und seine riesen Hände griffen nach dem Kopf und packten die beiden Kiefer des offenen Rachens. Bevor das Raubtier mit der Hebelkraft seiner mächtigen Hinterbeine den Reiter auf seinem Rücken abschütteln konnte, hatte Kong mit seinen starken Händen den Griff gefestigt. Sie schlossen sich wie Schraubstöcke um Unter- und Oberkiefer und zerrten mit einer rasenden Wut, der jetzt nichts mehr standhalten konnte. Der Rachen des Raubtiers brach krachend auf und Kong sprang von seinem Opfer ab. Er trommelte sich jubelnd auf die Brust, brüllte und schnatterte, um seinen Sieg zu verkünden, während sein Feind sich in immer schwächer werdenden Zuckungen am Boden wälzte und wandte. Als das Raubtier schließlich verendet vor ihm lag, neigte sich Kong mit neugieriger Freude über den besiegten Feind und stieß dabei schrille und vergnügte Schreie aus. Wie ein spielendes Kind klappte er immer wieder die zerbrochenen Kiefer auf und zu und blickte dabei erwartungsvoll auf N, als erwarte er ihren Beifall. N war jedoch weder fähig, Beifall zu spenden, noch Schrecken auszudrücken. Ihr Empfindungsvermögen war einmal mehr so überbeansprucht worden, dass sie wieder in Ohnmacht fiel. Sie lag ausgestreckt unter dem gestürzten Baumstamm, den ihre pralle Brust fast berührte und war genauso regungslos wie das Ungeheuer, das Kong soeben getötet hatte. Driskal steckte vorsichtig den Kopf über den Felsrand, um zu sehen, was geschehen war. Er konnte sich kaum beherrschen, als Kong sich niederkniete und N besorgt betastete. Aber er hatte sich ein für allemal seinen Plan festgelegt und dabei musste er bleiben. N war bisher unverletzt geblieben. Ihre einzige Chance, unversehrt am Leben zu bleiben, hing nur noch von seiner Geschicklichkeit und seiner Umsicht ab. Er musste Kong folgen, er musste ihn beobachten und seine jeweiligen Launen und Regungen einschätzen. Gelang es ihm, dem Gotttier auf der Spur zu bleiben und es nicht zu einem Wutanfall zu reizen, so könnte N durch die von Denem angeführte Truppe, die hoffentlich bald erscheinen würde, gerettet werden. Driskel war auch umso mehr geneigt, sich ganz ruhig zu verhalten, als er immer mehr die Überzeugung gewann, dass Kong ihn vergessen hatte. Denn das hünenhafte Affenwesen zeigte keinerlei Absicht, zur Höhle an der Schluchtwand zurückzukehren. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf N eingerichtet. Seine Arme umspannten den Baum, wie sie es mit der unglückseligen Behelfsbrücke getan hatten. Langsam, vorsichtig hob er den schweren Stamm Zentimeter für Zentimeter hoch, vergewisserte sich, dass N nichts geschah und schwenkte schließlich die schwere Last zur Seite. Erst als sie außer Ns Reichweite war, legte er sie genauso behutsam, wie er sie aufgehoben hatte zu Boden. Und als der Baumstamm weggeräumt war, stapfte er leise und besorgt zurück. Er nahm N wieder auf, und während er das tat, entrangen sich seiner breiten Kehle einige seltsame, tröstende Laute. Vorsichtig und mit einer Leichtigkeit, mit der ein erwachsener Mann eine kostbare Puppe halten würde, bettete er seinen wertvollen Schatz an seine Schulter und trottete den Hang hinunter. Driskel kletterte vorsichtig, bis er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Er schlich sich ein wenig vor, um Kongs Marschrichtung auszumachen und um sicher zu sein, dass sein Feind nicht allzu viel Vorsprung gewann. Nachdem er sich von der Möglichkeit seiner Verfolgung überzeugt hatte, wandte er sich noch einmal um, um nach Denim zu schauen. Denim stand wartend auf dem gegenüberliegenden Hang vor der Schlucht. Zu seinen Füßen lag ein großer Haufen jener starker Kletterranken, die man als Seile benutzen konnte. Er sah mit Genugtuung auf sie herab. Das habe ich schnell eingesammelt, während der Kampf stattfand, sagte er. Ich dachte, wenn Kong unterliegen würde, hätten sie versuchen können, zu End zu gelangen. Dann hätte ich ihnen das eine Ende von diesem Zeugs herüberwerfen können und vielleicht hätten wir es geschafft. Zum ersten Mal, seit sie das Dorf verlassen hatten, empfand Driskel wieder die alte Zuneigung zu seinem Arbeitgeber. Denim war ganz zweifellos ein Mann, auf den man sich in allen Lebenslagen verlassen konnte. Natürlich brachte er einen ohne weiteres in allerhand Schwierigkeiten, aber er war dann auch ebenso eifrig bemüht, seinen Leuten wieder herauszuhelfen. Wir werden das Zeugs wahrscheinlich noch gebrauchen können, sagte er und lächelte. Lassen Sie es nur dort liegen und jetzt laufen Sie eiligst ins Dorf zurück. Es ist mir verdammt peinlich, Sie einfach hier zu lassen, Jack. Was könnten Sie denn sonst tun? fragte Driskel. Es bleibt einfach nichts anderes übrig. Wir beide können mit Kong nicht fertig werden. Wir brauchen Bomben dazu. Und die gehen Sie jetzt holen. Ich werde die Spur von hier aus markieren. Und dann werden wir N retten, so wahr ich hier stehe. Tja, es scheint der einzige Ausweg zu sein. Klar, es gibt keinen anderen. Denim schaute versonnen auf das mutig entschlossene Gesicht des jungen Mannes, der ihm auf der anderen Schluchtseite gegenüber stand. Okay, Jack. Hals und Beinbruch, sagte er, wandte sich um und kehrte im Laufschritt zum Fluss zurück, wo der Dinosaurier ihr Fluss zerstört hatte. Bis später dann. Vielleicht, triff Driscoll ihm nach und winkte, während Denim im Wald verschwand. Das dichte Buschwerk auf der Ebene des Altars machte Denim den Weg besonders beschwerlich. Das dornige Gestrüpp reichte ihm oft bis über die Hüften. Müde schleppte er seine wunden Füße voran. Zuweilen, wenn die Sträucher besonders hoch standen oder wenn er vor Müdigkeit besonders gebückt ging, verschwand er völlig darin. Inzwischen war auch die Dunkelheit hereingebrochen. Aus diesen und mindestens einem Dutzend anderen Gründen war seine sich langsam vorwärts bewegende erschöpfte Gestalt schwer zu erkennen, selbst wenn man von dem hohen Aussichtspunkt auf der großen Mauer hinabblickte. Aber scharfe Augen wachten dort. Die rauchigen Flammen der Fackeln drangen aus der Nische, in der etwa ein Dutzend Matrosen am Tor Wache hielten, um gegebenenfalls die beiden mächtigen Torflügel, weit aufzustoßen. Weitere flimmernde Fackeln, die auf der Mauerhöhe verstreut aufleuchteten, bezeugten, dass man von überall gespannt nach der zurückkehrenden Gruppe ausspähte. Und einer der Männer hoch oben auf dem Schutzwall hatte den einsamen Wanderer erkannt, lange bevor er den gelichteten Boden um den Altar betreten hatte. »Johoh!« »Johoh!« »Geddem!« Es war Engelhahn, der ihn rief. Seine weiße Mütze beschrieb matte Kreise im rauchigen Fackelschein. Doch bald schwenkten immer zahlreichere Fackeln wie Flammenbögen, und jetzt fiel die ganze Mannschaft in den Ruf ein. »Johoh!« 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 »Da unten!« Die Gestalten auf der Mauer verschwanden und erschienen fast augenblicklich unten am Tor, wo sie sich zur dortigen Wache gesellten. Die Torflügel wurden weit aufgestoßen, und das laute Rufen hörte nicht auf, bis Denim sich aus dem letzten Buschgestrüpp gekämpft hatte und taumelnd am Altar vorbeischwankte. Dann aber brach plötzlich Stille ein, so plötzlich, wie der erste Ruf erklungen war. Die ganze Menschengruppe am Tor stand starr und blickte bestürzt über Denims Kopf hinweg in die Dunkelheit, in der sich nichts regte und aus der niemand nach ihm heraustrat. Engelhorn fand zuerst seine Fassung wieder. Er warf seine Fackel hin, eilte hinaus und fasste Denim mit festem Arm unter die Schlaff zusammengefallenen Schultern. »Lassen Sie! Ich halte Sie!«, sagte er leise. »Da sind Sie endlich wieder!« Fast trug er seinen Freund durch das Tor hindurch zu seiner Bank. »Wo sind die anderen?«, wollte ein Matrose wissen. »Warten Sie ab mit Ihren Fragen«, herrschte Engelhorn ihn an. »Bringen Sie den Whisky und etwas zu essen und schließen Sie das Tor!« »Nein«, fiel Denim ihm ins Wort. »Lassen Sie das Tor auf. Wenn Driskel kommt, wird er es eilig haben.« »Wo ist Driskel?« »Und wo ist Miss Anne?«, fügte Lampe hinzu. »Ich hab Euch doch gesagt, mit der Fragerei abzuwarten«, ermahnte ihn Engelhorn. »Wo ist der Whisky?« Man reichte Denim die Flasche, und während er sie an seine Lippen hob, betrateten der Kapitän und die Leute besorgt seine zerrissene Kleidung, seine zerschürfte und geschundene Haut, sein graues, eingefallenes Gesicht. Angstvoll und gespannt warteten sie nun auf den Beginn seines unheilvollen Berichts, denn jetzt waren sie überzeugt, dass Entsetzliches geschehen war, und sie waren auf das Schlimmste gefasst. Denim setzte sich auf seiner Bank auf. Der Whisky hatte seine belebende Wirkung getan. Er blickte der Reihe nach die um ihn stehenden Männer an. »Nun gut«, begann er schließlich, »es hat ja keinen Sinn, große Umschweife zu machen. Schonend kann ich es Euch nicht beibringen. Also hier ist die Geschichte. Alle Mann sind draufgegangen, außer Driskel und möglicherweise Anne. Und jetzt brauche ich Freiwillige, die mich zu ihnen zurückbegleiten. Wer kommt mit?« Seine Zuhörer blickten ihn verständnislos an. Ihre Augen glänzten im rauchigen Licht der Fackeln. »Was wollen Sie damit sagen?« »Draufgegangen.« »Sie meinen, es ist etwas passiert?« »Ich meine...« Die Worte blieben ihm in der Kehle stecken. Denim schluckte, bevor er fortfuhr. »Ich meine...« »Draufgegangen.« »Genau das.« »Wartet, bis ich Euch erzähle, in was wir da hineingeraten sind.« »Dieses schwarze haarige Biest, das Ihr mit End davonlaufen saht, war nur der Anfang von dem, was diese verdammte Teufelsinsel zu bieten hat.« »Und den Männern, die ich gestern Nacht hinausführte, blieb, weiß Gott, keine Qual dieser Hölle erspart.« »Sie haben alles mitbekommen.« Er hielt inne, um seine Gedanken zu sammeln. Und dann erzählte er ihnen in so kurzen Worten, wie es sein tief verwurzeltes Verantwortungsgefühl zuließ, was geschehen war. Als er die entsetzliche Tragödie auf der Baumbrücke über der Schlucht beschrieb, ließ er keine Einzelheit aus. »Ich möchte, dass es Euch allen absolut klar ist, gegen welche Gefahren Ihr anzukämpfen habt,« sagte er, »falls Ihr Euch entschließt, mit mir dahin zurückzugehen.« »Ich bin mir nicht sicher, dass ich alles richtig verstanden habe,« sagte einer der Seeleute. »Wie kommt es denn?« Er beendete seinen Satz mit einem verlegenen, unverständlichen Gemurmel. »Wie es kommt, dass ich lebend davon gekommen bin?«, fragte Dannem. »Ist es das, was Sie nicht verstehen?« Er nickte zustimmend und zeigte seine übliche Toleranz, während er geduldig und ausführlich erklärte, wie die Umstände ihn in die glückliche Lage versetzt hatten, sich im letzten Augenblick in Sicherheit zu bringen. Und wie auch Driscoll, der ja schon am anderen Schluchthang angelangt war, sich in eine Felshöhle retten konnte, während alle anderen zwischen dem Triceratop und Kong in der Falle saßen. »Ich will mich hier durchaus nicht herausstellen und mich etwa rühmen,« beteuerte er. »Wenn ich besser auf die Bomben aufgepasst hätte, wären wir alle heil davongekommen, einschließlich Miss Anne. Aber als wir die Schlucht überqueren mussten, versuchte ich, die anderen heil herüberzuschaffen, und nur deshalb war ich im kritischen Augenblick nicht auf dem Baumstamm. Nur dieser Tatsache verdanke ich mein Leben. Und was Driscoll anbetrifft, so war er, als er als erster die Schlucht überquerte und allein auf der anderen Seite stand, ein viel größeres Risiko eingegangen als die, die ihm folgen sollten. Der Mann, der die Frage gestellt hatte, nickte feierlich, und die anderen stimmten ihm ebenfalls zu. »Unter den Umständen hätten Sie gar nichts anderes tun können,« brummte Engelhorn. »Da war nichts zu machen.« »Nein,« stimmte der Mann ihm zu. »Es war völlig aussichtslos. Ich muss allerdings gestehen, dass ich es war, der die Leute in diese Katastrophe geführt hat, und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Aber niemand kann behaupten, dass ich nicht alles getan habe, um sie zu retten. Und wenn ich jetzt nicht vor euch stünde, hätten Driscoll und Anne nicht die geringste Chance, diese Insel lebendig zu verlassen. Und ich werde sie zurückholen.« »Die sind verloren, die sehen wir nie wieder,« erklärte Lampi resigniert. »Und ob wir sie wiedersehen werden,« rief Denim und sprang auf. »Wir werden sie alle beide wiedersehen. Und bald dafür werde ich sorgen. Kapitän, ich möchte, dass Sie mir eine Kiste Bomben herschaffen lassen, und zwar sofort. Ich werde augenblicklich zurückkehren.« Er wandte sich um und wiederholte seine Frage. »Wer kommt mit?« »Lassen Sie mich mitkommen,« bat Lampi. »Falls sich keine kräftigeren und jüngeren Männer melden, sollen sie mir willkommen sein,« sagte Denim offen. Jetzt traten sie alle hervor und meldeten sich. Jeder gab nach seiner Art den Willen, Kund mitzumachen. Da gab es gespielt gleichgültige, feurig begeisterte, ernsthafte, freudige, wohlüberlegte und spontane Zustimmung, je nachdem, wie der Einzelne auf die Herausforderungen des gefahrvollen und abenteuerlichen Unternehmens reagierte. »Na schön, ich gehe mit.« »Zum Teufel noch mal, warum nicht?« »Ach, anstatt hier zu sitzen, kann ich ebenso gut mitgehen.« »Anschauen kostet ja nichts.« »Ich denke, das bin ich dem ersten Offizier schuldig.« »Miss N. hat mir einmal Knöpfe ans Hemd genäht. Da kann ich ihr den Gefallen schon erweisen.« Nachdem jeder für sich gesprochen hatte, wurden die Gesichter wieder nachdenklich. Niemand machte sich Illusionen darüber, was ihnen bevorstand, wenn sie erst einmal draußen in der Wildnis waren, und beim Gedanken an das unheilvolle Schicksal ihrer Kameraden schwanden der anfänglich bezeugte Übermut und Humor schnell dahin. Auch Engelhorn war unter den Freiwilligen, und Lampi bestand beharrlich darauf, mitgenommen zu werden. Aber Denim winkte die beiden zurück. »Ich habe genügend, Leute, und brauche sie nicht,« sagte er zu Lampi. »Und das Gleiche betrifft auch Sie, mein lieber Engelhorn. Bleiben Sie hier und halten Sie die Wache am Tor.« »Aber ich bin frischer und ausgeruhter als Sie,« bemerkte der Kapitän. »Aber ich kenne den Weg.« »Sie könnten mir eine Wegkarte skizzieren.« »Hören Sie mal, Skipper, selbst dem ausgeruhtesten und frischesten Mann im ganzen Indischen Ozean würde ich nicht meinen Platz überlassen,« sagte Denim grinsend. »Auch wenn er der beste Kartenleser aller Weltmeere wäre.« »Das würde ich an Ihrer Stelle auch nicht tun, Mr. Denim,« erwiderte der Kapitän mit verständnisvoller Herzlichkeit. Denim nickte und wandte sich nun dem Essen zu, das der abkommandierte Koch ihm gebracht hatte. Während er aß, gab er weitere Befehle. »Holen Sie mir ein Gewehr und eine volle Patronentasche, und jeder von Euch nimmt das Gleiche mit. Wenn die Kiste kommt, werden wir ein paar Dutzend Bomben haben. Sechs von Euch nehmen je zwei mit, und vor allem vergesst mir eines nicht. Der ganze Schlamassel, in dem wir auf unserer ersten Verfolgungsjagd geraten sind, hätte vermieden werden können, wenn ich oder einer von den Leuten genug Grips gehabt hätten, stets ein paar Bomben bei sich zu haben. »Dass Ihr Kerle mir also keins von den Dingern unterwegs verliert. Verstanden?« »Glauben Sie wirklich, dass die Bomben diese großen Viecher, von denen Sie uns erzählt haben, aufhalten können?«, fragte einer der Matrosen. Die anderen warteten gespannt auf die Antwort. »Aufhalten«, lachte Denim, »eine einzige genügt, um das Allergrößte dieser Ungeheuer augenblicklich in tiefen Schlaf zu versetzen, auch Kong.« Und zum Beweis erzählte er noch einmal in allen Einzelheiten, wie sie den ersten riesigen Feind gestoppt und zur Strecke gebracht hatten. »Wann wollen Sie aufbrechen?«, erkundigte sich Engelhorn. »Jetzt, auf der Stelle!« »Es ist aber zu früh, Mr. Denim«, brummte ihm der Kapitän entgegen. Nach dem ersten Schreck und all der Besorgnis hatte er seine übliche Ruhe wiedergefunden und kaute nachdenklich seinen Prim. »Zu früh? Es kann gar nicht früh genug sein.« »Überlegen Sie doch mal, Mr. Denim. Wenn Sie jetzt aufbrechen, sind Sie lange vor Morgengrauen an der Schlucht. Und was können Sie dann ausrichten?« »Nichts. Sie können nur herumsitzen und abwarten, bis irgendein ekelhaftes Viech Ihnen in die Quere kommt. Sie brauchen doch Tageslicht, um Driskels Spur folgen zu können.« Denim sah das ein. Er legte sich schnell einen Zeitplan zurecht, und dann nickte er Engelhorn zustimmend, aber nicht gerade zufrieden zu. Kong folgte keinem ausgetretenen Pfad, aber seine Spuren waren unschwer zu erkennen. Sie waren deutlich an zertretenen Blättern und Gräsern, zerstampften Büschen mit frisch abgebrochenen Ästen und auf der feuchten Dschungelerde sichtbar. Driskel hatte viel weniger Schwierigkeiten bei der Verfolgung, als er gedacht hatte, denn selbst ohne die so leicht auszumachenden Spuren hätte er sich kaum große Mühe zu geben brauchen. Kong verursachte nämlich einen ziemlich starken Lärm, wie er durch die Wildnis stapfte, und er zeigte dabei so wenig Vorsicht, dass das krachende Geräusch seiner alles zermalmenden Füße wie ein Echo aus dem Wald drang. Auch das angeschlagene Tempo war recht bequem. Im Augenblick aber galt es nicht, bemerkt zu werden. Wenn Kong entdeckte, dass er verfolgt wurde, war das Schlimmste zu befürchten. Also hielt Driskel sich in genügender Entfernung, folgte den Geräuschen und bemühte sich, außer Sichtweite zu bleiben. Um die Mittagszeit wagte er es trotz aller Vorsicht, aus dem Rande einer Lichtung hervorzutreten, als Kong gerade auf der anderen Seite im Wald verschwand. Er hatte so lange nichts von Anne gesehen, dass er beschloss, wenigstens einen kurzen Blick zu riskieren, um sich zu vergewissern, dass ihr nichts zugestoßen war. Anne war augenscheinlich noch immer bewusstlos. Er betete innerlich, dass die Regungslosigkeit ihres Körpers wirklich Bewusstlosigkeit und nicht etwa Schreckensstarre sei. Jedenfalls war sie völlig unbeweglich, als Driskel sie erspähte. Einer ihrer Arme hing schlaff herunter. Sie lag in der Beuge des riesigen Arms ihres Entführers, und ihr Körper wippte dort mit einer beschwingten Leichtigkeit auf und nieder, als säße sie in einem Schaukelsitz. So federnd und locker geschmeidig war Kongs Gang. Ihr dichtes, goldenes Haar hing völlig gelöst herab. Die letzten Haarspangen und Nadeln waren längst herausgefallen, und nun bildete die lange, blonde Mähne einen seltsamen Kontrast zu Kongs schwarzem, struppigen Pelz. Ein Ärmel ihres Kleides war gerissen, so daß ihre rechte Schulter nackt war, und die weichen, weißen Rundungen bildeten in ihrer Anmut einen noch stärkeren Gegensatz zu Kongs plumper, zotteliger Körpermasse. In den frühen Nachmittagsstunden gewann Driskel eine immer klarere Sicht auf den Gipfel des Schädelbergs, und etwa um diese Zeit konnte er aus Kongs zielbewusstem Marsch schließen, daß das Gotttier irgendwo dort oben seine Behausung hatte. Driskel überlegte. Es war nur logisch, daß dieser Schlupfwinkel nirgendwo anders als am Hange des höchstgelegenen Gipfels der Insel liegen konnte, denn erstens war er nur von einem wendigen, raschen Bergsteiger wie Kong es war erreichbar. Zweitens lag ein solcher Ort weit genug von der wuchernden Vegetation entfernt, in der die meisten der anderen Undtiere ihre Nahrung suchten, und schließlich hatte er noch den zusätzlichen Vorteil, den selteneren, raubtierhaften Geschöpfen kein günstiges Gelände zu bieten. Das alles war doch sehr wahrscheinlich, und Driskels Vermutungen schienen sich noch mehr zu bestätigen, als die ungleiche Verfolgungsjagd dem erwarteten Ziel näher strebte. Es war gewiss eine seltsam ungleiche Verfolgungsjagd, wie das hartnäckig entschlossene Menschenwesen einem Feind nachpirschte, der zwanzigmal so groß war wie sein Verfolger. Als das Zwielicht einbrach, ging es steil bergauf. Sie kamen durch ein mit hohen Felsblöcken übersätes Gebiet, und Driskel begann, rasch müde zu werden. Sein Körper schmerzte in allen Muskeln. Er strauchelte, fiel, glitt auf den Felsen aus, stach sich an Dornengestrüpp und stieß sich an spitzen Ästen wund. Außerdem hatte er wahnsinnigen Hunger. Seine Füße und Beine waren vor Erschöpfung fast gefühllos, aber er taumelte unentwegt weiter und lauschte auf die Geräusche, die Kong vor ihm verursachte. Sie hatten gerade eine weite Schwenkung nach links gemacht, als ihm ein Naturphänomen auffiel, das er zuerst in seiner Müdigkeit kaum beachtet hatte. Es war ein gewaltiger Wasserfall, der sich direkt aus der Flanke des Berges herab ergoss. Der weiße, gistige, wie in eine Dampfwolke gehüllte Strom hatte sich von der Stelle aus, wo er aus dem Berg herausfloß, eine tiefe Rinne in den Fels gegraben, und von dort aus ergoss er sich wild schäumend in einen engen Kanal, der ihn steil hinabführte, bis er im unten liegenden Dschungel verschwand. Driscolls Sinne waren von der Erschöpfung so benommen und abgestumpft, dass er der Existenz dieses Stroms zuerst keinerlei sonderliche Bedeutung beimaß. Er registrierte einfach ein Fluss. Aber allmählich kam es ihm zu Bewusstsein, dass hier vielleicht gerade der Strom begann, der sich in weiter Ferne dort unten zu der dampfenden Lagune erweiterte, wo sie den Dinosaurier angetroffen hatten und der sich dann ruhig fließend in die leicht abfallende Ebene ergoss und fast bis zum Altar und der Mauer führte. Er erwog gerade diese Möglichkeit und humpelte in Gedanken versunken um einen riesigen Felsblock herum, als er kaum hundert Meter vor sich Kong entdeckte, der genau in seinem Blickfeld stand. Mit aller ihm verbliebenen Kraft raste er hinter den Fels zurück. Er hatte alle Mühe dabei, denn seine übermüdeten Muskeln waren nahe daran, ihm den Dienst zu verweigern. Er lugte aus seinem Versteck hervor und sah, dass Kong allem Anschein nach sein Ziel erreicht hatte. Er stand in einem großen, natürlichen Amphitheater, das zu drei Vierteln seines Umfangs von einer Felswand umgeben war. Vor dem Gotttier lag ein breiter, schwarzer Teich und auf diesen starrte es mit immer wachsendem Misstrauen. Es war in der Tat ein höchst merkwürdiges Gewässer. Der schwarze, geheimnisvoll schimmernde Teich lag völlig still und wurde allem Anschein nach von keiner Quelle gespeist. Auf der einen Seite erstreckte er sich bis ganz in die Nähe der Felswand. Und oben an der Felswand verlief ein langer Felsvorsprung, der sich an einer Stelle zu einer breiten Plattform erweiterte, hinter der eine Höhle lag. Nirgends gab es das geringste Anzeichen von fließendem Wasser, das den Teich speiste. Und nicht nur das. Driskel erblickte auf der von der Felswand freien Seite des Teichs eine Wirbelbewegung an der Oberfläche. Und das konnte nur bedeuten, dass sich dort ein Abfluss befand. Und dieser Abfluss musste augenscheinlich sogar sehr groß sein. Jetzt hatte er endlich des Rätsels Lösung gefunden. Und gleichzeitig wußte er jetzt auch, dass er vorher beim Anblick des mysteriösen Wasserfalls zu einem zumindest voreiligen Schluss gelangt war. Der Wasserfall war zwar ein Beginn des Stroms, aber er war nicht dessen Anfang. Der war hier, in dem schwarzen, stillen Teich. Dieses Wasser war von irgendwoher, wahrscheinlich von tief unter dem Meeresgrund, bis hier herauf in den Teich gedrungen. Und dort hatte es sich im Laufe der Jahrtausende durch den Fels gefressen und sich einen unterirdischen Abfluss geschaffen. Und erst durch diesen brach es schließlich an der Flanke des Felsens als Wasserfall durch, um sich durch Dschungel und Ebene nahe beim Dorf wieder ins Meer zu ergießen. Warum nun aber Kong mit solchen Misstrauen ausgerechnet auf diesen Teich starrte, das konnte Driskel sich nicht erklären. Und während er noch darüber nachgrübelte, wurde er sich plötzlich der Bedeutung jener dort oben hinter dem Felsvorsprung liegenden Höhle bewusst. Denn ein Felspfad führte von da, wo Kong stand, zur Klippe und direkt zur Höhle hinein und endete dort. Es gab keinen Weg um den Teich herum. Wenn Kong also beabsichtigte, seinen Marsch fortzusetzen, musste er zwangsläufig umkehren und auf demselben Wege, auf dem er gekommen war, zurückkehren. Das konnte nur eines bedeuten. Kong war hier zu Hause. Die Höhle war seine Behausung. Und da er hier offensichtlich zu Hause war, musste dieser Ort ihm doch vertraut sein. Warum also, fragte sich Driskel, zeigte sich der Riesengorilla plötzlich so argwöhnisch? Darüber zerbrach sich Driskel den Kopf und spähte gespannt aus seinem Versteck. Und da sah er, was Kongs Zögern verursacht hatte. Was ihm auf den ersten Blick nur als ein zusätzlicher Schatten im schwindenden Abenddämmerlicht erschienen war, enthüllte sich beim näheren Hinsehen allmählich als eine feste Form, ein grauenhaftes Etwas, eine schwere, kriechende Masse, deren hoch erhobener Kopf sich am felsigen Rande des Teiches Kong entgegenstreckte, während der riesige, schlangenhafte Leib in der Tiefe des Teichs verschwand. Kong hockte sich nieder, als das Untier sich weiter aus dem Wasser erhob. Er sprang ein paar Schritte zurück und setzte zunächst Anne recht unsanft am Fuß der Felsenklippe ab. Dann sprang er wieder vor, stellte sich aufrecht hin und stieß sein drohendes, tiefes Gebrüll aus. Driskel hätte nie gedacht, dass er diesen Drohruf je anders als mit Schrecken und Abscheu vernehmen würde. Aber als er dieses Mal die emporgereckte Gestalt sah, das gewaltige Brüllen in seinen Ohren donnern hörte und das Kriegerische auf die Brusttrommeln vernahm, musste er sich sogar zurückhalten, um ihm nicht ermutigenden Beifall zuzurufen. Nie zuvor hatte er Kong gegenüber etwas anderes als Hassgefühle empfunden, zumal er Anne in seinen Händen wußte und sie ihm nicht entreißen konnte. Aber jetzt, da das wütende, kampfbereite Tier sich wieder niederhockte und dem Ungeheuer aus dem Teich den Weg zu jener Stelle verwehrte, wo Anne's nackte Schulter matt im Abendlicht schimmerte, hätte er ihm am liebsten Dankbarkeit bezeugt. Kong stürzte sich brüllend in den Kampf. Der mächtige Schwanz des Ungeheuers hatte irgendwo an einem Felsen auf dem Grunde des Teichs Halt gefasst und das gab ihm zusätzliche Kraft, als er sich Kongs Angriff entgegenwarf. Kong kämpfte mit seinen Händen und seinen langen Zähnen, aber mehr noch als diese kamen ihm seine gewaltigen, greifenden Füße zu Hilfe. Sie klammerten sich an den unebenen Felsen fest und widerstanden dem Zerren des im Wasser versunkenen Schwanzes, während das Ungeheuer sich um Kongs säulenstarke Beine zu schlingen versuchte, um ihn in den Abgrund des Teiches zu ziehen. Im Gegensatz zu Kongs früheren Kämpfen fand dieses Ringen in unheimlicher Stille statt. Das Wasserungeheuer war offensichtlich stumm und Kong hatte sein donnerndes Brüllen nur kurz ertönen lassen, als er zum Angriff überging. Jetzt entrang sich seiner Kehle nur ein kurzes, wütendes Knurren oder Winseln. Er schnappte mit den Zähnen nach den zermalmenden Fangarmen und suchte mit den Händen den Kopf des Ungeheuers zu fassen. Driskel, der gespannt den Kampf von seinem Felsversteck aus beobachtete, konnte lange Minuten keinerlei Fortschritt auf der einen oder der anderen Seite erkennen. Die Fangarme schienen nichts von ihrer furchtbaren Würgekraft eingebüßt zu haben und Kong biß unermüdlich auf sie ein, während die mächtigen Hände immer wieder nach dem hin- und herschwingenden Kopf des Ungeheuers griffen. Als das Ende schließlich kam, geschah es so plötzlich, dass es Driskel völlig überraschte. Kong hatte sich noch etwas tiefer geduckt, kogte mit weitgespreizten Beinen da, packte den grausigen Kopf des Ungeheuers und presste ihn mit aller Kraft gegen seine mächtige Brust. Das war alles, was sich den Augen bot. Aber in diesem augenscheinlich geschickt kalkulierten Griff lagen zugleich der Keim und die Frucht des Sieges, den der Beherrscher der Schädelberginsel über diesen neuen Feind davontrug. Das Wasser brodelte und schäumte, als das verendende Ungeheuer sich wand und im Todeskampf den Halt seines Schwanzes lösen musste. Als seine riesigen Fangarme schlaff zu Boden fielen, lockerte Kong seinen Griff und der zermalmte Schädel des Ungeheuers krachte leblos auf dem Felsgrund auf. Kong taumelte und wäre beinahe gestürzt. Einen Augenblick lang schien er so erschöpft und atemlos, dass ihm nicht einmal genug Kraft blieb, um sich aus dem wirren Haufen toten Fleisches zu befreien, der noch seine Füße bedeckte. Er schauderte und schüttelte sich, denn er empfand den seiner Gattung eigenen Abscheu vor allen reptilienartigen Wesen. Ein angeborener Ekel, der aus grauester Vorzeit stammte. Aber er war noch zu erschöpft, um sich zu bewegen. Als er sich schließlich einigermaßen erholt hatte, nahm er Anne wieder auf und bettete sie wie üblich behutsam in die Beuge seines Arms. Dann stapfte er gemächlich seiner hochgelegenen Höhle zu. Der Kampf hatte ihn immerhin so benommen, dass er es dieses Mal versäumte, sich nach anderen Feinden und Gefahren umzuschauen. Als Kong endlich den Höhleneingang erreicht hatte, setzte er Anne zwischen seinen Füßen und als sie dort regungslos lag, schöpfte er wiederholt tief Atem. Mit jedem dieser Atemzüge kehrte seine ursprüngliche Kraft zurück. Er wendete den Kopf hin und her und schwang die Arme in die Luft. Er schwang sie höher und höher und ließ sie schließlich auf seine mächtige Brust prallen, trommelte ekstatisch donnernd, ließ die Kehle schwellen und stieß einen langgezogenen Triumphschrei aus. Hoch oben im nächtlichen Sternenhimmel glitt ein riesiges Vogelungeheuer über die Felsenklüfte und schien ihm zu lauschen. Kong verdoppelte die Macht seines Schreis, reckte sich empor und schien das fliegende Tier zum Kampf herauszufordern. Und nun sah Driscoll aus dem Schatten seines Verstecks, wie Anne sich rührte und sich aufrecht setzte. Sie mußte gerade wieder aus ihrer Ohnmacht erwacht sein, denn sie blickte sich zuerst unschlüssig um und schien nach dem Ursprung des Gebrülls über ihr zu suchen. Dann schrie sie auf, so wie sie am Altar vor der Mauer aufgeschrien hatte, als sie Kong zum ersten Mal erblickte. Kong unterbrach seine wilde Kampfansage und schaute zu seinen Füßen. Im schwachen Licht der Nacht war von der Gestalt Enns kaum mehr als ein Schatten zu sehen, außer dort, wo ihr Kleid zerrissen war. Und dort schimmerte ihre weiße Schulter matt und hob sich von dem Dunkel ringsum zart leuchtend ab. Kong hockte sich nieder. Seine Hand griff zuerst nach dem wallenden Haar, das er so hellstrahlend in Erinnerung hatte. Er zog daran, drehte und wendete es neugierig, als könne er sich nicht erklären, dass etwas bei Nacht so ganz anders aussah, als er es am Tag gesehen hatte. Er fingerte noch eine Weile darin herum und faßte dann behutsam und prüfend die anmutig gerundete, weiße, schimmernde Schulter an. En schrie abermals auf. Kong griff nach ihr, seine Hand verfing sich im Stoff ihres Kleides, das unter seinen riesigen Fingern zerriß. Nun lagen weitere dieser lieblich weißen Stellen frei. Kong betastete interessiert seine neueste Entdeckung und dann zerrte er weiter an dem zerrissenen Kleid. Und jedes Mal, wenn er einen Kleiderfetzen in der Hand hielt, wendete und drehte er ihn erregt in alle Richtungen und war offensichtlich bemüht, eine Erklärung für den Zusammenhang zwischen dem so leicht zerreißbaren Stoffgewebe und der bezaubernd rätselhaften Blässe, die es enthüllte, zu finden. En weinte und schluchzte, und ihre Stimme wurde schwächer. Driskel stürzte aus seinem Versteck hervor und begann, den Felshang hinaufzuklettern. Einmal wäre er sogar fast gestürzt und in die Tiefe des Abgrunds gefallen. Atemlos klammerte er sich einen Augenblick lang an einen Felsvorsprung. Dann kletterte er weiter und kämpfte sich verzweifelt die letzten vier oder fünf Meter empor. Er überlegte sich, dass jede Vorsicht absolut nutzlos war, falls Kong ihn gesehen hatte. Falls aber Kong inzwischen von irgendetwas abgelenkt worden war, musste er, Driskel, so schnell wie möglich nach oben gelangen, bevor ein neuer Verdacht aufkommen konnte. Er zog sich gerade noch rechtzeitig über die Klippe, um einem neuen Kampf beizuwohnen. Kong hatte einen riesigen Flugsaurier, einen reptilartigen Vogel, auch Flugechse genannt, ergriffen und war dabei, ihn zu vernichten. Dieses Mal konnte man es kaum einen richtigen Kampf nennen, denn die Gegner waren sich zu ungleich. Die Flugechse war im Gleitflug auf die weiße Form vor dem Höhleneingang zugeschwebt. Kong hatte sich rechtzeitig umgewandt, das Tier, dessen lange Krallen sich nach N ausstreckten, gepackt und nun riß er es wutschnaubend in Fetzen und Stücke. Das war es also. Kong war von dieser unmittelbaren Bedrohung abgelenkt worden, als er bei den von Driskel verursachten Geräuschen Verdacht geschöpft und nach einer ungewissen Gefahr ausgespäht hatte. Jetzt hieß es schnell handeln. Driskel hatte sich leise und unbemerkt am Rande der Klippe hervorgepirscht, bis er etwa gegenüber der Höhle war. Kong war noch voll mit seinem Zerstörungswerk an der Flugechse beschäftigt und als er sie fast bis ans andere Ende der Klippe gezerrt hatte, erhob sich N rasch und taumelte auf den Klippenrand zu, wo Driskel sich verborgen hielt. Jetzt konnte er es wagen, sich ihr zu erkennen zu geben. Er flüsterte, N! N! Jack! Oh, Jack! N! Sie kroch in die Richtung seiner Stimme und dann lagen sie sich in den Armen. Kong hatte ihnen den Rücken zugedreht. Sie flüsterten aufgeregt wie zwei Kinder, die sich im Gruselschloss des Menschenfressers verirrt hatten. Jack, ich habe gebetet und gebetet und du bist nicht gekommen. Ich bin ja jetzt bei dir, N! Er hielt sie fest umschlungen und bemühte sich, ruhig und zuversichtlich zu wirken, obwohl er weder Ruhe noch Zuversicht empfand. Ach, Jack! Beschütze mich! Lass ihn mich nicht noch einmal anfassen! Er fühlte nach seinem Dolch und sagte sich, dass er ihr wenigstens diesen Wunsch erfüllen würde. Du wirst ihn doch nicht wieder an mich heranlassen! Du wirst doch dafür sorgen, dass er mich nicht anfasst! Nicht wahr, Jack? Lass nur gut sein, mein Schatz! Er wird dir nichts mehr tun, versprach er, indem er sich nach irgendeinem Ausweg umblickte. Und da fiel es ihm plötzlich ein. Der Teich! N! flüsterte er erregt. Wir müssen... Kong hatte seine letzte Beute zerfleischt. Er drehte sich um, schleuderte die restlichen Fetzen des Raubvogelreptils über den Felshang und erblickte das eng umschlungene Paar. Seine Kehle schwoll an. Sein Wutgeheul dröhnte donnernd durch die Nacht. »Spring, Anne!« rief Driscoll. Er hatte seinen Arm fest um ihre Hüfte gelegt und nun sprangen sie zusammen in den tief unter ihnen liegenden Teich. Das Wasser des schwarzen Teichs schlug über Anne's Kopf zusammen und zog sie in warme, schweigende Tiefe. Das Wasser war warm. Sie hatte beim Absprung die Zähne zusammengepresst und sich auf beißende Kälte gefasst gemacht. Aber in Wirklichkeit erwies sich das Wasser als warm, herrlich entspannend und wie eine Liebkosung für ihren fast unbekleideten Körper. Es war wie lindernder Balsam und es umspülte sanfterfrischend alle wunden Stellen und ihre langgeplagten Muskeln. Ihre schlanke, geschmeidige Figur glitt wie ein weißer Schatten durch die schwarze Stille und schmiegte sich dankbar in die belebenden, wohltuenden Fluten ein. Während sie in die Tiefe sprangen, hatte Driscoll ihr noch rasch zurufen können, »Habt keine Angst und halt den Atem an!« Sie hielt den Atem an und bevor sie so tief hinuntersanken, dass es ihr Angst machen konnte, drehte Driscoll sich etwas zur Seite und stoppte dadurch ihren Sturz. Dann trieben sie wieder der Oberfläche zu. Sein Arm hatte immer noch schützend ihre Hüfte umschlungen, aber als sie auftauchten, löste er ihn und sie schwamm allein und füllte ihre Lungen mit tiefen Atemzügen. »Alles in Ordnung? Fühlst du dich einigermaßen? Ja,« erwiderte Anne mit schwacher Stimme, »es geht schon. Ich kann wenigstens schwimmen. Ach, Jack, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du wirklich gekommen bist.« »Ich bin ja bei dir,« sagte Driscoll beruhigend, aber er blickte rasch zum Felsen hinauf. Kong, der wie alle Tiere seiner Art eine angeborene Wasserscheu hatte, war dem langsameren Weg den Felsen hinabgefolgt. Aber selbst so war er schon fast unten, mit Händen und Füßen kletterte er mit einer Behändigkeit den Hang hinunter, die erstaunlich war. Jedes andere Wesen hätte sich bei dieser Geschwindigkeit längst das Genick gebrochen. »Da kommt er schon, und schnell ist er, das muss man ihm lassen,« sagte Driscoll leise zu Anne. Dann zeigte er auf die Stelle, wo das Wasser in den unterirdischen Kanal abfloss und erklärte ihr kurz, was sie zu tun hatten. »Ich bin bereit,« sagte Anne, »aber bitte, Jack, bleib in meiner Nähe.« »Ich bleibe ganz nahe bei dir,« erreichte ihr tröstend die Hand. Kong machte einen letzten weiten Sprung und kam in den Hüften federnd auf den flachen Felsboden. Mit trommelnden Fäusten, donnernder Kehle, flammenden Augen, blitzenden Zähnen polterte er auf das Teichufer zu und begann, seine langen Arme auszustrecken. Anne stieß einen Schreckensschrei aus. »Tauch unter!« rief Driscoll ihr zu. Anne gehorchte, zog die Beine an und tauchte geschwind in die Tiefe. Driscoll folgte ihr und gab seinem Körper mit mächtigen Beinstößen Schwung und Tempo. Als Anne kurz vor dem Eingang des Tunnels noch einmal auftauchen musste, um Atem zu holen, war er bereits an ihr vorbeigeschossen und vor ihr an die Oberfläche gelangt, um sie zu beschützen. Entweder hatte Kong ihren Fluchtweg erraten oder aber seine tiefliegenden Augen waren scharf genug, um die beiden Schatten unter dem Wasser zu verfolgen. Jedenfalls stürzte er brüllend und wutschnaubend zu der Verengung des Teiches, wo das Wasser in den Kanal abfloss, und er war fast nahe genug, um ihnen den Weg abzuschneiden. Er streckte seine mächtigen Arme nach unten. »Tauch!« rief Driscoll ihr noch einmal zu. Anne zog wieder die Beine an und schoss in die Tiefe. Dieses Mal war die Entfernung für sie verhältnismäßig leicht zu schaffen. Tief unter dem Wasser schoss ihr weißer Körper unfehlbar in die Richtung des angestrebten Ziels. Bei jeder ihrer Bewegungen trieben die wenigen restlichen Fetzen ihres Kleides wallend neben ihren rudernen Armen und Beinen her. Sie hatte gerade noch Zeit genug, um sich zu beglückwünschen, dass sie ihre Lungen voll Sauerstoff gesogen hatte, um noch einen kurzen Blick zurückzuwagen, ob Driscoll ihr folgte, um einen kalten Schauer zu verspüren, als sie den Schatten einer behaarten Pranke sah, die sich über ihr nach ihr ausstreckte. Und dann, im selben Augenblick, als sie Jacks Hand an ihrer Ferse spürte und somit wusste, dass er ihr gefolgt war, wurde sie von der saugenden Strömung ergriffen. Sie hatte genug Geistesgegenwart bewahrt, um sich widerstandslos von der wirbelnden Strömung treiben zu lassen. Sie erinnerte sich, einst in einem Buch von einem Mann gelesen zu haben, der einen Sturz in den kanadischen Stromschnellen überlebt hatte, in dem er sich zusammengerollt hatte und seinen Körper schlaff durch alle Hindernisse hindurchtreiben ließ. Sie tat nun das Gleiche. Sie schützte ihren Kopf mit Händen und Armen, setzte der reißenden Flut nicht den geringsten Widerstand entgegen und ließ das Wasser sie umherschleudern, wie es gerade kam. Tatsächlich gab es keine nennenswerten Hindernisse bis auf die Wendungen und Wölbungen der Tunnelwand, aber diese war im Laufe der Jahrtausende spiegelglatt poliert und bot keine gefährlichen Unebenheiten. Einmal schlug ihr Knie auf und das tat weh, aber der pechschwarze Durchgang war kurz. Kaum spürte sie die Last des schal gewordenen Atems in ihren Lungen und den damit verbundenen stechenden Schmerz, als sie in einer weißen Sprühwolke aus der Flanke des Schädelbergs mit dem Wasserfall hinabsauste. Es folgte ein kurzes Aufklatschen in einen wildwirbelnden Strudel, dann glitt sie auf einmal friedlich zwischen steilen Felsufern dahin. Das milde Mondlicht ließ silbrige Tupfen auf den Wellen des Flusses spielen. »Jack«, sie rief es laut. Die lähmende, qualvolle Angst war im Nu zurückgekehrt, da sie sich allein glaubte. Sie drehte sich auf den Rücken, um nach Driscoll Ausschau zu halten. Aber da war er schon, ihr direkt zur Seite, und rasch stützte er ihren müden Kopf mit seiner Hand. Sie schloss erleichtert und entspannt die Augen. Eine Weile ließ sie sich so treiben, und jetzt, da sie die Augen geschlossen hatte, gewann sie den Eindruck, sie schwimme doppelt so schnell wie vorher, obgleich die Strömung ihr schon mit offenen Augen recht stark erschienen war. »Bleib immer schön ruhig«, sagte ihr Jack ins Ohr. »Dieser Weg führt uns direkt bis zum Dorf zurück. Es ist zwar noch ein ganzes Ende, aber wir sind bisher gut vorwärts gekommen. Selbst wenn Kong uns folgen sollte, muss er es auf dem Landweg tun, und wir haben einen guten Vorsprung. Ich gehe jede Wette ein, dass wir ihn bei diesem Rennen schlagen werden. Und falls uns das nicht gelingt, fügte er ernsthaft hinzu, »dann muss er ins Wasser kommen, um uns zu holen, und dann muss er verdammt tief tauchen.« Anne trieb immer noch auf Jacks stützende Hand, und jetzt streichelte sie seine Schulter in dankbarer Zuneigung. »Aber Jack«, rief sie besorgt, »du bist ja verletzt.« »Das war Kong«, erklärte er ihr, und sein Mund verzog sich zu einem triumphierenden Lächeln unter einer blutigen Stirn. »Er hat nach mir gegriffen, als ich gerade in den Tunnel schoß.« Anne fuhr liebkosend mit ihren zarten, nasskalten Fingern um die dreieckige Fleischwunde. »Also hör mal, Liebster«, sagte sie lachend, um ihre Tränen zurückzuhalten, »ich habe nicht einmal genug Kleiderstoff auf mir, um eine Drei-Groschen-Puppe anzuziehen, geschweige ein erwachsenes Mädchen mit meinem Gewicht und meiner Größe. Aber einen Verband bin ich dir ganz bestimmt schuldig. Wenn du mit mir eben einmal ans Ufer kommst, will ich dir gern einen zusammenflicken und zum Teufel mit meiner jungfräulichen Scham.« Damit hatte sie genau jenen leichten Ton getroffen, den die abenteuerliche Situation in diesem Stadium erforderte. Triskel grinste beglückt. Er ließ sich jetzt auch auf dem Rücken treiben, um ihren Kopf besser mit seiner stützenden Hand über Wasser halten zu können. Und nachdem Anne mit ihren humorvollen Worten die lastende Spannung gelöst hatte, drehte er sich zur Seite, schloss sie in seine Arme und küßte sie, bis sie beide im Wasser versanken. Anne kam prustend wieder hoch. »Das war nur zum Teil deshalb, weil ich mich nicht mehr zurückhalten konnte,« erklärte ihr Driskel, »zum anderen Teil, um unser Entkommen zu feiern.« Anne lächelte ihn zitternd und errötend an. »Sie trieben immer weiter Strom abwärts«, und er erklärte ihr seine Theorie über den Lauf des Flusses und wo sie seiner Meinung nach hingelangen würden. Während er ihr in allen Einzelheiten beschrieb, wie er auf diesen Gedanken gekommen war, zog sich das Ufer an beiden Seiten mehr und mehr in den Schatten zurück, und die Strömung schien etwas schwächer zu werden. »So wie du dich etwas mehr ausgeruht fühlst,« sagte er, möchte ich, dass du wieder richtig schwimmst. Du brauchst dich dabei nicht zu ermüden. Es reicht schon, wenn du der Strömung ein bisschen nachhilfst. Ich nehme zwar an, dass wir es nicht mehr sehr weit von hier haben, aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. »Ich kann schon jetzt schwimmen,« beteuerte Anne, wenigstens für eine Weile. Sie schnellte im Mondlicht vor und kämpfte sich mit langen Stößen tapfer voran. »Streng dich nicht zu sehr an,« warnte Driskel. »Mach lange Stöße und immer langsam. So ist's recht. Du brauchst ja nur der Strömung ein wenig nachzuhelfen.« Anne bewegte Arme und Beine im Rhythmus, seinen Anweisungen gehorchend, und sie schwammen in dem im Mondlicht glitzernden Fluten, gegen die sich die Ufer mit ihren tiefen Schatten düster abhoben. »Das geht ja ausgezeichnet,« lobte Driskel sie. »Wenn du zu müde wirst, können wir uns irgendwo am Ufer immer noch einen Baumstamm holen, denke ich. Aber auf einem Stamm kommen wir langsamer vorwärts, und ich möchte, dass wir es möglichst schnell schaffen. Weiß Gott, was uns sonst noch alles begegnen mag. Ich kann noch eine gute Weile durchhalten. Wir müssen das Wasser verlassen, wenn wir an die Lagune kommen, wo wir den Dinosaurier angetroffen haben. Dort hört die Strömung fast ganz auf, und da kommen wir schneller voran, wenn wir zu Fuß um die Lagune gehen. »Meinst du wirklich?« »Glaube mir, es wäre reiner Zeitverlust, durch die Lagune schwimmen zu wollen.« Dieser Gedanke gefiel ihr gar nicht, denn sie war sich bewusst, wie schwach sie war. So zwang sie sich, es ihm einzugestehen. »Ich kann noch eine Weile weiterschwimmen,« sagte sie zu Duskel, »besonders, wenn du mir hin und wieder ein bisschen hilfst.« »Aber Jack, laufen kann ich nicht. Ich könnte nicht einmal mit einer Schnecke auf 20 Meter um die Wette laufen.« »Das habe ich auch gar nicht angenommen, Schatz. ich werde dich einfach tragen.« »Tragen? Nach allem, was du durchgemacht hast, Jack? Nein, das kannst du nicht, auf keinen Fall.« Driscoll schwamm schweigend neben ihr. Dann sagte er leise, »Du bist sehr im Irrtum. Damit du es nur weißt, ich könnte dich meilenweit tragen, wenn es drauf ankäme.« »Glaubst du, er folgt uns Jack?« »Genau das habe ich mich eben selbst gefragt,« sagte Driscoll besorgt, und seine Stimme Klang belegt. »Aber ich kann mir einfach nicht denken, dass dieses Viech genug Verstand besitzt, um einer Spur zu folgen, die es nicht sehen kann. Und außerdem haben wir auf alle Fälle jetzt einen guten Vorsprung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ausgerechnet zum Dorf zurückkommt, weil er sich an dich erinnert. Er muss doch inzwischen auch Hunger haben, und da wird er sich eher erst einmal etwas zu essen suchen. Denn er ist bestimmt mindestens ebenso ausgehungert wie wir, und bei so einer Bestie kommt immer das Fressen zuerst. »Wenn er wirklich nur eine Bestie ist,« sagte N leise versonnen, »was soll er denn sonst sein?« Sie schwieg einen Augenblick lang. Dann sprach sie mit einer Stimme, die sie kaum zu beherrschen vermochte. »Jack, es war entsetzlich, in seinen Händen zu sein. Du kannst dir diese Hände gar nicht vorstellen, so lange sie dich nicht berührt haben, dich betastet haben. Ach, mein Gott, als ob sie dich enträtseln wollten. Ich kann es dir nicht beschreiben. Und dann, wenn er mich anschaute und wie er mich so behutsam in der Beuge seines Arms trug und mich nicht hinter sich herschleppte, wie er es ganz zu Anfang tat. Weißt du, da habe ich mich manchmal gefragt, da war es mir so...« Ihre Stimme überschlug sich in einem Entsetzensschrei, wie in hysterischer Panik. Driskel reichte ihr besänftigend die Hand. »Vergiß Kong! Denk nicht mehr daran!« befahl er. »An dem ist nichts geheimnisvolles. Wenn du nicht so übermüdet wärst, würdest du nicht so denken.« »Hm, vielleicht nicht«, sagte N und schmiegte sich unter Wasser eng an ihren Gefährten. Sie trieben weiter flussabwärts, ein dunkler und ein heller Schatten, und das milde Mondlicht schien auf sie herab. »Siehst du, wie weit die Ufer sich hier voneinander entfernen?« flüsterte er ihr nach einiger Zeit zu. Schon seit einer ganzen Weile sprachen sie nur noch selten und dann im Flüsterton. Sie waren beide bedrückt und ein unbestimmtes Angstgefühl stieg in ihnen auf. »Wir sind in der Nähe deiner Lagune?« vermutete Anne. Kurze Zeit darauf gab es keinen Zweifel mehr, dass sie die Lagune erreicht hatten. Das Wasser lag völlig still und ihr schleppendes Vorwärtskommen wurde schwieriger. Driscoll führte Anne mit aller Behutsamkeit ans Ufer. So wie sie festen Boden unter sich hatten, hob er die völlig erschöpfte Anne hoch und trug sie auf den Armen. Sie empfand Trost und Zuversicht in seiner Geborgenheit und gelegentlich berührte sein Gesicht die weißen Rundungen ihrer zarten Schulter. Sie hielt die Augen geschlossen, bis er sie wieder absetzte. »Ich ruhe mich nur eine Minute aus, flüsterte er. Sie waren im dichten Buschwerk und im Schatten eines hohen Baums, aber hier und da drang ein Mondstrahl zwischen den Blättern hindurch, und Driscoll, sie vorsichtig in den Schatten. »So, jetzt geht es wieder los«, flüsterte er und hob sie wieder auf. Er machte noch drei weitere Pausen. Als er zum vierten Mal stehen geblieben war und sie zu Boden setzte, sah Anne, dass sie wieder am Flussufer waren. Die Strömung war hier wieder stärker. Die Lagune lag hinter ihnen. »Was war das?« Driscoll zuckte zusammen. Weit hinter ihnen schien etwas im Wald zu rascheln. »Das kann natürlich wer weiß was sein«, sagte er nervös, »aber auf jeden Fall wollen wir lieber machen, dass wir schnell von hier wegkommen. Anne wußte sehr wohl, dass es nicht wer weiß was sein konnte. Sie wußte, dass auch er meinte, es müsse Kong sein. Ein neuer Schreckensschauder lief ihr kalt über den Rücken. Als sie schwamm, spürte sie, dass der Schreck ihr neue Kraft gegeben hatte. Sie war jetzt weniger müde, nachdem sie sich in Driscolls Armen ausgeruht hatte, und die erfrischende Kühle des Flusses schien auch Driscoll zu beleben. Sie schwammen in gleichmäßigem Rhythmus und kamen gut vorwärts. Wenn Anne etwas zurückblieb, ließ er sie die Hand auf seine Schulter legen und zog sie mit sich. Das ging viel besser als die alte Methode des sich treiben lassens. Sie hörten ein leises Rauschen vor sich. Es war wie das entfernte Tosen eines Wasserfalls. So wie er es vernahm, fasste Driscoll sie freudig erregt an der Schulter. Erinnerst du dich? flüsterte er. Habe ich dir nicht gesagt, dass dieser Fluss in einem Sturzbach in die Ebene des Altars fließt? Was wir jetzt hören, ist der Sturzbach. Das Rauschen wurde deutlicher. Es wird noch einmal ziemlich hart zugehen, flüsterte er. Fast so schlimm wie der Wassertunnel N. Wir können uns jetzt keinen Zeitverlust leisten und den Felspfad am Ufer hinunter klettern. Ich habe keine Angst, Jack, sagte N. Tapferes Mädchen. Das bin ich nun auch wieder nicht. Aber du musst nahe bei mir bleiben, ja, Jack? Ich bleibe bei dir. Jetzt sahen sie schäumend sprudelndes Wasser vor sich. Los jetzt und immer mit der Ruhe, sagte Driscoll. Hinter ihnen krachte wieder etwas im Gehölz. Es war zwar noch weit von ihnen entfernt, aber beide hatten es deutlich gehört. Die drohende Gefahr trieb sie zur Eile an. Der schäumende Strom saugte sie in seinen Wirbel und spülte sie den Aber dieses Mal setzte das kurze Hinabschießen beiden hart zu. Driscolls rechter Arm war verletzt und hing ihm blutend und schlaff am Körper hinunter und Anne's schneeweißer Schenkel war von der Hüfte bis zum Knie stark aufgeschürft und hatte sich hochrot verfärbt, als sie erschöpft ans Ufer wankten. Ist er gebrochen? fragte Anne besorgt beim Anblick des schlaff herunterbommenden zerschundenen Arms. Ach, er ist nur taub und der Kratzer ist nicht der Rede wert. Aber Anne, du bist ja verletzt. Und Verbandsstoff habe ich armes Mädchen auch nicht einmal. Anne lachte und blickte bekümmert auf ihre kläglichen Kleiderreste. Aber was macht das schon aus? Schau doch nur, Jack, dort, schau doch nur. Jenseits der finsteren Ebene, hinter der Erhöhung des Sie mussten noch einmal hinsehen, um auszumachen, was es war. Nein, sie hatten sich nicht geirrt. Es war Fackelschein, der durch die Spalte des halb geöffneten Tors zu ihnen drang. Sie warten auf uns, rief Anne freudetrunken. Jack, oh Jack, wir sind in Sicherheit. Sie waren stehen geblieben, hielten sich an den Händen und starrten Gott dankend und erlöst auf das Licht. Dann bückte sich Driscoll, nahm sie in seinen heilen linken Arm und trug sie den ihnen zuwinkenden Fackeln entgegen. Als er mit ihr durch das Dunkel schritt, war es Anne, als hörte sie wieder ein weit entferntes Krachen, das von der Felsenhöhe kam. Aber es hatte sehr schwach geklungen und sie hatte es nur einmal gehört. Sie maß dem Geräusch keine weitere Bedeutung als Brust aus. Lampi sah sie zuerst. Es hatte so viel Gerede über dieses schwarze zottelige Riesentier namens Kong gegeben, dass Lampi begann sich unbehaglich zu fühlen. Natürlich war doch diese ganze Geschichte großer Quatsch. Reines Gerede mit nichts dahinter. Eine Schande, dass erwachsene Menschen an einen solchen Quatsch glaubten. Aber immerhin, dass da irgendetwas nicht stimmte, war nicht von der Hand zu weisen. Und auf jeden Fall konnte es nichts schaden, einmal zum offenen Tor hinzuschlendern und einen Blick auf diese Ebene zu werfen, wo sich ja sowieso nichts rührte. So stellste Lampi lässig und mit gespielter Gleichgültigkeit zum Tor. Aber was er da erblickte, sandte einen Strom kribbelnder Funken durch seine alten vertrockneten Seemals Knochen. Die Ebene war durchaus nicht öde und Menschen leer. Was er da sah, war das Aufregendste, was er sich hätte erträumen können. Juhu! Lampi schrie aus Leibeskräften und raste durch das Tor, so schnell, wie seine alten klapprigen Beine es erlaubten. Da kommt Miss Anne und der erste Offizier! Denham unterbrach auf der Stelle seine vertrauliche Lobrede auf Driscoll, vergaß seine philosophischen Erwägungen über Schönheiten und Bestien und rannte. Engelhorn verschluckte vor Schreck seine frisch geschnittene Portion Kautabak, was ihn aber nicht hinderte, der dritte Mann in diesem Rennen auf die Ebene des Altars zu sein. Hinter ihm eilte eine jubelnde, freudig johlende Gruppe Matrosen den Zurückkehrenden entgegen. Driscoll war gerade vor dem Altar aufgetaucht. Das Fackellicht ließ seine durchnäste halbgebückte Gestalt erkennen und in seinen Armen antrug er N, deren weiße, runde Formen matt im Mondlicht glänzten. Die Matrosen rissen Mund und Augen auf. Gott sei Lob und Dank, sagte Engelhorn und spuckte seinen Prim aus, der ihm in der Kehle stecken geblieben war. Das Maß seines Dankbarkeitsgefühls ließ sich an der Feierlichkeit ermessen, mit der er diese Worte aussprach, und außerdem hatte er sich in der Erregung seiner alten deutschen Muttersprache bedient, die er seit zwanzig Jahren nicht mehr benutzt hatte. Jack, rief Denim. Er wandte sich an die Seeleute und strahlte sie triumphierend an, so dass man hätte meinen können, er selbst habe soeben einen höchst persönlichen Sieg davongetragen. Bei Gott, brüllte er, habe ich es euch nicht gesagt, dass Jack sie zurückbringen würde, wenn es überhaupt jemand fertig bringt. Niemand hatte Veranlassung, ihm zu widersprechen. Sie glotzten verblüfft, redeten wirr durcheinander, scharrten sich um Driskel und N und konnten sich vor Freude und Erleichterung nicht fassen. Nur Lampi machte eine Ausnahme. Er hatte wieder zu seiner alten Barschen und nüchternen Art zurückgefunden. Nun hört doch schon auf zum Donnerwetter, fuhr er die Leute an. Könnt ihr dem Offizier nicht wenigstens Miss N abnehmen, ihr Mist spatzen? Seht ihr nicht, dass der arme Kerl kaum noch laufen kann? Komm, lass mich das machen, ich trage sie schon, sagte Denim. Engelhorn zog die Flasche aus der Tasche, aus der er Denim bereits einen kräftigen Belebungstrunk verabreicht hatte. Sie war noch halb voll. Er trat auf Driskel zu, während Denim mit N zum Tor ging. Der junge Offizier nahm einen langen Schluck und schüttelte sich. Das wird Ihnen gut tun, brummte Engelhorn. Ich habe sie geholt, sagte Driskel heiser. Ich habe sie geholt, Kapitän. Guter Mann, Mr. Driskel. Guter Mann, fuhr Lampi dazwischen, dass ich nicht lache. Großer Mann. Driskel, den der Schnaps wieder etwas belebt hatte, lächelte breit in Lampis Richtung und stapfte inmitten der ihm freudig auf die Schulter klopfenden Matrosen voran. Man hatte N auf dem Versammlungsplatz hinter der Mauer ein improvisiertes Lager aus Mänteln und Säcken zubereitet. Sie lag regungslos. Driskel kniete sich mit steifen Gliedern neben sie und versuchte ihr den Rest des Inhalts der Flasche in die Kehle zu sich und stieß die Flasche von sich. Ziemlich scharfes Zeug für sie, murmelte Engelhahn. Ich brauche nichts, keuchte N und setzte sich auf. Wirklich nicht, ich bin ganz in Ordnung. Sie fasste Driskel an den Schultern und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Oh Jack, wir sind wieder da, wir sind zurück gekommen. Sie begann zu schluchzen. Weine nur, mein Liebling, flüsterte Driskel ihr zu, weine dich nur aus, du hast lange genug darauf warten müssen. Und zu den anderen gewandt sagte er, es ist das erste Mal, dass ich sie weinen sehe. Sie hat sich großartig beherrscht. Nicht eine Träne hat sie geweint. In der Freude und Aufregung über die wunderbare Rettung und Rückkehr Enns und Driskels hatte niemand die Eingeborenen bemerkt, die sich allmählich wieder auf dem Versammlungsplatz einfanden. Zuerst hatte eine Frau von ihrer Hütte aus den Jubel auf der Altarebene vernommen, war heimlich bis zum Tor geschlichen und hatte sich wieder eiligst davon gemacht. Ihr waren andere Frauen gefolgt und hatten in ungläubigem Staunen die Begrüßungsszene beobachtet. Dann war eine von ihnen in die das Dorf umgebende Dunkelheit gelaufen. Und jetzt kamen die Männer unter der Führung ihres Häuptlings und des Zauberpriesters zögernd auf den Versammlungsplatz. Einige von ihnen hatten ihre Fackeln angezündet und kletterten auf die Aussichtspunkte auf der Mauer. Engelhorn sah als erster die sich vordrängende schwarze Menschenmenge und forderte sie im scharfen Befehlston auf, stehen zu bleiben. »Bardo!« rief er laut. »Halt!« Die Matrosen scharrten sich sofort schützend um N. Aber es wurde bald offensichtlich, dass die Eingeborenen dieses Mal nichts Böses im Schilde führten. Sie waren einfach nur maßlos erstaunt und trauten, wie vorher ihre Frauen, ihren Augen nicht. Sie starrten N. fassungslos an, plapperten aufgeregt durcheinander und riefen dazwischen immer wieder in eintönigem Sing-Sang. »Kong! Kong! 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 Das, sagte jetzt Denim nachdrücklich, ist genau das, was ich wissen möchte. Was ist nun mit Kong? »Was soll mit ihm sein?« fragte Duskel. »Nun hören Sie mal, ich bin hierher gekommen, um einen Film zu drehen, erwiderte Denim. Und dieser Kong ist die größte Filmsensation aller Zeiten. Jetzt, wo Jack und N in Sicherheit sind muss, muss ich unbedingt dieses Biest haben. Die Seeleute, Engelhorn und Driscoll, der N fest in seinen Armen hielt, starrten den Regisseur entgeistert an. »Wie bitte? Er ist von allen guten Geistern verlassen? Das ist ja reiner Wahnsinn. Weiß er denn nicht, wann man Schluss machen muss? Hat er denn immer noch nicht genug? »Ich meine es ernst«, »und wenn wir ihn leben fangen können?« »Nein«, platzte auf einer Felsenklippe. Eine ganze Armee könnte ihn da nicht runterholen. »Zugegeben, aber nur, falls er es vorzieht, in seiner Höhle zu bleiben«, erwiderte Denim. »Aber wird er das tun?« »Warum sollte er nicht?« Denim schaute Driscoll bedeutungsvoll an. »Warum nicht? Weil wir das haben, was Kong will. Das wissen sie verdammt gut, Jack. Sie wissen es genauso gut wie ich. Das wird er nie wieder bekommen, Denim. Und sollten sie etwa vorhaben, N als Köder zu benutzen? Denim schüttelte entschieden den Kopf. Das kommt natürlich gar nicht in Frage, und das wissen sie ebenso gut wie ich, Jack. Aber sie sollten auch wissen, was jeder hier weiß. Wenn ich einmal etwas begonnen habe, dann führe ich es bis zum Ende durch. Er blickte sich in der Reihe um und sah jedem seiner Leute forschend ins Gesicht. Damit ihr es wisst, ich habe mir diese Sache mit Kong vorgenommen und ich werde sie auch zu Ende bringen. Einen Köder brauchen wir nicht mehr, denn das Tier hat die Schöne ja bereits gesehen. Er wird auch ohne Köder kommen. Sein Tierinstinkt sagt ihm zwar, dass er auf seinem Berg bleiben sollte, aber der Funke Er hat gezündet. Er hat die Schöne erblickt und er kann sie nicht vergessen. Das ist stärker als jeder Instinkt und deshalb wird er kommen. Drıskel erhob sich und hielt N in seinen Armen. Ich bringe sie auf das Schiff zurück, sagte er. Im selben Augenblick brach oben auf der Mauer das eintönige Geplapper je ab und ein einziger Schreckensschrei halte durch die Stille. Die Fackeln beschrieben weite warnende Zeichen am schwarzen Nachthimmel. Kong, Kong, von der finsteren Ebene des Altars her drang dröhnender Trommelton und gleich darauf erschallte Kongs wutgewaltiges Kampfgebrüll. N schrie auf und Drıskel hielt sie fest umschlungen. Er ist ihr gefolgt. Schließ das Tor, rief der Nem. Schnell und stoß die Riegel vor. Engelhorn befahl Lampi und sieben anderen Matrosen, um Anne Wache zu halten. Alle anderen rannten auf das Tor zu. Etwa fünfzig Eingeborene, die plötzlich von panischer Angst ergriffen waren, folgten ihnen. Die beiden großen Torflügel begannen sich langsam zu schließen. Aber durch die sich verengende Spalte sah man bereits Kongs rasende Gestalt im Fackellicht und sein tief donnerndes Wutgebrüll mischte sich mit den schrillen Entsetzensschreien auf der Mauer. Fast war das Tor schon geschlossen, nur noch ein schmaler Spalt war zu sehen, als Kong zum Angriff losschlug. Im letzten Augenblick war es ihm gelungen, einen Fuß durch die Spalte zu zwängen. Mit aller Kraft und Behändigkeit stemmten sich die Männer gegen die Torflügel und kämpften todesmutig gegen die gewaltige eindringende Kraft an. Die Menschenmenge auf der Mauer stieß wimmernde Klagelaute aus und die Eingeborenen auf dem Versammlungsplatz stoben in Panik auseinander. Driscoll verschwand mit N hinter der ersten Hütte. Denim rannte der Mannschaft am Tor zur Hilfe. Das Tor gab nach. Sie kämpften verbissen um jeden Zentimeter. Aber die Spalte wurde unaufhaltsam breiter. Kong streckte einen Arm hinein, tastete mit seinen riesigen Händen, bekam einen Matrosen zu packen, schleuderte ihn hoch über die Köpfe seiner Kameraden in die Luft und ließ ihn krachend an der Barriere zu Tode stürzen. Die Eingeborenen, die bereit standen, um die mächtigen Riegelpflöcke in die Scharniere zu schieben, so wie es gelang, die Torflügel zu schließen, hatten die Szene mit Entsetzen mit angesehen, brachen nun ebenfalls in heulende Klagelaute aus, ließen alles stehen und liegen und rannten völlig verängstigt davon. Komm warf sich wie ein gewaltiger Rambock gegen die Torbalken. Immer erneut stieß er seine Schultern gegen das krachende Holz. Jetzt stürzte das ganze Tor donnernd und krachend auf den Boden des Versammlungsplatzes. Die Matrosen waren schnell zur Seite gesprungen und konnten sich in letzter Sekunde rennend in Sicherheit bringen, aber eine Gruppe von Eingeborenen, die dummerweise in gerader Linie zurückzufliehen versuchte, wurde unter den einstürzenden Massen des Tors zermalmt. Kongs Gestalt hob sich gegen die Öffnung der Mauer ab. Er war in Hockstellung gegangen und blickte bösartig über den Platz und die verzweifelt zu ihren Hütten eilenden Menschlein hinweg. Die Bomben, rief Denim. Einen Augenblick lang stand er wie vom Donner gerührt und starrte wie gebannt auf die riesige Körpermasse des Eindringlings. Dann rannte er zurück. Die Bomben! Schnell! Die Bomben! Kong stapfte über den Platz und begann langsam und geduldig, das im Dunkel liegende Dorf zu durchsuchen. Über den ringsum verstreuten Hütten lag jetzt fast völlige Finsternis und nur hier und da drang der schwache Schimmer des Mondlichtes durch das dichte Laub der schützenden Bäume. Die Eingeborenen hatten bis auf den letzten Mann ihre Fackeln fortgeworfen und waren in die trügerische Sicherheit ihrer Hütten oder in die umliegenden Büsche geflohen. Kong riß ein Hüttendach nach dem anderen auf, bückte sich und spähte aufmerksam in die Behausungen. Zu Anfang murrte und knurrte er nur enttäuscht und ungeduldig, aber als er trotz wiederholtem Suchen nicht fand, was er suchte, steigerte er sich abermals in wilde Wut. Denem, der in weitem Bogen um die ihn vor Kongs Blicken schützenden Hütten und Bäume gerannt war, gewann schließlich so viel Vorsprung, dass er Kong überholte und sich ihm auf seiner Vormarschlinie entgegenstellen konnte. Mit je einer seiner kostbaren Bomben in jeder Hand hielt er wachsam genügenden Abstand. Eine Gruppe von Seeleuten, die jetzt alle bewaffnet waren und noch einige zusätzliche Bomben bei sich trugen, stand ihm zur Seite. Driscoll war mit N und einer kleinen Geleitschutzgruppe bereits an den letzten Hütten des Dorfes vorbeigeeilt und stürmte nun im viel zu hellen Mondlicht unter Aufgebot seiner letzten Kräfte dem Strand und den Booten zu. Er hat uns noch nicht gesehen, erklärte Denem den ihn begleitenden Seeleuten, als Kong vor einer weiteren Hütte Halt machte. Ihr Leute lauft jetzt zu Driscoll an den Strand. Ich werde euch folgen. Falls Kong uns nachjagen sollte, werde ich die Bomben auf ihn werfen. Aber ich möchte damit lieber noch warten. All diese Hütten hier könnten die Gaswolke beeinträchtigen und ihre Wirkung aufhalten. Die Männer rannten los und Denem blickte sich noch einmal wachsam gespannt um. Kong war gerade dabei, eine weitere Hütte aufzureißen und eine ängstlich darinkauernde eingeborene Familie freizulegen. Er richtete ein entsetzliches Blutbad an. Markerschütternde Schreie gelten himmelwärts. Denem blieb lauschen stehen, als er die Schreie vernahm. Doch dann rannte er in beschämter Hilflosigkeit weiter dem Strande zu. Kong setzte seine methodische Suche fort. Als er schließlich aus dem zerstörten Dorfe trat, hatten Driskel und N fast die Bote erreicht. Das Mondlicht war jedoch so hell, dass die beiden sich klar von der baumlosen Landschaft abhoben. Kong trommelte sich wild auf die Brust, begann ihnen nachzurasen und der Abstand zwischen Verfolger und Gejagten verringerte sich zusehends. Denem rief einen kurzen Befehl und seine bewaffnete Truppe stellte sich in einer dünnen Verteidigungslinie dem rasenden Ungeheuer entgegen, um Enns Rückzug zu decken. Denem stellte sich vor ihnen in Positur und hielt mit den Händen die beiden Bomben fest im Griff. Neben ihm hatte sich Lampi mit zwei weiteren Bomben aufgestellt. Kong war noch ziemlich weit entfernt, als die erste Bombe direkt auf seiner Vormarschlinie einschlug. Der Explosion folgte eine zischende Dampfwolke, die das Gotttier von Kopf bis Fuß einhüllte. Denem lief rasch zurück und schleuderte noch einmal, aber Kong stürzte unbeirrt durch die zweite Dampfwolke und auch durch eine dritte. Jetzt war er kaum noch hundert Meter von Driscoll entfernt, der mit Enn zu einem der Boote eilte, aber seine Geschwindigkeit hatte sich jetzt merklich verringert. Sein tief dröhnendes Kampfgebrüll erstickte zu einem würgenden Husten, sein Kopf schwankte bedenklich auf den Schultern hin und her und sein Gang wurde taumelnd und schleppend. Was habe ich euch gesagt? jubilierte Denem. Mit wahrer Todesverachtung trat er nun nahe genug an das riesige Untier heran, um ihm die vierte Bombe direkt an die Brust zu schleudern. Die Flüssigkeit verrann im dichten Zottelhaar und verdampfte in einer dichten Wolke, die an dem blind vorwärts trockelnden Kong hängen blieb. zu Boden. Dann streckte er beide Arme nach N aus, die fast in seiner Reichweite war. Aber die schweren Füße versagten nun. Kong tappte schwerfällig, taumelte, schwenkte in einem weiten Kreis herum und stürzte auf den Sandboden. Selbstregungslos und flach hingestreckt wirkte die gewaltige Masse seines Körpers im Mondlicht unheimlich und furchterregend. »Bemannt die Boote!« befahl Er lief zu Denim und richtete ihn auf. »Sind Sie verletzt?« »Ich? Nicht im Geringsten. Kommen Sie! Los jetzt! Wir haben ihn endlich!« »Ich glaube, wir sollten schnellstens aufs Schiff zurück, Mr. Denim!« »Natürlich! Schicken Sie mir noch ein paar Männer und sagen Sie ihnen, Sie sollen Ankerketten und Werkzeug mitbringen!« »Das ist doch nicht Ihr Ernst! Warum nicht? Was haben Sie denn jetzt wieder vor?« »Wir werden ihn in Ketten legen, ein Fluss zimmern und ihn damit zum Schiff und in die Stahlkammer befördern.« »Keine Kette wird dem da Stand halten!« Denim zuckte mit den Schultern. Er war sich wieder einmal seiner Sache absolut sicher und zeigte sein altes Selbstvertrauen. »Wir geben ihm ja mehr als Ketten. Bisher ist er immer der König seiner Welt gewesen. Er hat noch einiges zu lernen, etwas, das der Mensch jedem Tier beibringen kann, und das ist Angst. Das wird ihn halten, falls die Ketten allein nicht ausreichen. Er zerplatzte fast vor Stolz und freudiger Zuversicht, packte Engelhorn bei der Schulter und schüttelte ihn in jubelnder Ungeduld. »Verstehen Sie da nicht? Ist Ihnen nicht Monaten wird es in großen Leuchtbuchstaben am Broadway Sensation machen. Das wird ein Schauspiel sein, dem niemand fernbleiben kann. King Kong, das achte Weltwunder! Die Menschenmenge hatte sich über vier ganze Häuserblocks oberhalb des Times Square angestaut und drängte sich den halben mittleren Broadway entlang. Verkehrspolizisten schüttelten hoffnungslos die Köpfe, standen hilflos und daumendrehend herum und schleusten resignierend den starken Taxiverkehr durch die weiter abgelegenen Seitenstraßen. Die ganze Stadt war gekommen, drängte sich vor den Billettschaltern, zwängte sich mühsam an den überforderten bummeligen Eintrittskartenknipsern vorbei und schaute inzwischen immer wieder auf das vielversprechende Plakat. King Kong, das achte Weltwunder! Was ist es denn eigentlich? fragte ein Schiebermützenträger aus der 10. Avenue. Es soll eine Art Gorilla sein, antwortete einer aus der Park Avenue, dessen Seidenhut sich bedenklich verschoben hatte. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Sie Schlaumeier? erwiderte zweifelnd der Schiebermützenträger. Ehrlich, Junge, sagte ein Bronxbewohner mit zerbeulter Melone, das Ding ist größer als ein Elefant. Ich weiß das von einem Kerl, der den Bruder von einem Bühnenarbeiter da drin kennt. Ach was, sagte das Mädchen im Konfektionskleid? Macht der auch Kunststücke oder so etwas? Mein Gott, murmelte eine Dame im Pariser Modellkleid, dieser Pöbel, welch ein Gedränge. Hat man sowas schon gehört, sagte ein neben ihr stehender, schäbig gekleideter Handelsreisender, 20 Eier für einen Parkettplatz und die Dame schimpft mich Pöbel. Auf der Hinterseite des Gebäudes öffnete ein weise dreinblickender alter Pförtner die Tür zum Künstlereingang und begleitete Anne zur Bühne. Er schenkte ihr die bewundernde Aufmerksamkeit, die er gewöhnlich nur den allerprominentesten Gästen erwies. Allerdings unterschied sich diese Anne sehr von der, die sie auf der Schädelberginsel gewesen war. Anne trug nämlich auch ein Pariser Modellkleid aus schimmerndem, jungfräulich-weißem Seidentüll. Es reichte ihr bis an die feinen Silberspangenschuhe und hüllte sie wie in eine zarte Wolke. Nur ihre mattblassen Schultern und Arme waren frei, so wie ihr glänzendes goldblondes Haar. Ich möchte nicht zu nahe an die Bühne gehen, Jack bat sie. Ich will ihn nicht ansehen, selbst wenn er angekettet ist. Wenn ich ihn sehe, muss ich immer wieder an den entsetzlichen Tag auf der Insel zurückdenken. Das könnte ich nicht ertragen. Du solltest eigentlich überhaupt nicht hier sein, sagte Driscoll mürrisch. Aber Denim hat nun mal darauf bestanden. Er behauptet, er brauche uns beide für die Reklame. Auch Driscoll war kaum wieder zu erkennen. Er trug einen Smoking und wirkte schlanker als an Bord der Wanderer. Er war sauber und glatt rasiert, hat aber nichts von seinem rauen jugendlichen Charme eingebüßt. Ich bin ja froh, dass ich hier bin, beteuerte N, wenn es ihm hilft. Ich habe nicht vergessen, was ich Mr. Denim schuldig bin. Und außerdem hilft es uns ja auch. Mag sein, aber irgendwie kann ich mir nicht recht vorstellen, dass alles so glatt verlaufen wird, wie er es sich denkt. Es wird bestimmt etwas geschehen. Ich habe da so ein Gefühl. Ein Gefühl? Wer hat so ein Gefühl? Denim kam durch den Künstlereingang auf sie zu. Hallo Jack, sagte Denim. Guten Abend Dan, ihr seid Gott sei Dank pünktlich und ihr seht großartig aus ihr Bein. Heiliger Stroh, sagt Anne, bin ich vielleicht froh, dass wir bei ihrer Ausstattung keine Unkosten gescheut haben. Es hat sich, weiß Gott, gelohnt. Es war wirklich wahnsinnig teuer, sagte Anne, und ihre Augen glänzten, als sie daran dachte, wie viel Geld ihr Kleid gekostet hatte. Wir können es uns leisten, mein Eintrittskasse. Ganz schön für einen einzigen Abend, was? Dreskel Pfiff bewundernd. Und das ist erst der Anfang. Von jetzt an wird es Tag für Tag das Gleiche sein, und es kommt sogar noch viel besser. Draußen am Künstlereingang stand der alte, weise, dreinblickende Pförtner verlegen einer Gruppe von Neuankömmlingen gegenüber, die hartnäckig darauf bestanden, eingelassen zu werden. Sie waren ihrer Kleidung nach als Zeitungsreporter zu erkennen, denn außer ihnen trugen nur Bankdirektoren, Ärzte, Geschäftsführer von Warenhäusern und wohl situierte Alkoholschmuggler solche Anzüge, und offensichtlich gehörten die Männer nicht diesen Berufen an. Jawohl, jawohl, meine Herren, besänftigte sie der alte Pförtner. Ich kenne sie ja alle. Sie sind von der Sun, der Herald Tribune, der Times und dem World sie nun einmal nicht ohne weiteres hereinlassen, besonders wo sie noch all die Pressefotografen mit ihren Blitzlichtern und allem sonstigen Zubehör mitgebracht haben. Mr. Denim hat mir diesbezüglich keine Anweisungen gegeben. Lassen Sie sie rein, Joe, rief ihm Denim zu. Das sind die Zeitungsfritzen, erklärte er Anne und Driscoll. Die sind extra gekommen, um euch beide zu interviewen. Vielleicht war es nicht sehr schlau Interviews. Das ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Bist du schon einmal interviewt worden, Schätzchen? fragte Driscoll, der verlegen von einem Bein aufs andere trat und rot wurde. Nur bei der Arbeitssuche, tüschelte Anne ihm zu, aber das hier kann auch nicht schlimmer sein. Das ist Miss Darrow, meine Herren, Denim stellte sie mit einer Geste vor. Und Mr. Driscoll, der heldenhafte erste Offizier der Wunderer. Donnerwetter, platzte ein Fotograf anerkennend heraus. Der Offizier hat aber verdammtes Schwein gehabt, als er diese Puppe rettete. Wie ich höre, hatten sie einen Haufen Schwierigkeiten, Mr. Driscoll, sagte der Reporter von der Times. Da können sie sich drauf verlassen, mischte sich Anne ins Gespräch. Er war ganz allein, als er mich rettete. Seine gesamte Begleitmannschaft ist vorher umgekommen. Ach, ich habe eigentlich nicht viel getan, beteute Driscoll und fuhr sich mit dem Finger um seinen steifen Kragen, der ihm plötzlich zu eng zu sein schien. Denim war es, der Kong gefangen hat, er allein. Die anderen von uns sind eiligst zum Strand gelaufen, aber Denim hatte die Nerven, stehen zu bleiben und seine Bomben zu werfen. Ach, lassen sie mich nur aus dem Spiel, protestierte Denim schlau berechnend. Die ganze Geschichte dreht sich um Miss Darrow. Wenn sie nicht mit uns gewesen wäre, hätten wir Kong nie zu sehen bekommen, denn er ist ja extra ins Dorf zurückgekehrt, um sie zu holen. Großartig, rief ein Reporter der Boulevardpresse begeistert. Ich hab's. Die Schönheit und die Bestie. Ja, die Schönheit und die Bestie. Junge, Junge, das gibt eine Schlagzeile für die erste Seite. Für die Mehrauflage muss ich mir aber eine Beteiligung holen. Die Schönheit und die Bestie. Denim wiederholte die Worte mit sichtlichem Genuss und blinzelte Anne und Driscoll triumphierend zu. Genau das. Da haben sie ihre Geschichte, meine Herren. Entschuldigen Sie, aber wir sind hierher gekommen, um Aufnahmen zu machen, sagte ein Fotograf ungeduldig. Wir brauchen Fotos. Warten Sie nur einen kleinen Augenblick, versprach Denim. Ich werde Sie auf die Bühne bringen und dort können Sie ein paar Aufnahmen aus nächster Nähe machen. Danach geht der Vorhang auf und dann kann das Publikum zuschauen. Meine Herren, Sie werden die ersten zur Veröffentlichung bestimmten Aufnahmen von Kong machen. Die ersten Bilder, die in der zivilisierten Welt erscheinen werden. Und Sie können auch Miss Darrow und Mr. Driscoll direkt davor mit ins Bild bringen. Donnerwetter, sagte ein Kameramann näselnd und aufgeregt. Das wird eine tolle Sache werden. Könnte, könnte man lieber, warf ein anderer ein. Aber was machen wir, wenn dieser Kerl Lyons von der Sun wieder sein übliches Theater macht, uns sein Apparat vor der Nase aufstellt und uns die Sicht verbaut? Wer? Ich? rief der Mann, der Lyons hieß. Aber warum denn? Ich hatte eigentlich sowieso vor, bei dieser Sache nicht groß mitzumachen. Macht euch meinetwegen keine Sorgen. Mein Chef wird für so ein Bild kaum Verwendung finden. Er wird's höchstens über vier Spalten setzen, erwiderte der Fotograf von der Boulevardpresse. Sagen Sie mir bitte noch eins, unterbrach der skeptische Reporter von der Sun. Sind Sie auch wirklich ganz sicher, dass Sie Ihren haushohen Menschenaffen gut und fest an der Kette haben? Ich frage nur, fügte er hinzu, weil ich heute gerade meinen besten Anzug habe und den möchte ich mir nicht zuversichtlich. Überzeugen Sie sich doch selbst! Er schritt der Gruppe voran und führte sie in die Kulissen der im Dunkel liegenden Bühne. Da war Kong. Jetzt war er nicht mehr der stolze König seiner Welt. Er hockte in einem großen Stahlkäfig und schien unter der Last der vielen schweren Ketten zusammen zu sinken. Ketten um seinen massigen Körper, die an Ringbolzen im seine großen Pranken und seine breiten schwarzen Füße gewunden und nahmen ihm jede Bewegungsfreiheit. Nur sein Kopf war frei und den neigte er stumm seinen Zuschauern entgegen. Wie Denim rasch erklärte, hatte er schon seit Tagen keinen Kehl-Laut von sich gegeben und seine Hände waren ihm zu fest gefesselt, als dass er sich noch auf die Brust trommeln konnte. Wie dem auch sei, meinte der skeptische Mann von der Sun, wenn es ihnen nichts ausmacht, will ich gern den eifrigen Kollegen von der Presse den Vortritt lassen. Anne, Denim winkte sie herbei, und Jack, sie auch, ich möchte euch beide auf der Bühne haben, wenn der Vorhang aufgeht. Ach, bitte nicht, Anne schreckte zurück und ihr Gesicht war so weiß wie ihr Abendkleid. Nun kommen sie schon, mein Kind, ermutigte Denim sie freundlich. Keine Bange, er ist ganz in Ordnung. Kong ist nicht mehr der alte Unhold. Seit sie ihn zuletzt gesehen haben, ist ihm bei unserer Behandlung seinen Kampfesmut zum größten Teil vergangen. Er ist völlig harmlos. Anne stellte sich zögernd und widerwillig neben Driscoll an den Rand der Bühne. Kong schwang seinen großen Kopf hin und her, als er sie erblickte. Die Fotografen begannen ihre Apparate und Blitzlichter vorzubereiten. Wenn ich die süße Goldpuppe da direkt neben das Affenviech kriegen könnte, sagte ein sensationslüsternder Fotograf, dann gäbe das eine tolle Titelseite. Hoffentlich ist das Affenviech auch wirklich fest an der Kette, meinte der Reporter der Times. Aber es ist doch klar, dieser Denim wird schon kein Risiko eingehen, nicht mit der Goldmine, die er da hat. Denim klopfte N besänftigend auf den Arm. Es wird nicht lange dauern, sagte er. Ich muss jetzt für einen kleinen Augenblick da hinausgehen und eine kurze Ansprache halten. Kongs tiefliegende Augen sahen den Arm und die Ketten klirrten schwach. Meine Damen und Herren, begann Denim, ich stehe heute Abend vor Ihnen, um Ihnen eine höchst seltsame Geschichte zu erzählen. Die Geschichte ist in der Tat so seltsam, dass niemand Sie glauben wird. Aber, meine Damen und Herren, was Sie mit Ihren eigenen Augen sehen werden, wird Sie überzeugen. Und wir, das heißt ich und meine Mitarbeiter, haben den lebenden Beweis unseres unglaublichen Abenteuers hierher gebracht, damit Sie ihn sehen können. Zwölf Menschen, zwölf tapfere Männer unserer Gruppe, haben bei diesem Abenteuer einen entsetzlichen Tod gefunden. Ich werde Ihnen jetzt etwas zeigen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Es ist die größte Sensation aller Zeiten. Sie werden mir recht geben. Hier ist ein Wesen, das einst der König und der Gott der Welt war, die es kannte und das nun hier als Gefangener in die Zivilisation gebracht wurde. Wir stellen es hier zur Schau, um die unerschöpfliche Neugier, den unerschöpflichen Wissenstrang der Menschheit Das achte Weltwunder! Der Vorhang ging auf und das Publikum erhob sich wie ein Mann von seinen Sitzen. Erregtes Gemurmel, keuchendes Atemholen, verblüffte Ausrufe und unterdrückte Schreckensschreie füllten den Theaterraum. Denim lächelte triumphierend und war sichtlich stolz auf die Wirkung seiner Schau. Kong hockte in seinem Käfig auf der Bühne und schwang seinen Kopf hin und her. Das Klirren der Ketten war zwar schwach, setzte sich aber ununterbrochen fort, als ob sein gewaltiger Körper zitterte. Und jetzt, sagte Denim und ergriff Enns Hand, gestatten Sie mir, Ihnen Miss Anne Darrow vorzustellen. Sie ist das tapferste Mädchen, dem ich je begegnet bin. Schauen Sie sie an, meine Damen und Herren, fuhr er fort, während sich die Zuschauer wieder hinsetzten und Beifall klatschten. Hier ist die Schöne und dort ist die Bestie. Die alte Geschichte hat sich wieder einmal bewahrheitet. Darrow hat ein Erlebnis hinter sich, von dem sich keine Frau der Welt auch nur im Traum eine Vorstellung machen könnte. Ich werde Ihnen später ausführlich davon erzählen. Sie wurde aus den Klauen dieses Ungeheuers Kong befreit und ihr Retter ist der mutige erste Offizier der Wunder Mr. Jack Driscoll. Driscoll war rot geworden und stand verlegen lächelnd neben Anne. Das Publikum hat er sofort begriffen, dass es dem glücklichen Ausgang einer Liebesgeschichte beiwohnte und klatschte dem schlanken goldblonden Mädchen und ihrem jugendlich schüchternen Gefährten Beifall zu. Kongs Ketten rasselten ununterbrochen mit ihrem schwachen Klirren weiter. Er kräuselte die Lippen, entblößte seine langen weißen bleckenden Zähne und stieß plötzlich und völlig unerwartet sein Gebrüll aus. Zum ersten Mal seit vielen Tagen hatte er seine Stimme wieder gefunden. Der rollende Donner seines Schreis hallte von allen Wänden des Theaterraums wieder und steigerte sich zu einem ohrenbetäubenden Brüllen. Die Leute waren entsetzt von ihren Plätzen aufgesprungen. Meine Damen und Herren, es besteht kein Grund zur Aufregung, rief er in den Saal. Kongs Ketten sind aus Chromstahl. Er bleibt, wo er ist. Der Donner in Kongs Stimme erstarb zu einem leisen Grollen, aber dafür rasselten seine Ketten jetzt viel lauter. Bitte, Misterro, stellen Sie sich noch einmal ganz nahe an den Käfig, drängten die Kameraleute. Wieder tauchte das blendende Blitzlicht die Bühne in unerträgliche Helle. Anne taumelte benommen zurück und bedeckte das Gesicht mit ihren Händen. Driscoll warf Denim ungeduldige Blicke zu. Dann versuchte er, Anne zu beruhigen. Es ist ja gleich vorbei, Liebling. Ich glaube sogar, wir könnten jetzt gehen. Warten Sie noch einen Augenblick, befahl Denim. Noch eine letzte Aufnahme, bleibt dort zusammenstehen. Zum dritten Mal flammten die weißen Blitzlichter auf. Kong öffnete sein Maul und stieß ein tief donnerndes Brüllen aus. Driscoll hatte schützend seinen Arm um Anne gelegt und jetzt begann das gefangene Tier wütend gegen seine Ketten anzukämpfen. Seine Erregung hatte sich zu einem Höhepunkt gesteigert und er war in eine Raserei verfallen, die dem Innersten seines Wesens zu entspringen schien. Heiliger Strohsack, flüsterte Denim. Jack, er glaubt, dass Sie sie angreifen. Großartig! Er winkte aufgeregt den Fotografen zu. Los, Jungs, lasst euch das nicht entgehen! Kong erhob sich. Sein gewaltiger Körper, den die Ketten in Hockstellung gezwungen hatten, richtete sich plötzlich in seiner ganzen furchterregenden Größe auf. Sein Kopf stieß hart gegen das Käfigdach und sprengte es auf. Mit seinen mächtigen Händen, an denen zerrissene Kettenstücke hingen, trommelte er sich auf die breite Brust. Sein riesiger Fuß, der noch vor einem Augenblick mit den starken Stahlketten an den Käfigboden gefesselt war, hatte sich freigemacht und griff rasend in das kaum noch widerstandsfähige Eisengitter, das ihn von N trennte. Das Publikum im Saal war in Panik ausgebrochen und drängte sich in wirren, hysterisch schreienden Haufen den Ausgängen zu. Zu Hunderten traten und schlugen sie sich, um schnellstens an die Türen und ins Freie zu gelangen. Aber natürlich waren die Fluchtwege bald völlig verstopft, was zu entsetzlichen Szenen führte. Driskel hob N hoch und bahnte sich mit ihr auf den Armen mitten durch die erstarrten Pressefotografen seinen Weg zum Künstlereingang. Hinter ihm hörte man das Eisengitter krachen und Kongs Kampfgebrüll ließ die Wände des Theaters erzittern. In mein Hotel, rief Driskel atemlos N ins Ohr. Es ist direkt gegenüber. Lass mich runter, keuchte N. Wir rasten den schmalen Gang entlang, der zum Künstlereingang führte und kamen auf die Straße. Sie hatten gerade die Drehtür des Hotels erreicht, als Driskel sich noch einmal umschaute. Kong stürzte aus der Tür des Künstlereingangs. Fahrstuhl, rief Driskel und zog N. mit sich in den Lift. Während sie im Schutze der verschlossenen Fahrstuhltür atemschöpften, war Kong in die Feuer schoss und starrte fassungslos auf seine Waffe, denn Kong hatte sich mit völlig unverminderter Kraft umgewandt und war durch die Trümmer der Drehtür wieder auf die Straße gestampft. Driskel verriegelte die Tür seines Zimmers und N. sank erschöpft auf das Bett. Jack, ich ertrage es nicht, ich halte es nicht länger aus, es ist wie ein entsetzlicher Traum, mir ist als wäre ich wieder dort, auf der Insel. Aber, aber, wir sind hier völlig in Sicherheit, Liebling, und ich bin ja bei dir und werde bei dir bleiben. Sie werden ihn bald wieder eingefangen haben, mach dir nur keine Sorgen. Driskel kniete sich vor ihr hin und als sie in Tränen ausbrach und zum Herzerbarmen schluchzte, versuchte er sie zu trösten und zu beruhigen, setzte eine vergnügte Miene auf und lachte sie aus. Musst du ausgerechnet jetzt weinen, wo der Ärger vorüber ist? Anne wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie sah immer noch bekümmert und jammervoll aus. Driskel ging lachend im Zimmer auf und ab, blieb plötzlich an einer Wand stehen und winkte Anne zu sich. Hier hast du was zu lachen, sagte er. Hör dir doch nur mal an, was das Mädchen nebenan in ihr Telefon flüstert. Er zog sie an die verschlossene Verbindungstür, die in das Nebenzimmer führte, aus dem eine schrille, vom Rauchen und Trinken leicht heißere Sopranstimme einer Bardame oder eines Animiermädchens herübertönte. Ach, Jimmy, bist du was? Ja, hier ist Mabel. Und ob ich mich freue, dass du wieder mal in der Stadt bist. Sprich lauter, Jimmy, hier ist ein Heidenlärm. Feuerwehr, denke ich. Was sagst du, Schnucki? Natürlich habe ich mir den Abend freigehalten. Klar, wann du willst. Zehn Uhr passt mir ausgezeichnet. Aber Jack, das schickt sich doch nicht anderer Leute, Telefongespräche zu belauschen, wandte N ein. Quatsch, sagte Driskel, es macht doch nichts, solange du deinen Spaß daran hast. Jimmy, warte nur, bis du mich in meinem neuen Abendkleid siehst. Ein wahres Prachtstück. Ganz große Klasse, sag ich dir. Wie bitte? Natürlich komme ich. Habe ich dich jemals sitzen lassen, Jimmylein? Verlass dich drauf. Ehrenwort, Jimmy. Ah, aah! Driskels erzwungenes Lächeln erstarb augenblicklich, als der Monolog nebenan mit einem schrillen, markerschütterndem Schrei abbrach. Driskel sprang mit einem Satz auf die Tür zu. Er hatte sie halb aufgebrochen, als Kongs langer, schwarzer Arm durch das Fenster griff. N schrie auf, Driskel wandte sich um und ergriff einen Stuhl. Kong schleuderte ihn mit einer wuchtigen, weitausholenden Handbewegung an die Wand, sodass er bewusstlos zusammensank, zog das Bett mit einem Ruck zum Fenster, packte N und hob sie heraus. Er bettete sie in die Beuge in die Beuge in die Beuge Denim, schrie schrie Driskel völlig sinnlos in seiner Verzweiflung hinaus. Wo sind sie? Können sie denn nichts tun? Dann rannte er zur Tür zurück, stürzte den Korridor entlang und sprang in einen Fahrstuhl. Driskel stieß den Fahrstuhlführer beiseite und kam gerade aus dem Hotel gerannt, als Denim mit einer Polizei-Eskorte atemlos um die Ecke bog. Er ist die Hotelfassade hinaufgeklettert, Wachtmeister. Verdammt noch ist, wie ich ihnen sage. Dieses Biest kann eine glatte Marmorwand hinaufklettern. Denim, rief Driskel, er hat sie. Denim blieb wie versteinert stehen. Dann ballte er die Fäuste und stieß eine wahre Flut von Verwünschungen und Kraftausdrücken aus. Einer der Polizisten griff unter seinen Uniformrock und zog seine große Pistole aus dem Halfter. Die Funkwagen kamen mit quietschenden Reifen angeshaust. Sie hatten sich in Gruppen von je sechs Wagen durch den Verkehr geschleust. Da! Die dicht gedrängte, vor dem Hotel versammelte Menschenmenge rief es wie im Chor. Zwei Straßenzüge weiter, in südlicher Richtung der Avenue, war Kong einen Augenblick lang auf dem Dach eines Hauses erschienen. Man sah ihn recht deutlich im Schein einer Lichtreklame und in der Beuge seines rechten Arms lag Anne, die jetzt wie ein kleiner weißer Fleck wirkte. Die Polizisten klomm die Fassade eines noch höheren Hauses und verschwand. Alle Mann auf diesen Feuerwehrwagen, befahl ein Oberwachtmeister, und kaum waren sie aufgestiegen, da schrie er dem Fahrer zu, Los, Schlauffritze, nun fahr schon endlich! Sie rasten nach Osten, hatten die Madison Avenue bereits überquert, als starke gelbe Scheinwerfer ihnen entgegenblendeten. Geistesgegenwärtig ließ der Feuerwehrfahrer seine Sirene aufheulen, die gelben Scheinwerfer rasten noch ein Stück auf sie zu und blieben dann stehen. Eine ratternde Eskorte auf Motorrädern folgte, und hinter ihr bremsten jetzt die großen Limousinen des Polizeipräsidiums. Der Polizeipräsident und einige seiner Inspektoren stiegen aus. Sagen Sie uns, Denham, kann dieses Viech mit Maschinengewehren zur Strecke gebracht werden? Das nehme ich an, falls Sie zahlreich genug sind. Haben Sie ihn umstellt? Wir haben ihn gerade hier oben aus dem Blickfeld verloren, Herr Präsident. sagte der Oberwachtmeister. Einige Schüsse ertönten von der östlichen Seite des Straßenblocks her. Ich habe dort einige Leute aufgestellt, erklärte der Oberwachtmeister. Ihm nach! Die Wagen bogen in die 6. Avenue ein, rasten einen Straßenblock hinunter, wirbelten unter Missachtung der Einbahnstraßenverkehrsschilder in die östlichen Seitenstraßen und hielten schließlich mit quietschenden Bremsen an. Einige Motorräder fuhren der Wagenkolonne voran, andere rahmten sie rechts und links ein und wieder andere folgten ihr, wie eine Eskorte von Torpedoboot-Zerstörern, die ein Schlachtschiff begleitet. Ganz am Ende des Zuges kam der ratternde Feuerwehrlastwagen. An der Ecke der 5. Avenue stand ein zitternder Polizist und wies nach Süden, aber in dieser Richtung war keine Spur von Kong zu sehen. Wenn wir nur einen Ort wüssten, wo er möglicherweise hin will, klagte der Polizeipräsident. Da kann ich Ihnen vielleicht helfen, sagte Döske. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber es wird bestimmt ein sehr hochgelegener Ort sein. Kong ist Berge gewohnt. Er hat auf einem Berg gelebt und je höher der Berg ist, desto sicherer glaubt er dort vor seinen Feinden zu sein. Wenn es in dieser Gegend irgendein Gebäude geben sollte, das alles andere überragt, dann werden wir ihn dort finden und zwar ganz oben drauf. So, so, sagte der Polizeipräsident langsam. Jetzt verstehe ich, warum Sie das Empire State Building gebaut haben. Das ist nämlich über 400 Meter hoch. Quatsch, sagte der Oberinspektor verächtlich. Driscoll hat ganz recht, mischte sich nun Dannem ein. Zumindest ist es unsere beste Chance. Im Augenblick ist es unsere einzige Chance, gab der Polizeipräsident nun zu. Fahren wir hin. Jetzt hatten sich auch wieder zahlreiche Zeitungsreporter eingefunden und die Menschen waren neugierig auf die Straße zurückgekehrt. Der Polizeipräsident bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge und stieg in seinen Wagen. Denem und Driscoll waren seinem Wink gefolgt. Dort! Da! Da hinten! Von überall ertönten die Rufe. Kong erschien seinen Verfolgern zum dritten Mal, seit er sich seine Gefangene geholt hatte. Und wieder war er weiter unten an der Straße auf einem Häuserdach aufgetaucht, war einen kurzen Augenblick in Hockstellung gegangen und dann spurlos verschwunden. Beeilen wir uns, sagte der Polizeipräsident und sein Wagen raste davon. Das Empire State Building lag inmitten des Lichterglanzes der Stadt, der es wie in einen leichten Dunstschleier höhte und streckte stolz seine spitze Krone himmelwärts. Sie waren gerade zur rechten Zeit an der Ecke des Gebäudes angekommen, um einem Schauspiel von so unglaublicher Beispiellosigkeit beizuwohnen, dass selbst die, die es unleugbar vor sich sahen, ihren Augen nicht trauten. Kong stand auf dem Dach eines Hauses, duckte sich ein wenig und sprang über die Straße direkt auf den unteren Teil des Wolkenkratzers auf der anderen Seite. Und dann kletterte er von Fenstersims zu Fenstersims den ganzen Unterbau empor und verschwand um die Ecke des Oberbaus. Als Driscoll Denim und der Polizeipräsident aus ihrem Wagen aus ihrem »Bis Bis zur Spitze wird es nie schaffen. Vielleicht können wir ihn da oben auf irgendeinem Zwischendach Vorsprung erwischen.« Er wies mit dem Arm dorthin, aber Driscoll packte ihn wütend an der Schulter. »Nie im Leben kriegen Sie Kong auf irgendeinem Zwischendach«, schrie er. »Ich sage Ihnen, er wird auf die höchste Spitze klettern, auf den Gipfel des Berges, auf die Spitze, hören Sie, auf die Spitze!« »Beruhigen Sie sich, Jack«, sagte Danim, »aber es ist doch die Wahrheit, sehen Sie es denn nicht, da ist er ja schon wieder und klettert höher!« Jetzt war Kong so hoch, dass seine Gestalt kleiner als ein Mensch schien, und er stieg immer höher. Seine schwarze Silhouette hob sich gegen die weißen Kalksteinmauern ab. Er schwang sich von Brüstung zu Brüstung, bis er im hellen Scheinwerferlicht, das den turmartigen Oberbau anstrahlte, erschien, und er kletterte immer höher. »Das bedeutet das Ende für das arme Mädchen,« sagte der Oberwachtmeister kopfschüttelnd. »Wenn wir ihn von da oben herunterschießen müssen, ist sie erledigt. Warten Sie einen Augenblick,« rief ihm Driscoll zu. »Es gibt noch eine Möglichkeit, die wir nicht ausprobiert haben.« Der Polizeipräsident sah ihn skeptisch an. »Die Armeeflugzeuge,« erklärte Driscoll. »Auf dem Militärflugplatz von Roosevelt Field muss ein Geschwader sein. Die können vielleicht einen Weg finden, um Kong abzuknallen, ohne End zu verletzen.« »Das wäre wenigstens eine Chance,« sagte der Polizeipräsident. »Mr. O'Brien, rufen Sie sofort den Flugplatz an und beeilen Sie sich. Brechen Sie alle Geschwindigkeitsrekorde, verstanden?« »Ich gehe ins Gebäude,« verkündete Driscoll und löste seinen Kragen. »Ich muss auf seinen Berg zu folgen.« »Ich komme mit, Jack,« sagte Denim. Sie brauchten einige Zeit, um mit dem Fahrstuhl ins höchste Stockwerk zu gelangen. Dann gingen weitere kostbare Minuten verloren, weil die auf die äußere Plattform führenden Türen verschlossen waren und man den Hausmeister herbeirufen musste. »Habt ihr es gehört?« flüsterte Dyske. Aus weiter Ferne vernahm man das Dröhnen eines Flugzeugs, nein, eines ganzen Flug Geschwaders. »Da kommt unser gutes altes Heer angebraust,« sagte Denim gequält scherzhaft. Jetzt kamen die Flugzeuge näher und man konnte sie deutlich erkennen. Es waren sechs, die sich hoch oben am Himmel mit ihren blinkenden grünen und roten Lichtern bewegten. Sie flogen weit über die Spitze des Empire State Buildings, so weit oben, dass die grünen und roten Lichter fast ineinander verschmolzen. Und dann kamen sie eins nach dem anderen herunter und auf den Wolkenkratzer zu. Kong stieß sein Kampfgebrüll aus und die Plattform erzitterte vom Donner seiner Fäuste, mit denen er sich wild auf die Brust trommelte. »Kommen Sie, von dort aus werden wir alles sehen können,« sagte Driskel und führte die anderen durch ein Fenster bis halbgeduckt und kampfbereit auf der Aussichtsterrasse und brüllte den heranschwirrenden Flugzeugen herausfordernd entgegen. N. lag in ihrem schimmernden weißen Kleid zwischen Kongs riesigen haarigen Füßen ausgestreckt. Soeben war das zweite Flugzeug angeflogen, hatte sich ganz nahe herangewagt und beabsichtigte augenscheinlich, Kong mit seinem Flügel zu streifen und ihn so aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber als es anflog, verfehlte der Flügel sein Ziel. Dafür aber schlug Kong zu. Seine gewaltige Pranke fuhr herum und krachte gegen das Flugzeug. Er stolperte zwar etwas dabei, aber das Flugzeug war aus seiner Bahn gerissen, stürzte ab, prallte gegen die Hauswand, schien noch etwas an Höhe zu gewinnen und schoss dann pfeifend herunter der fernen Straße zu. Mitten in seinem Sturz explodierte es und ging in hellen Flammen auf. Sie kommen zurück, sagte Denham, die restlichen Flugzeuge haben eben wieder gewendet. Und dieses Mal werden sie schießen, prophezeite Driscoll. Sie haben Platz genug. Wenn Kong sich ihnen entgegenreckt und auf seine Brust trommelt, ist Anne so weit unten, dass sie ihm die ganze Brust vollpumpen können, ohne dabei Anne in Gefahr zu bringen. Ich glaube, da hilft nur noch ein Gebet, meinte der Oberwachtmeister. Bitte sehr, beten Sie nur, erwiderte Driscoll. Aber ich gehe jetzt heraus. Ich kann mich ja hinter die Tür stellen, die zur Aussichtsterrasse führt. Denn wenn Kong seinen Teil abbekommt, möchte ich in der Nähe sein. Denham sagte nichts, aber er folgte ihm. Und nach einem kurzen Zögern ging auch der Polizeibeamte ihn nach. Driscoll hatte kaum die Tür erreicht, als die Flugzeuge zurückkamen und Kong schenkte ihm all seine wutentbrannte Aufmerksamkeit. Seine riesigen Füße klammerten sich an das Terrassengeländer, während er seine Kampfansage in den Nachthimmel brüllte. Hoch über ihm blinkten die roten und grünen Lichter inmitten der Sterne und dann schoss das anführende Flugzeug je auf ihn herab. Kong schlug sich auf die Brust und richtete sich zu seiner ganzen Höhe auf. Driscoll schloss die Tür auf, öffnete sie einen Spalt und wartete. Das Flugzeug schwang sich in einem raschen weiten Bogen herab. Für den Bruchteil einer Sekunde sah es fast so aus, als ob dieser gigantische Sturmvogel kurz vor seinem untierhaften Gegner Halt gemacht hätte. Dann drehte es nach oben ab und war wieder fort. Aber während dieses kurzen Augenblicks hatte es eine Salve Bleikugeln in Kongs Brust gefeuert. Driscoll, der dem Kampf aus nächster Nähe zusah, hätte schwören mögen, er habe gesehen, wie die Kugeln Kongs zotteliges Fell erzittern ließen, als sie ihm in die Brust drangen. Kong begann zu taumeln. Er hob einen Fuß, stieß Ender mit an und rollte sich vom Geländer fort auf die breitere Plattform des Daches. Dann drehte er sich langsam um, als wollte er Ender wieder aufheben, aber sein Greiffuß hielt mitten in der Bewegung inne. Er neigte sich etwas und starrte zu Ender hinunter. Und in seinem Blick lagen Erstaunen und Trauer. Er begann zu husten. Jetzt brausten nacheinander die anderen Flugzeuge herab. Kongs Kampfgebrüll war zwar in einem heiseren Husten erstickt, aber er richtete sich abermals zu seiner vollen Größe auf und trommelte sich mit unverminderter Kraft auf die Brust. Die Flugzeuge kamen und gingen. Eins nach dem anderen beschrieb seinen Kreis, flog ihn an und feuerte seine Salve ab. Das Geratter der Maschinengewehre übertönte jetzt fast schon das Brustgetrommel. Kong schwankte, taumelte und begann trotz aller Anstrengung, mit der er seine Füße am Geländer festgeklammert hielt, zu Boden zu sinken. Er kämpfte mutig und verbissen bis zum Ende. Mit seiner allerletzten Kraft sprang er dem letzten vorüberbrausenden Flugzeug nach, um es zu packen oder aus seiner Bahn zu schleudern. Er verfehlte sein Ziel, aber sein mächtiger Sprung hatte ihn über die Reichweite der Dächer auf den Zwischenvorsprüngen geschleudert, so dass er direkt über der Straße war. Und für den winzigen Bruchteil einer Sekunde hing er da über der zivilisierten Welt, die ihn schließlich zerstört hatte. Hing er da in der gleichen majestätischen Einsamkeit, mit der er hoch oben in seiner Felsenhöhle auf der Schädelberginsel geherrscht und gehaust hatte. Und dann stürzte er in die Tiefe und schlug wie ein Klotz auf dem Asphalt New Yorks auf. Jetzt lag das unbesiegbare Ungeheuer endlich zu Füßen seiner Eroberer. Driscoll eilte zu Anne und nahm sie in seine Arme. Anne, Anne, du bist gerettet! Anne schmiegte sich an seine Brust und weinte leise Tränen der Dankbarkeit. Denham und der Polizeiwachtmeister lehnten sich über das Geländer und schauten nach unten auf die Straße. Na, Gott sei Dank, seufzte der Polizeibeamte auf. Das war vielleicht ein Anblick. Ich hätte nie geglaubt, dass die Flieger ihn doch noch zur Strecke bringen würden. Die Flieger haben ihn noch gar nicht zur Strecke gebracht, erwiderte Denham langsam. Was denn sonst? Es war die Schöne, wie immer, die alte Geschichte. Die Schönheit hat die Bestie zur Strecke gebracht. Die Stirn des verblüfft reinglotzenden Polizisten legte sich in noch tiefere Falten. King Kong von 2 2 2 2 2 1 2 3 2 Vielen Dank.